Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht, guten Tag oder guten Morgen oder weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benni und Steve. Wir haben ein fantastisches neues Spiel bei uns in der Datasette. Es ist The Dark Side Detective. Part 1. Ja, es ist natürlich dem klassischen Point & Kick Adventure so ein bisschen nachempfunden, wie wir es aus den 90ern kennen an der LucasArts. Und ja, es ist ein bisschen mysteriös und ein bisschen unheimlich, ein bisschen spooky und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich würde sagen, wir starten. Okay, zusammenfassen. Der Chief hat mich zum Wohnsitz der Jones geschickt. Dooley wartet dort für weitere Details. Äh, Untersuchung beginnen. Aufsteh, Dooley. Hoppla! Hätte er dich fast über einen Haufen erschossen, Detective. Du solltest hier besser nicht so rumschleichen. Detective McQueen. Dooley. Du hast mich doch vorfahren sehen. Hm. Ich hatte meine Sirene an. Hm. Du hast mir beim Eingepacken zugewunken. Ach, das gefällt mir ja schon. Das ist ja ein sehr geiler Hunger. Hm. Ich schätze, dieser Ort hat mich wohl ein wenig erschreckt. Also, was ist hier passiert? Soeben hat mich Chief Scully angerufen und mir aufgetragen, so schnell wie möglich herzukommen. Keine Details. Ein siebenjähriert Mädchen. Alice. Oh, Kind. Äh. Wird seit gestern vermisst. Kein Anzeichen, dass sie das Haus verlassen hat. Scheint wohl, wie sei Spensterkram zu sein. Ich meine, diese Art Fälle, um die du dich kümmerst, Detective. Prima. Packen wir's an. Okay, wir sind also... Der Mann führt grobe, der Mann führt übersinnliche. Hm. Unser teuer Streifenwagen. Ich nenne ihn auch gerne das Popomoto. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir mal rein. Roy Jones. Officer Doody, warum tropfte ein Landstreicher meinen Teppich voll? Ähm, das ist Detective Francis McQueen, Mr. Jones. Äh, er ist hier, um die Untersuchung vorzunehmen. Aha. Die Twin Lakes Polizei. Was? Okay, ähm, ähm, wir gucken erstmal, ob Bier im Aschenbächer ist. Äh, ich hoffe, Sie rauchen nicht in der Nähe Ihrer Tochter. Glücklicherweise bin ich selten in der Nähe meines Kindes, Detective. Dann spreche ich ihn mal an. Also, wie kann ich Ihnen denn helfen, Detective? Erzählen Sie mir von Alice. Um ehrlich zu sein, Detective, hatte ich nicht viel mit ihr zu tun. Ihr Potenzial, Konversationen zu führen, ist zu begrenzt. Sie ist sieben. Ganz genau. Ein schwieriges Alter. Das überlasse ich lieber der Nanny. Sie muss hier irgendwo in der Nähe sein. Wo waren Sie gestern Abend? Wie kann es sein, dass Sie Ihr Verschwinden gar nicht bemerkt hatten? Ich war unterwegs. Wie herrlich zwielichtig. Haben Sie ein Alibi? Wo ich gewesen bin, geht Sie überhaupt nichts an, Detective. Meine Steuern stellen sicher, dass Sie Ihr Gehalt bekommen. Sie stellen auch die Zelle und den Befragungsraum sicher, zu denen Dooley Sie bringen wird. Na schön. Rufen Sie diese Nummer an. Sie werden es bezeugen. Basti, Bells, Booty, Boutique. Exklusives Zeug. Ah, Bells. Süße Erinnerung. Hä? Ich wollte sagen, wo war er? Ein Glockengeschäft? Was? Gegenstand halten. Streichhölzer. Oh, schön. So, wir haben Streichhölzer erhalten. Okay. Können wir Dooley was fragen? Oha, diese Leute müssen Millionär sein. Ähm, ja, Dooley hat jetzt nicht so viel zu sagen. Ein Gemälde. Netter Schoner. Aha, du Dummkopf, das ist kein Schoner. Das ist ein Segelboot. Ach, toll, toll. Ein Schoner ist ein Segelboot, Dooley. Ähm, gehen wir doch mal an den Flur. Drei Türen. Die Standuhr. Die rennt mich an meinen eigenen Großvater. Ja, wer kennst denn nicht? Dein Großvater war eine Standuhr. Was? Nein, er hatte eine Standuhr. Schade, ich dachte, ich hätte endlich einmal etwas Interessantes über dich herausgefunden. Was? Und ob ich interessant bin? Wie du meinst, Detective? Okay. Äh, Wohnzimmer, da kommen wir her. Die Kammer. Ich mag die Musik, die ist echt cool. Eine Kammer. Eine, eine Schrottkiste. Hm, eine Schwarzlichtbirne. Die kann ich genauso gut mitnehmen. Alles, was jetzt, äh, was wir jetzt nur noch brauchen, ist eine Disco-Kugel und ein paar weiße Klamotten und fette Beats. Dann machen wir uns einen netten Abend. Ein netter Abend bedeutet, das Kind zu finden. Und wir haben eine Schwarzlichtbirne gefunden. Können wir Dooley immer noch ansprechen? Bist du mir gerade in diese Kammer gefolgt? Ich dachte, du brauchst vielleicht Rückendeckung. Hm. Sehen. Der ganz andere Müll ist ein nutzloser Müll. Ja. Ähm. Das Arbeitszimmer. Abgeschlossen. Ich frage mich, wo ich einen Schlüssel finden könnte. Ja. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Und können wir hier nach oben gehen? Können wir hier ansonsten den Aschenbecher? Ich hoffe, sie auch nicht in die Tochter. Ja, glücklicherweise bin ich selten in der Nähe eines Kindesdetektiv. Das hatten wir schon. Oh, wie schön. Blumen. Ein so edler Ort verdient etwas Besseres als Plastikblumen. Seltsamer Platz für ein Telefon. Da hat er nicht Unrecht. Okay. Ihnen scheint der Platz zum Zeich, ich meine, zum Abstellen ausgegangen zu sein. Schlagzimmer der Tochter. Oh, okay. Das ist anscheinend die Mutter. Mrs. Jones. Die Mrs. Jones. Hallo. Darf ich fragen? Meine Kleine, meine Kleine ist verschwunden. Können Sie mir etwas über, Ali? Sie ist einfach verschwunden, meine Kleine. Gibt es etwas? Sie müssen sie finden. Auf Wiedersehen. Das ist sicher die Zeit für Kunstdetektiv. Schwarzlicht, das sieht nützlich aus. Oh, Schwarzlichtstift. Nice. Okay, was haben wir noch? Schubladen. Ich habe keine wirkliche Verwendung für ein Dutzend rosa Socken. Und hier unten? Ich habe ebenfalls noch keine Verwendung für lauter... Ich habe noch nie ein Pferd mit fünf Beinen gesehen. Das... Dies könnte eine Zeichnung des mutmaßlichen Täters sein. Wirklich? Dann lasse ich eine Verhandlung einleiten? Nein, Dodi. Irgendwann macht das nicht. Wenn ich mir das so ansehe, glaube ich nicht, dass sie jemals den Kunstunterricht besucht hat. Ist aber gemein. Teddy? Oh, kann Teddy was sagen? Sag mir, wo ist sie, Bär? Ich mache nur Witze. Du weißt gar nichts. Du bist nur ein Bär. Ein dummer, ahnungsloser Bär. Ja, okay, gut. Dann verlassen wir den Raum mal und gehen ins... Oh, können wir hier ran? Können wir hier ran? Ja! Farbvertöner. Der Farbvertöner ist untergefallen, als das Regalbrett nachgab. Jetzt ist es nicht mehr für drin. Tja. Kann man trotzdem nehmen. Ja, wir haben den Farbvertöner. Wunderbar. Was haben wir noch? Die kaputte Lampe. Farbtöpfe haben wir noch. Nehmen wir die Farbtöpfe. Sie sehen schwer genug aus, um jemanden K.O. zu schlagen. Kaputte Lampe. Hm. Scheint gar nicht kaputt zu sein. Nur ein durchgewandtes Glühbirnchen. Tja, die tauschen wir doch gleich und sagen... Eine schwarze Lechbirne, um den Ding schwarz zu leuchten. Ja, aber wie machen wir das denn? Okay, alles klar. Wir müssen gedrückt halten. Ich hoffe, dies offenbart keinerlei Dachbohnen sind. Wuhu. Was zum Henker? Tja, das sieht ganz und gar nicht verdächtig aus. Das Darkside-Portal. Okay. Also, bevor wir jetzt da reingehen, würde ich gerne nochmal ins Schlafzimmer der Eltern. Wuhu. Die Nanny. Erzählen Sie mir von Alice. Sie ist verwöhnt und steckt ihre Nase überall rein, wo sie nicht hingehört. Aber das passiert wohl mit einem, wenn man superreiche Eltern hat, schätze ich. Wie lange arbeiten Sie schon für die Jones? Jones Detective. Ach, äh, meinen Sie mit S enden? Äh, äh, Enten? Ach, äh, entschuldigt bitte. Jones, was? Jones, Joneses, Joneses, Detective. Auch wenn Sie mit S enden, muss man Sie in der Mehrzahl nennen. Okay. Ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für sowas? Es ist immer der gute Zeitpunkt für Grammatik. Also, sind Sie noch die Nanny? Die absolut unschuldige Nanny, genau. Haben Sie Schlüssel für verschiedene Räume? Ich bin eine Nanny, kein Hausmädchen. Stimmt, aber haben Sie? Ja. Dann kann ich doch sicher den Schlüssel zum Arbeitszimmer haben. Klar, da drin gibt es eh keine Beweismittel. Und wir haben den Schlüssel zum Arbeitszimmer. Äh, so, Familienfoto. Alice und ihre Mutter sehen hier sehr glücklich aus. Okay. Schublade? Es ist unhöflich, einfach so in anderen Leuten Schubladen rumzuwühlen. Ja, du, du bist mir eine echte Hilfe, Kumpel. Gemälde. Schwer zu glauben, dass dies dieselbe Frau ist, wie die, mit der wir gesprochen haben. Der ganze Stress hat sie schwer zugesetzt. Die scheint ein nettes Kind zu sein. Das ist aber geil, Alter. Zwei Farbe hier. Quadrate. Wie geil. Oh, schön. Das ist ein hübsches Kind. Ein nettes Kind. Keine Sorge, du wirst sie finden, Detective. Okay. Die Nanny ist eine schöne, Alter. Frag sie, ob sie Single ist. Du weißt schon, aus Ermittlungsgründen. Nein, nein. Das ist, nein, okay. Was können Sie mir über das Dämonentor am Dachgeschoss berichten? Nichts. Rein gar nichts. Das hat nichts mit mir zu tun. So viel steht fest. Ich war die ganze Zeit über hier. Auf Wiedersehen. Hier sind wir fertig. Im Moment. Und ich gehe zurück an die Arbeit und sonst nichts weiter. Ja, was machst du denn, Nanny, ohne Kind? So, okay, alles klar. Dann lass uns auf den Dachbogen gehen. Lass uns das Dämonentor ansehen. Das Muster an der Wand ist an manchen Stellen kaum mehr zu erkennen. Ich frage mich, was wohl passieren würde, wenn ich es nachzeichne. Ich mache mal ganz kurz. Das ist schon ein Veranschlag, leider. Die Musik ist mega laut, leider. So, äh, dann nehmen wir doch mal den Schwarzlichtstift. Zuerst muss ich einmal wissen, was ich zeichnen soll. Ah, okay, gut. Na, dann müssen wir wahrscheinlich ins Arbeitszimmer. Dort werden wir vielleicht etwas finden. Abgeschlossen. Ich frage mich, ob dieser Schlüssel dazu passt. Und schon sind wir drin. So. Roy Jones, Landjunker. Man muss schon ein ganz spezieller Typ Mensch sein, ein Ölgemälde von sich selbst zu besitzen. Ja, äh, es ist nicht unrecht. Eine alte Öllaterne. Es ist sogar noch etwas Öl drin. Kann ich die nehmen? Ja, Laterne genommen. Statue eines Hundes. Es, ja. Diese Statue ist hässlich genug, um eine Menge Geld wert zu sein. Wahrscheinlich. Es sind aber die hässlichen Sachen, die viel Geld kosten. Eine neue Büchersammlung. Dem Staub nach Zotan wurde sie schon seit einiger Zeit nicht mehr gelesen. Eine Schande. So. Stapel-Magazin. Seine Zeitschriftensammlung. Oh je. Dieser Kerl ist ganz besessen von Krügen. Von Krügen. Okay. Ein hinreißendes Paar. Was? 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 Kann man nicht das... Was? Kann ich das nehmen? Farbverdünner? Laterne? Das scheint mir eine schlechte Idee zu sein. Ja, vielleicht. Kann ich hier drauf rumkritzeln? Oh nein, das... Nicht während meines Dienstes. Schön. Streichhölzer? Das ist ein Anfängerfehler. Okay, dann machen wir doch Streichhölzer mit Laterne. Das sollte dieses Ding hier lieber anzünden. Für alle Fälle. Brennende Laterne. Und kann ich die jetzt damit benutzen? Oh nein, nicht während meines Dienstes. Okay. Ähm, ja. Das ist, ähm... Okay, vielleicht müssen wir jetzt einfach nur hochgehen. Äh... Vielleicht finden wir etwas an der Wand. Jetzt mit unserer kleinen Laterne. Das ist ein Anfängerfehler. Ja, ist auch schlitz. Auch nett. Sag mal. What should we do? Laut aufschrift für die Nutzung unter Schwarzlicht geeignet. Tja. Farbverdünner. Das ist ohne ein Herrlichtweg meines Dienstes. Das ist sehr schade. Dooley, hast du irgendwas zu sagen? Ich mag den Blick dieses Detekters nicht. Schön. Ich hätte selbst ein leuchtendes Grün... Ein leuchtendes Grün kommen, so. Das ist gruseliger. Ja. Kisten. Wo sind Kisten? Nur ein paar vergessene Erinnerungen. Schade. Schade. Okay. Na, haben wir da irgendwas übersehen? Schlafzimmer der Tochter vielleicht? Äh, Moment. Doch, Teddy war Opfer schon. Schlafzimmer der Eltern nochmal. Wir werden sie nochmal kurz ansprechen. Auch nichts? Mr. Jones, es scheint einen Dämonitor auf Ihrem Dachboden zu geben. Ja, das trifft sich ja gut, dass Sie hier sind. Nehmen Sie es fest. Es befindet sich auf unerlaubtem Gebiet. Wie bitte? Sie haben richtig gehört. Nehmen Sie es fest. Ich erstatte Anzeige. Anzeige ist raus! Ja, auf Wiedersehen. Ne, ich habe eben Zeit in Anspruch genommen. Ja, 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 ja. Also, irgendwas muss doch mit diesen Krügen noch sein. Das, ähm... Hinreißendes Paar. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Äh, können wir das denn... Nehmen kann es auch nicht, ne? Trauer niemals einem Mann über den Weg, der zu viele Bücher hat, sag ich immer. Wie viele Bücher sind zu viel? Sechs. Und wie viele Bücher hast du? Die Art, wie dieses Gespräch sich entwickelt, wird mir langsam unbequem. Ja. Äh... Roy Jones. Ich würde ja wirklich sehr gerne... Lichtspendende Laterne. Haben wir denn irgendwo einen Raum, der dunkel war? Die Kammer. Na, obwohl, die Kammer... Lichtspendende Laterne. Können wir die hier irgendwo... Ne. Oh, warte ich denn hier eigentlich? Die irgendwo warte hier drunter? Oder ist das... Wir haben eine seltsame Seite erhalten. Und zwar... Im Bett lag die. Verrückt. Okay, dann... Nichts mehr auf den Dachboden. So, okay. Okay, ich scheine alles zu haben, was ich brauche. Bereit für ein paar schaubige Striche. Und für... Das Nachziehen der Frieden-Symbole. Okay. Was sollten wir tun? Wir sollen anscheinend... Aha. Gut. Gut, 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 gut. Und... Das war... Was sollte es gewesen sein? Und das Tor ist offen. Losartig? Vielleicht ist jetzt ein guter Moment aufzuhören. Naja, mit allem? Wir gehen durchs Darkside-Portal. Selbst ich bin nicht so blöd, dort ohne Licht reinzugehen. Okay. Okay, Toni. Auf geht's. Nichts für einen guten Detektiv, aber ich gehe nicht auch nur in die Nähe dieser Gruff-Party. Ich halte hier draußen Wache. Hey, Alice. Hallo, Mister. Hey, Kleiner. Sind Sie hier, um mich nach Hause zu bringen? Ja. Gut, ich habe Hunger und die Geräusche von da unten machen mir Angst. Sicher. Lass uns von mir verschwinden. Oha. Oh, die Annie. Nicht so schnell, Detektiv. Bustuli. Dieser Idiot. Den habe ich umgehauen. Ich kann Sie beide hier nicht länger rundschnüffeln lassen. Also werde ich Sie hier einschließen. Nehmen Sie wenigstens das Mädchen. Oh, das habe ich vor. Ich bin immerhin Ihre rechtmäßige Betreuerin. Es gehört zu meinem Job, auf Sie zu achten. Besonders für den Fall, dass den Eltern etwas zustößt. Mal angenommen zum Beispiel, Sie wären in der Darkside-Version Ihres Schlafzimmers gefahren. Dort wären Sie jetzt, wenn Alice nicht in meinen Sachen rumgekramt und sich hier blöderweise selbst eingesperrt hätte. Ich hatte vor, die Füße stillzuhalten, bis sie verschwunden sind. Ich dachte, Sie hätten mittlerweile aufgegeben. Welcher Polizist würde denn ein vermisstens Mädchen aufgeben? Die meisten vom TNPD. Traurig, aber... Darum geht es also, ein Erbschaftsplan? Sie müssen schon zugeben, es ist ein ziemlich perfektes Verbrechen. Das ist es in der Tat. Selbst wenn Sie mich loswirken, was dann? Alice weiß genau, was Sie vorhaben. Sie ist ein schlaues Mädchen. Wenn sie so schlau ist, wird sie wissen, dass sie besser ihren Mund hält. Sobald Tuli aufwacht, sind Sie und Ihr Plan Geschichte. Hm, guter Punkt. Ich muss Sie dazu bringen, ihn mit mir hier... Was, was? Ihn mit mir hier reinzuziehen. Kommen Sie schon. Okay, zieh Dein Freund da rein und mach ja keine Dummheiten. Ja, das ist jetzt mal schön bescheuert. Da, nimm eine Kostprobe deiner eigenen Medizin. Naaaa! Yeah, wir haben es geschafft. Also, das Mädchen hat in den Sachen der Nanny herumgeschnüffelt und das Zeug versehentlich dazu benutzt, sich selbst auf den Dachboden einzusperren? Die Dark Side. Ja, aber ja. Das ist eine überraschend knappe Zusammenfassung der Dinge. Ja, das... ja. Wirklich eine Schande, dass die Nanny nicht zurechnungsfähig war. Sie war wirklich ein Hingucker. Tuli, sie hat mit schwarzer Magie rumgefuscht. Mit einem Plan, unschuldige Leute in eine Parallelwehr zu sperren, ihr Kind zu entführen und all ihr Geld zu stehlen. Ich habe doch schon gesagt, es ist eine Schande, herrje. Ich würde nur zu gern wissen, woher die Nanny dieser okkulten Bücher hat. Dieses Zeug ist heutzutage nur schwer zu bekommen. Ein Fall für ein anderes Mal, schätze ich. Als erstes muss ich herausfinden, welchen Papierkram ich für den Bericht brauche. Fall abgeschlossen, Luke. Nice! Okay, was für ein Fall ist das, Tuli. Weise mich ein. Fall? Nee, äh, ich muss ein paar überfällige Bücher zurückgeben. Also, dass ich drin, äh, lila Vortexding über dem Gebäude hat nichts damit zu tun, warum wir hier sind? Äh, ach, komm schon, Detective. Du wirst vor kaum das Wetter verhaften. Äh, was du nicht alles dafür tust, um deine Abteilung zu rechtfertigen. Hm, bringen wir es hinter uns. So, okay. Tuli. Wir sind jeden Augenblick soweit, Detective. Was, haben wir noch so irgendwas, irgendwas schönes? Hier streiten wir. Was glaubst du, wie viele Fälle wir lösen müssen, um einen Wagen zu bekommen, bei dem der Regen nicht durchsickert? Tja, das ist eine gute Frage. Es hält uns frisch. Sogar schaff's ja nicht. Äh, tja, dann gehen wir heim. Versäunen, Monsieur Björn? Ich hätte verlängern müssen. Wie soll das denn gehen? Ist ja nicht so, als hätte ich eine Streckbank für Bücher zu Hause. Okay. Du kamst auch mit deinem Charme nicht aus dieser Sache raus, Patrick. Regeln sind Regeln. Können wir uns nicht irgendwie reinigen? Hast du irgendwelche Parktickets, von denen du dich verabschieden möchtest? Tuli, versuchst du dich mit Bestechung, um die Strafe zu drücken? Nein. Hier habe ich eine Einigung für dich. Ich lasse deine Versäumnisgebühren fallen, wenn du das lästige Kind verhaftest. Kind? Das, was für den Sturm verantwortlich ist. Und du weißt schon, für die Geister. Geister? Was? Ja, ähm, Bücher? Ist das ihr Leserstapel? Oh, die habe ich alle schon gelesen. Dem Schreibtisch fehlt ein Bein, also benutze ich sie, um den Computer auszubalancieren. Ja, na klar. Äh, was haben sie über Geister gesagt? An diesem Ort spukt es. Du weißt schon, das Übliche. Das Übliche? Flackernde Lichter, schwebende Bücher, seltsame Geräusche, schaurige, purpurige Stürme. Es vertreibt die Leser. Und sie sagen, ein Kind ist schuld? Es ist der Einzige hier, der oft genug da ist. Verdächtig oft, wenn du mich fragst. Ich werde mir das ansehen. Tu es, oder ich rufe ein paar schrollige Priester und oder einen fragwürdigen, geisterjagenden Anfänger, um das in Ordnung zu bringen. Welche Bücher hat Duli sich ausgeliehen? Er hat, wie man einen Rave veranstaltet. Roseville, New Mexico, der Ort, an dem die Äliens Versuche mit uns durchführen. Und das Gesetz, was es ist und brauchen wir es möglich. Polizist, großartig. Hey, und es mit den Büchereilesergeheimnissen? Wirklich, kein Ding, Kuppe. Ich nehme an, das mit dem Gesetzbuch hast du aufgegeben. Er hatte zu wenig Bilder. Was lesen sie da? Guy. Guy Light. Die herzerreißende Geschichte eines Mädchens, das sich in einen umgekehrten Vampir verliebt. An was? In einen umgekehrten Vampir. Er kann nur tagsüber herauskommen. So geil. Ich bin an der Stelle, als ihre Prom Knight ist und er ihr verspricht, sie zu begleiten. Aber die Zeit schreitet weiter voran und plötzlich ist es nachts. Was passiert, wenn er nachts rausgeht? Dann wird er richtig lieb. Das ist ja ein geiles Spiel. Hört sich interessant an. Was? Das hört sich schrecklich an, Detective. Na dann, tschüss. Falls du etwas benötigst, ich bin hier. Außer, ich bin nicht hier. Großartig. Ich liebe ja diese Art des Humors. Das ist halt einfach toll. Pflanze. Aus einem gewissen Blinkwinkel gesehen hat Dooley verrückte Haare. Ja, Sideshow Bob lässt grüßen. Das hat Dooley zu sagen. Ich dachte, du findest den Besitz von Büchern verdächtig. Ist ja auch so. Aber für ihr heimes... Aber... Was für heimes Zeug liest du denn? Dass du es nicht in die Bücherei um die Ecke bekommen kannst. Vielleicht haben die Leute gerne eigene Bücher. Vielleicht ist das ein Bazillen-Problem. Bazillen? Du glaubst auch wirklich alles, was Hollywood dir erzählt. Ja, okay. Alles klar. Wir haben das Büro. Wir gehen mal ins Büro. Was? Ein Computer? Der Computer scheint kaputt zu sein. Okay. Das ist nicht wirklich. Der ist nicht wirklich kaputt. Der ist in Null. So kann man darin mehr Bücher aufbauen. Großartig. Großartig. Okay. Büro-Utinsien. Man weiß nie, wann man etwas in der Mitte durchschneiden muss. Oder in der groben... Ich schätze, bitte. Und wir haben eine Schere erhalten. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Lampe. Selbst die Lampe flackert. Okay. Kalender? Ich habe letztens für Doris besorgt, als ich aus dem Versäumnisgebühren rauskommen musste. Dieses Mal muss ich wohl härtere Bandagen aufziehen. Ah, geil. Die Sicht von ihr. Schön. Ah, großartig. Großartig. Fotokopierer. Ein älterer Fotokopierer. Ein alter Fotokopierer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der uns viel bringt. Tja. Oh doch. Jedes Jahr, wenn die Karte erneuert werden muss, macht Doris ein Bild vom Hintern fürs Archiv. Schön. Vom Hintern? Von jedem? Nur von meinem. Wenn ich so darüber nachdenke, das ist der Preis für all das Training, schätze ich. Ja, was haben wir denn noch? Mülleimer? Rosen sind rot, feilchen sind blau. Dein Kredit ist gestrichen, du arme Sau. Schön. Garderobe? Sieht aus, als wären einige dieser Mäntel schon seit Jahren hier. Wir sollten ihre Taschen durchsuchen. Ah. Du weißt schon. Nachbeweisen. Oh. Und wir haben einen Knopf erhalten. Ein Knopf? Okay. Cool. Ja. Dann, äh... Gehen wir mal wieder in die Lobby. Was haben wir noch? Wir haben einen Fahrstuhl. Ein Ruheschild. Ein Ruheschild. Geflackern ist nicht. Das Geflacker frustriert sicher ganz schön beim Lesen. Ja. Mein alter Fahrstuhl. Wo ist die Treppe? Wir haben keine. Es hatte hier gebrannt und ironischerweise war die Feuertreppe das Einzige, das zerstört wurde. Äh, das ist geil. Oh! Oh, was haben wir denn? Wir haben die Rezeption, Science Fiction, Fantasy und Kinder. Wir haben den Leserzahl Hobby und Horror, wo der Knopf kaputt ist. Der Knopf für den vierten Stock fehlt. Tetraphobie. Tetraphobie? Wie? Die Angst vor der Zahl vier. Es ist durchaus üblich, dass Gebäude in China keinen vierten Stock besitzen wird. Aber es gibt den vierten Stock. Der Knopf fehlt nur. Oh ja. Und wir sind nicht in China. Du hast immer auf alles eine Antwort, was? Okay, cool. Na dann würde ich mal sagen, düsen wir erstmal in den zweiten Stock, Science Fiction, Fantasy und Kinder Literatur. So, eine Statue. Ja, auf zu zwinkern. Äh, Pflanze? Was für seltsame Blätter diese Pflanze hat. Tja. Das, was, das ist nur der abgestorbene Baum, wo Doros Irrström vertrocknet. Das ist ja ekelhaft. So, Kinderabteilung. Ne, gehen wir mal in die Kinderabteilung erstmal. Oh, klein Devin. Was ist mit dem hier? Die Worte sind kurz und ich glaube, ich kann das ganze Buch von vorne bis hinten durchlesen. Hm. Oh, ist das für meine Altersgruppe geeignet? Ich habe ein Buch über Bücher für meine Altersgruppe gelesen. Ha, 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 ha. Ich habe ein Buch über Bücher für meine Altersgruppe gelesen. Okay. Das sind alles Bücher über Jungs und Zauberer und sprechende Hunde. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, ich mag es, weil ich alle Bücher über Jungs und Zauberer und sprechende Hunde hier schon gelesen habe. Okay, klein Devin. Mit wem redest du, Kleiner? Ich sage dir gar nichts. Ich habe gehört, was Leute passiert, die petzen. Die modernen Medien erschweren uns wirklich den Job. Okay, äh, wie holt noch? Ein schwebendes Buch. Nun, äh, das ist nicht richtig. Netter Trick. Aus welchem Magiebuch hast du das denn, äh, gelernt, Kleiner? Das ist keine Magie. Das ist... Nichts. Teddy? Du kommst mir bekannt vor. Habe ich dich schon einmal verhaftet? Das ist doch der Teddy aus Fall 1. So, was haben wir noch? Der Viewmaster. Ein Viewmaster. Die habe ich als Kind geliebt. Ich werde das nehmen und sehen, ob ich es benutzen kann. In Momenten wie diesen vermisse ich den Streifendienst. Und wir haben den Viewmaster. Schön. Wie toll. Was gibt es hier noch? Dinosaurier? Der Staub darunter passt nicht. Ich glaube, er wurde kürzlich bewegt. Aha. Lüftungsschacht. Da kommt ein kalter Zug aus dem Lüftungsschlacht. Das kann für die Gesundheit der Kinder nicht gut sein. Ja, klar. Da wurde recht. Zug ein Roboter. Ich hoffe, ich habe eines Tages ein Roboterhaustier. Ja. Zu viel Verantwortung. Füttern, Bäuchlein, Bäuchlein kraulen, ihm beibringen, die Menschheit zu beherrschen. Warum würdest du ihm das beibringen wollen? Ich möchte auf die richtige Seite stehen, wenn das Unvermeidliche eintritt. Sprechende Hunde. Ja, klar. Ähm. Ich möchte schon immer Züge und Straßenbahnen, aber keine Hängebahnen. Denken, sie werden was besseres, weil sie in den Lüften schweben. Ja. Okay. Bücher. Warum deine Eltern dich nicht lieben? Hohohohohoho. Alter. Das ist aber. Babyzetteln, Aufstand. Das hört man immer öfters. Ah, großartig. Kindergarten-Kate beschwört den Teufel. Schön. Ah, kann man jetzt hier so durchklicken? Guck mal. Mürrische Chris-Hast-Spielen. Okay. Lerne bis 107 zu zählen. Die höchste der Wissenschaft bekannte Zahl. Ein Leitfahn für babysichere Aufnahmen. Oh. Das ist bitter. Papas kleine Enttäuschung. Oh. Nein. Nein. Oh, das könnte er noch nicht bringen. Ist hier vorne? Erne und Barry. Vor dem finanziellen Ruin. Oh, toll. Das fand ich auch als Kind besonders toll. Das Buch. Kleine und große Scheiße retten den Tag. Okay. Vielleicht ist es deine Schuld. Oh. Das ist auch finster. Das reicht jetzt aber. So, wir gehen mal in die Science-Fiction-Fantasy-Ecke. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Ein Büchereiausweis. Wie bequem. Ich hatte erwartet, dass ich durch eine Reihe halb logischer Rätsel durch muss, um einen zu bekommen. Nice. Wir haben den Büchereiausweis. Es ist zwar ein alter, aber er ist unser. Unser. So, was haben wir hier? Ein Schachbart? Was ein großes, äh, was ein großartiges Spiel, hm? Ja, lustig aussehen die Figuren. Moment. Das ist Schwert und Schild. Und... Lebten wir im Mittelalter, dann würden wir die Abenteuer des Landvogts von Dünkelseut... 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 Süd... Sight... Scythe... Und seinen Büchel-Duni erleben. Aha, ja. Hier, Rakete. Als Kind wollte ich immer Astronaut werden, bis ich herausfand, dass sie ins All fliegen mussten. Müssen. Sieht aus, als ob ein Stück Aluminium von der Rakete absteht. Das könnte nützlich sein. Oh, und wir haben einen Blechstreifen. Ja. Ja, klar. Okay. So, was gibt's hier? Fantastischer Orbit. Ertrunken im Mondlicht, erwürgt mit dem eigenen BH. Klar. Dr. Hooms. Spannende Abenteuer durch Grammatik und Struktur. Toll. Weltraumwanderung. Mutig an Orte gehen, die sicher von anderen erforschen wurden. Schön. Wie man einen Wolf durch den Wolf dreht. Großartig. Massendefekt. Sie kamen aus dem Weltall. Sie waren Gehirne. Gehirne aus dem Weltall. Weltall-Gehirne. Blaster, Blaster, Blaster. Und andere Weltraumwaffen. Intergalaktische Ballistik für Katzen. So, was? Düstere Geschichten des Sudventures. Sudventures. Okay. Die Bücherei der Bücher. Drachen. Argeismus. Was? Der Wicher. Geschichte eines unschlüssigen Abenteuers. Ach, schön. Fantastische Gänse und wo man sie findet. Düstere. Ach, guck mal. Hier ist, hier ist, ja klar. Hier ist Science Fiction. Hier haben wir Fantasy. Düstere Geschichte des Sudventures. Okay, das hatten wir schon. Können wir mit dem Schachbrett irgendwann mal machen? Na, gehen wir mal raus. Wir haben ja noch eine weitere Etage. Die dritte. Da gehen wir mal hoch. So, hier haben wir Hobby und Heimwerken. Und hier ist der Lesesaal. Gemälde. Professor Theodore Bücherei. Erfinder der Bücherei. Nein, nein, nein. Ein Wort davon. Kein Wort. Nicht ein Wort davon. Es war. Ja. Ja, bitte sieht es mir nachfällig mal kurz ein bisschen beim Lesen. Etwas stolpere. Irgendwie, das ist manchmal gar nicht mal so leicht. Irgendwie mit diesen verschiedenen Stimmen zu sprechen. So, Kleber. Jemand hat etwas Kleber hier gelassen. Es ist kein Panzerband, aber es könnte mit zu sein. Wir haben Kleber gefunden. Fantastisch. Meine Gliederpuppe. Er sieht aus, als ob er springt. Das würdest... Du würdest ausspringen, wenn dir jemand einen Pfosten in den Hinten schieben würde. Das sind wahre Worte. Warte einen Moment. Das sind Ausdrücke von Kinderbildern. Schau dir... Schau dir noch Mr. Geldsack und seine tiefen Taschen an. Reich genug, um sich Kinderkünstler leisten zu können. Die Original... Die Originalwerke malen. Dieser Typ. Krass. Schön. Töpf und Pinsel. Warum sind das so ertratten? Du kannst doch die Kinder nicht in die Bücherei kretzeln lassen. Ja, in die Bücher kretzeln lassen. Okay, der wiederholt nochmal. So, hier haben wir die Heimwerker-Literatur. Hier haben wir Hobbybücher. Wie man Do-It-Yourself selber macht. Mit Do-It-Yourself kenne ich mich aus. Ich überrede immer meine Schwester, die Arbeit für mich zu übernehmen. Das nennt sich mittelmäßige Mysterien erschaffen. Von Spooky Doorway Team. Wer immer die sind. Ja, das sind die Macher dieses Spiels. Okay. Deine Regierung ist also kaputt. Von Si Guavara. Guavara? Der definitiven Leitfaden für Landschaftsgestaltung von außen nach unten. Panzerband in Unterhosen verwandeln. Gestalte deine Genitalbereiche nachhaltig. Schön. Dinge, mit denen du Marmeladengläser erfüllen kannst. Band 3. Würfel aus größeren Würfel machen. Schön. Detective. Das untersuche und ermitteln Rollenspiel in der Darkside-Welt. Okay. Kann man hier noch irgendwas? Kann man mit der Schere irgendwas machen? Scheren. Ja, sicher. Zum Schleinen. Nicht sicher, um damit rumzurennen. Okay. Nein. Okay. Da geht nix. Können wir mit dem Kleber was machen? So, gehen wir mal in den Leseseil. Oh, hallo, Miss. Ich hatte nicht erwartet, dass jemand hier ist. Oh, hallo. Ich bin Raksa. Ich bin hier, weil ich die seltsamen Vorkommnisse studiere. Ich schätze, das ist auch derselbe Grund, warum du hier bist. Oder, Detective? Oh, äh, sicher. Das bin ich. Untersuche immer Zeug mit Absicht. Sagst du mir, was du gefunden hast? Na ja, es gibt, äh, da gibt's nicht viel, aber da scheint es eine seltsame Konzentration von Energie im Nebenraum zu geben. Ich suche mal im Internet nach einer Möglichkeit zu verstehen, um was genau es sich hierbei handelt. Nun, äh, sag Bescheid, wenn du etwas findest. So, eine Tafel. Wer braucht keine gerade im 21. Jahrhundert? Die meisten Leute. Ein gutes Argument. Raksas Bücher. Ich hoffe, dass es nichts Verbotenes in diesem Stapel ist. Schön wär's. Hm. Ähm, du weißt, was ich meine. So, äh, eine Uhr noch? An langweiligen Orten wie Bibliotheken scheint die Zeit immer still zu stehen. Ja. Du siehst unwohl aus, Dohli. Das ganze Lesezimmerzeugs. Ja, wie, sollen wir jetzt hier lesen, oder was? Kann ich nicht irgendwo anders lesen? Kann der Raum an sich lesen? Und wenn? Was genau liest er? Du hast einen seltsamen Verstand, Dohli. Chief Scully sagt, das ist der Grund, warum sie mich in deine Abteilung versetzt hat. So, dann gehen wir nochmal in den Mikrofilmraum. Was haben wir denn hier schönes? Eine Mikrofilmkiste. Hm, das ist ein, das ist Strahlungsenergie, wie Ruxa gesagt hat. Ich glaube, das könnte ein Hinweis sein. Vielleicht. Hier gibt es einfach zu viel mitzunehmen. Selbst meine Taschen haben ihre Grenzen. Ja, da können wir hier nicht die Viewmaster? Der Film ist zu groß. Es ist ein runder, steckereckiger Anschlusssituation. Okay, und dann? Schiere? Nun, ich habe etwas historisches Material zerstört. Hoffen wir, dass es das wert war. Und jetzt kann ich... Nun, er passt. Schauen wir uns an, was ich nicht aus Versehen aus Twin Lakes jüngster Geschichte herausgeschnitten habe. Spinnmutten tun es erneut. Tun es erneut, hört sich an, als hätten sie einen Lauf, anstatt schon wieder ein Stadion niedergebrannt zu haben. Kürzungen im Hauptpersonal, am Hauptpersonal der Stadtbibliothek. Durch Kürzungen der Mittel bleibt der Bibliothek nur noch eine Notbesetzung. Ich weiß, dass Doris alt ist, aber das ist dann doch etwas unfair. Das bedeutet, dass hier sehr wenige Leute arbeiten. Oh, ja. Nur Doris gerade. Und sie ist in Wirklichkeit eine pensionierte Ehemamtliche. Warte Zeiten. Computeraktien gehen rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, links, rechts. B und A. Oh, nein. Was ist das jetzt? Konami-Code? Ja, ich glaube, Konami-Code oder Capcom-Code. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube, Konami. Ich hatte das nicht laut aussprechen sollen. Ich glaube, ich habe gerade etwas darauf besprochen. Ja? So ist es, Ash. So ist es. Klick, klack. Verrückter Detective fordert Kennzeichnungen für Teenager, wo Rituale die Toten zu erkennen geben sollen, die unter uns wandeln. Ja. Ich erinnere mich an den Fall. Was zum... Detective McQueen. Aha. Oh, hallo. Wer bist du und wie kommst du hierher? Oh, Alistair Crowley. Okay. Ich bin der, der nie übersehen werden kann. Der Schlamm aus deinen Albträumen. Der Kenner des Unbekannten. Aha. Das ist ehrlich gesagt nicht sehr hilfreich. Hilfe ist für die da, die sie anzunehmen wissen. Alles klar. Sag mir, wissen der des Unbekannten, was ist hier los? Ich weiß nicht so recht. Aha. Aber ich weiß, dass der Feigling Jitz einen versteckten Raum schützt, einen, der gewaltige Macht und Schätze birgt. Zweifellos liegt das, was für die spektralen Beschwörungen von mir und den anderen verantwortlich ist. In die anderen, die anderen. Detective, mit wem redest du da? Ich rede mit... Weißt du was? Ich weiß nicht einmal, wie ich es erklären soll. Ja, da sag ich doch mal Golden Dawn, mein Freund. Ähm, was haben wir noch hier? Ein Computer. Mal schauen, was wir online finden. Du hast das magische Wort nicht gesagt. Gib Passwort ein. Wir haben kein Passwort, oder? Nein, wir haben kein Passwort. Sieht aus, als müsste ich das Passwort herausfinden. Weißes Crowley? Wie war das alles nochmal? Jitz. Geheim Raum. Verrückte Macht darin. Wir sind cool, Bruder. Wir sind cool. Großartig. Es ist immer noch kaputt, aber zum Glück brauche ich es nicht. Jetzt. Tja, dann, ähm, Aktenschrank. Warum sollte jemand so viele Akten haben, dass man dafür einen ganzen Schrank braucht, um sie darin zu lagern? Das ist bestich eine Logik, ey. Oh. Wie wie geht's? Ah. Schau mal an, irgendwie. Äh, äh, äh. Wie ist der? Michael Butler? Wie geht's, glaube ich, oder so? Ich glaube, es war... Nicht ein irischer Dichter? Ja, okay. Bitte, Sir. Haben Sie einen Moment? Noch einen? Einen weiteren, äh, einen weiteren Geist. Ja. Mit, äh, mit Ihrer Frage haben Sie die meine bereits beantwortet. Hä? Entschuldigen Sie bitte, aber ich würde gerne wissen, ob Ihnen während Ihrer Reise dieser Schuf-Crawley begegnet ist. Stark, gar nicht voller Mann mit einem dummen Hut. Genau der. Ich wüsste, dass er hier irgendwo herumschleicht. Er hat einen versteckten Raum erwähnt. Ja, aber diesbezüglich sage ich nichts weiteres. Aber ich wollte... Kein weiteres Wort mehr, Sir. Kein weiteres Wort. Okay, ähm, gut, also wir sind anscheinend, ähm, 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 die Einzigen, die die Geistzahl sehen können. Also wird wahrscheinlich Raksa auch nichts anderes zu sagen haben. Warum trägst du einen Viewmaster, Detektiv? Oh, äh, das ist, äh, Teil des Spiels, äh, das ich spiele. Das Spiel beinhaltet auch, dass ich vorgebe, mit unsichtbaren Menschen zu sprechen. Keine weiteren Fragen, alles, äh, wurde vollendst, äh, wurde zur vollendsten Zufriedenheit beantwortet. Auf Wiedersehen. Okay, gut, haben wir denn, äh, noch woanders, jetzt? Ja, geh, jetzt geh. Bist du auch ein Autor? Ich erkenne dich nicht. Jo, aber nicht wie die eingebildeten Typen, äh, mit ihren literarischen Fiktionen. Ich hab letztes Zeug geschrieben, wie Hausverkabelung und wie man selbst Klempen hat. Denkst du, du kannst den Fasstuh reparieren? Na, hab ich denn Ausrüstung jetzt? Jo, ich brauche einen neuen Knopf. Nicht vergessen. Neuen Knopf. Neuen Knopf. Neuen Knopf. Moment mal. Ping. Können wir denn, bis jetzt klingt bescheuert, aber, top. Ich kann nicht mal einen normalen Knopf anbringen, geschweige dann diesen. Durch Streifen. Nennen wir das Plan B. Können wir, irgendwie, lass heute den Knopf Leitfähig machen. Yes! Wir haben einen Leitfähigen Knopf. Wie geil! Das müsste funktionieren, aber ich muss jemanden finden, der ihn anschließen kann. Na denn? Na dann? Na aber? Da hab ich doch einen im Sinn. Du bist auch ein Autor, ich erkenne dich nicht. Ja, 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 das hat mich schon. Dann nimm doch diesen Knopf. Könnte dieser Knopf den kaputten Fahrstuhlknopf ersetzen? Mal schauen. Sieht aus, als könnte ich das. Gib mir ein paar Minuten, um das hinzukriegen. Wuiiii, nice, okay, alles klar, er macht den Fahrstuhl ganz. Ähm, ich würde mal tatsächlich gerne... Danke, dass du den Fahrstuhl operiert hast, ja, ja. Helfe gern. Cool. Äh, wir mal ganz kurz hier zu den anderen Räumen. Okay, wer seid ihr? Pratchett. Ah, schön, Terry Pratchett, nice. Ach, großartig. Und Adams. Adams. Herbert Adams? Oder was? Naja, wir sprechen mal mit ihm. Oh, hey, Großer. Großer Fan deiner... Ja, Satzzeichen. Oh, hey, Punkt. Großer Fan deiner Arbeit. Danke. Ja, nicht du. Oh. Okay, also, sie wollen sich anscheinend nicht ansprechen lassen? Ich habe deine Detective-Bücher gelesen. Wunderbar, übertrieben. Okay, sie antworten nicht. Das ist nicht nett. Okay. Ich finde, du solltest das hier lesen. Ich habe das gelesen und fand es gut. Worum geht es? Es ist die Shishi über das Kind, welches tote Menschen sehen kann. Oh, das ist nichts für mich. Ich habe Angst vor Geistern. Ja. Miss Blyton. Miss Blyton. Nein. Annette Blyton. Äh, kurzer Funfact für die, die die Frau nicht kennen. Also, war eine Schriftstellerin. Und ich hatte sage und schreibe, glaube ich, über 700 Bücher geschrieben. Also, erwarte ich viel. Ich fürchte, ich befinde mich in der Gesellschaft eines ziemlich schrecklichen Haufens. Schmarotzer. Eine Menge davon. Das Kind? Nein. Er ist charmant. Ich meine die anderen. Okkultisten, Horrorautoren und Heimwerkfanatiker. Schrecklich. Eine Menge davon. Okkultisten. Ähm. Ja. Na, ok. So. Dann, äh, fahren wir nochmal nach oben. Oh, schau. Doris hat anscheinend endlich den Knopf repariert. Nein, das war... Ach, vergiss es. Uh. Der Bücherpark. Eine Sammlung von Büchern, die nirgendwo in der Bibliothek hinpassen. Wie, wie man einen Dinosaurier kocht. Wenn man jemals einfängt. Das Internet und andere Hobbys. Architektur der Gedanken von Sarah Bellum. Und MMO, Buchhaltung. Sei der fiktive Bankangestellte, von dem du immer wusstest, dass du er bist. So, klar. Ja. Ähm. Hier geht's nicht weiter, hier am Fenster. Sieht aus, als wenn man von hier aufs Dach hinlangen kann. Zum Glück verschlossen. Ich gehe bei dem Sturm sicher nicht wieder raus. Denn ab in die Horro-Ecke. Edgar L. Poe. Ach, wie schön. Du bringst nicht einmal kleine Mädchen zum Weinen, Howie. Oh ja, ich spiele auf Kraft. Nur, weil sie die Angst, die ich heraufbeschwöre, nicht verstehen können, Eddie. Du spielst mit gängigen Klischees. Deinen Groschen-Romanen fehlt der wahre Horror. Bestenfalls Gruselbrei. Deine besten Arbeiten sind nicht einmal von dir geschrieben. Ich hab keine Ahnung, wie ich vorher gerade Edgar L. Poe gesprungen habe. Betrüger. Untoter Trixer. Wenn du so denkst, warum hast du dann meine Arbeit versteckt, Eddie? Ich sage es noch einmal. Ich habe das Buch nicht. Du hast es wahrscheinlich versteckt, weil es dir zu gruselig war. Ja, du bist ein verbitterter Mann. Ach, schön, schön, schön. Er war so ein Kind. Ich bin ganz klar der größere Horror-Autor. Für mich schon. Mit meinem atheistischen Horror riss ich die Gedanken einer ganzen Generation. Auseinander. Mit deinem atheistischen Schrott. Richtig. Ich kriege dich, Kumpel. Komm doch, du kränklicher Kerl. Ihr zwei, hört auf oder ich sperre euch beide in eine Art übernatürliche Zelle. Er hat angefangen. Oh, gar nicht. Du warst das und dein... Ist mir egal, wer angefangen hat. Ich beende das jetzt. Wartet hier. Und keinen Mucks. Okay. Äh, übernatürliches Bücherregal. Das ist ein gruselig aussehendes Bücherregal. Duli, hast du was zu sagen? Hier oben war ich noch nie. Wegen des kaputten Aufzugs. Weil es hier oben unheimlich ist. Ja, da hat er nicht Unrecht. Zitronen für jede Mahlzeit. Hm. Hm. Es tötet. Ach, jetzt sind wir die geile Horrortitel hier. Gib einfach auf. Hals wehenbunden. Eine illustrierte Geschichte. Ei. 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 Eine Anleitung, seinen eigenen Tod zu dokumentieren. Auch schön. Ich hab sein Gesicht berührt. Jobs, für die du nicht genug... Oh, für die du nicht genug bist. Oh Mann. Mörder. Okay, alles klar. Gut. Also, die streiten sich um ein Buch. Ich hab jetzt auch bloß noch den Bibliotheksausweis. So ein Kleber. Ähm. Mal gucken. Achso. Ähm. Vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz hier... Was ist hier los? Ich habe sein verdammtes... Ich habe sein verdammtes Buch nicht genommen. Das war die kindische... Die kindische Bleite. Ah. Warum sagst du ihm das nicht? Er hört mir nicht zu. Er ist überzeugt, ich hätte es versteckt. Damit mehr Leute meine Bücher... Anstatt seine ausleihen. Unsinn. Mich kümmert sein Zeitgeist nicht. Meine Arbeiten... Sind seinen weit überlegen. Okay. Also. Wir gehen zu Kinder. Und... Zu Frau Blyton. Entschuldigen Sie. Haben Sie die Lovecrafts... Haben Sie Lovecrafts Buch gestohlen? Er und sein Po-Kumpel hören nicht auf, darüber zu streiten, wer von ihnen das gruselige Buch geschrieben hat. Ich nahm sein Buch in der Hoffnung, sie würden aufhören zu streiten. Anscheinend ist es nur noch schlimmer geworden. Nun, ich kann es nicht zurückgeben, bevor sie mit ihren dummen Gezanken aufhören. Ich kann es einfach nicht. Wie bringe ich den Beinen dazu, die Beinen dazu nicht mehr zu streiten. Das ist nicht meine Angelegenheit. Doch ist es. Ihr wollt dieses Buch. Ihr sorgt dafür, dass sie aufhören zu streiten. Es muss hier irgendwo ein schrecklicheres Buch als ihres geben. Das würde die Gezanken sicher beenden. Ja. Aber wo? Aber wo? Moment. Warte. Hat sie hier nicht... Ich würde mir gerne das Buch ausleihen, das sie da lesen. Ja. Du brauchst einen Büchereiausweis, um dir Bücher auszuleihen. Den habe ich. Kann ich einmal antragen? Ähm, nein. Ich kann gerade nicht helfen. Bin mit meinem Buch beschäftigt. Sorry. Doli, kann ich deine Karte benutzen? Sie sind immer noch Mahngebühren drauf. Ich wette, du willst wieder einen Deal mit mir machen. Stimmt's? Hm. Warum ist das Fenster zum Dach verschlossen? Aus Gründen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. Kann ich den Schlüssel bekommen? Fürchte nicht. Warum? Aus Gründen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. Sehr schön. Kann ich bitte das Internetpasswort haben? Ah. Und dir Zugang zu all meinen schlüpfrigen Manuskripten geben? Keine Chance. Doris, ich brauche das Kennwort für meine Ermittlungen. Und ich muss sicherstellen, dass meine Bücher sicher aufbewahrt werden, bis mein Genie erkannt wird. Also nein. Tja, tschüss. Hm. Falls du etwas benötigst. Ich bin hier. Außer ich bin nicht hier. So, okay. Wir haben... Ja, aber ich hab doch hier... Da, nimm ihn! Ich würde gerne das Buch ausleihen, das sie da lesen. Du brauchst deinen Bücher aus, weißt du? Ja, ich bin nicht... Ja, ich bin nicht... Wie dieser hier? Ja, gut. Aber nicht diesen hier. Das ist nicht deine. Das ist ja nicht mal dein Gesicht. Ja, das war dann. Okay. Aber warte mal, hier ist doch ein Fotokopierer. Ich will das wirklich nicht mit meinem Gesicht... Ich will da wirklich nicht mein Gesicht drauflegen. Ja, da musst du keine andere Wahl haben, mein Freund. Aber ich brauch ein Bild von mir. Ja. Was ich für den Job so mache. Wir haben eine Fotokopie. Sehr schön. Und... Kann ich jetzt... Ich fühle mich, als wäre ich wieder beim Basteln im Kippengarten. Kleberingsfoto und... Das wird der unglaubwürdigste gefälschte Ausweis, den ich in meinen ganzen Jahren als Kopf gesehen habe. Und gefälschter Büchereiausweis. Perfekt. So. Denn, junge Dame, her mit dem Buch. Ich würde gerne das Buch ausleihen, das sie da lesen. Du brauchst einen Büchereiausweis, um die Bücher auszuleihen, ja. Wie denn hier? Oh. Alles klar. Hier. Bitte schön. Paul. Paul? Sein Name ist... Mein Name ist Paul. Wie es auf dem Ausweis steht. Meinem Ausweis. Paul, Paul, Paul. Und wir haben einen Schwundroman. Ach, wie schön. So. Denn ab nach oben. Das seht ihr hier wie Butter schmieren, Freunde. Schwundroman. Ist das mein Buch? Nein, ist es nicht. Was ist das? Der schrecklichste Roman, der jemals geschrieben wurde. Und den hat keiner von euch geschrieben. Lass mich das sehen. Junges Mädchen, blablabla, umgekehrte Vampire, blablabla, Liebesgeschichte. Das hört sich schrecklich an. Seine pure Existenz lässt mich schaudern. Stimmt ihr zu, dass es schrecklicher ist als eure Werke? Hört ihr jetzt auf zu streiten. Einverstanden. Kannst du glauben, dass etwas so Abscheuliches existiert? Kannst du glauben, dass es so bekannt ist? Stoker würde sich im Grab umdrehen. Ich hoffe, der arme Kerr kennt das nicht. Wuuuuh. Nun, sie sind weg, aber was jetzt? Okay, jetzt müssten wir eigentlich nur noch zu Miss Blytons und ihr sagen, dass die aufgehört haben. Ich habe sie dazu gebracht, sich auf das schreckliche Bruch zu einigen. Kann ich den Roman jetzt haben? Gut, aber wage nicht zu verstehen, warum sie dieses abscheuliche Ding wollen. Aber ich habe es versprochen. Hier. Und wir haben den Lovecraft-Roman. Welcher ist es denn? Oh, du hast die Illusion des Kindes ruiniert, Detektiv. Ja, das ist mir ein Schnitte. Da haben sie ihr vergangenes Buch. Jetzt lassen sie mich in Ruhe. Na gut. Äh. Äh. Okay, wir haben jetzt ein Buch. Okay. Wen sollen wir das geben? Äh. Wir können es ja mal jetzt geben. Sie können das Buch haben, Sir, aber ich werde Ihnen nicht verraten, wie man den dunklen einen Ort betritt, in dem die Abtreume lauen. Nicht so lange Crawley hier in Ruhe schlägt und genau diese Informationen herausfinden will. Okay, alles klar. Also das Buch soll an ihn gehen, aber wir müssen Crawley es verschwinden lassen. Ich habe deinen Freund Jeans getroffen. Ich habe deinen Freund Jeans getroffen. Er sagt, du hörst nicht auf ihn, ohne hinterher zu spionieren. Er macht mir sehr viel Spaß, den Mann zu quälen. Ähm. So leicht. Holle dich. Er sagt, du willst in den Raum, den du erwähnt hast. Genau. Mir ist hier so langweilig, ich muss etwas tun. Etwas lesen. Warum gehst du nicht mit diesem Computer online? Zwei Wörter. Sichere Suche. Hehehe. Oh, richtig. Vielleicht kann ich das irgendwie umgehen. Bitte. Bleib einfach hier und mach gar nichts. Äh. Kann sie mir helfen? Axa, du meintest, dass du im Internet nach Zeug suchst. Wie bist du da durch die Firewall gekommen? Hast du etwas Unartiges vor, Detective? Ich, äh, nein, aber ich hab diesen Freund, der durch die Firewall der Bibliothek muss. Pff. Das ist ziemlich gut abgesichert. Die ist ziemlich gut abgesichert. Überraschenderweise. Ich schätze, Doris war besorgt. Jemand würde sich einhacken und ihre unveröffentlichte Fanliteratur klauen. Aber ich hab das Admin-Passwort, oh cool, herausgefunden. Somit kann ich die Blockade umgehen. Hä? Soll ich es dir geben, damit du es auch benutzen kannst? Bitte. Und wir haben das Admin-Passwort. Es ist 1, 2, 3, 4. Natürlich. Natürlich. Ah. Okay. Alles klar. Na dann. Jetzt sollte Crawley nach Herzenslust stöbern können. Okay, ich hab es so eingestellt, dass du alles aufrufen kannst, was du willst. Ohne Einschränkungen. Ausgezeichnet. Du willst dafür nicht hier rumhängen. Richtig. Ich lasse dich mal dein Kram machen. Mach beim rausgehen die Tür zu. Das ist okay. So geht's. Oh, ich, äh, ich, äh, ob ich es gespürt habe. Ja, die Augen dieses Biestes sind nun auf etwas anderes gerichtet. Die Luft ist jetzt Rainer. Also Rainer. Nun, Rainer ist vielleicht nicht der Begriff, den ich verwenden würde. Wie bitte, Sir? Vergiss es. Geh einfach nicht in den Raum, wenn du es vermeiden kannst. Für sie meinen. So, nun, was geht es da, um was geht es, äh, da bei diesem verborgenen Raum? Ich sage Ihnen alles, was ich weiß, äh, es gibt einen verborgenen Ort hinter den Horror-Abteilungen im 4. Stalk. Die Quelle der trügerischen Luftverschmutzung, die dem Gebäude zugesetzt hat, liegt im Inneren. Wie komme ich rein? Eines der Bücher in der Erlaubteilung ist ein Hebel. Betätigen Sie ihn und bringen Sie das, äh, bringen Sie das in Ordnung. Für Glück, Mann. Weißt du das, Duli? Was genau? Oh ja, natürlich. Wir müssen in den 4. Stalk und den verborgenen Raum, in dem wir ein Buch aus dem Erlregal benutzen. Warte, woher weißt du das alles? Intuition. Na dann. Auf, nach oben. Auf, in den 4. Stalk. Was ist das? Ja, gut. So, hier ist die Erl-Abteilung, denn soll das Buch wohl... Hier geht nichts. Aber es hört sich so an. Es scheint mir mit einem merkwürdigen Klickgeräusch einzurasten. Aha. Hebel. Richtig. Wir ziehen hier und... Tadaa. Nun, das ist die verborgene Tür, von denen Dietz und Crawley gesprochen haben. Schaureo-Portale sind ein wiederkehrendes Motiv, das ich nicht sehr mag. Lass mich raten. Du bleibst hier, um mir wieder den Rücken zu decken. Du hast es erfasst, Detective. Versuche dieses Mal nicht niedergeschlagen zu werden. Und hinein mit uns. Was zur... Was ist das alles? Magiker. Lester Crawleys Handbuch zum populären Zauber-Spiel. Der Gnostiker Leitfaden für Guts und Geister. Rituale für moderne Hexen... Hexuale. Okay. Das sind alles illegale Okkultismus-Bücher. Das ist eine ziemlich hässliche Funkgrube. Warum wusste ich nichts von dem Zeug? So, erster Ritualbuch. Eine Ausgabe von Ripley's Casted or Not. Sie ist bei Spirituosen... Was? Bei Spirituosenbeschwören aufgeschlagen. Okay. Ja, schön. Wenn ich es einfach schließe, klärt sich das Ganze durcheinander vielleicht von selbst. Autsch. Scheint durch diese fehlerhafte Verdrahtung aufgeladen zu werden. Na klar. Ein Buch. Ich frage mich, wo die hinführen. Ein Beispokar. Was? Ja, ein seltsames Ding. Um hier zu finden. Was ist denn der Junge gewesen? Ist die Kinderteilung? Totenkopf. Die normale Bibliotheksgebühr. Was? Oh, wir haben den Totenkopf. Wir haben den Totenkopf. Und wer bist du? Shelley? Also, was machen sie hier? Ach, Mary Shelley. Hallo. Hahaha. Die Dame, die Frankenstein geschenkt hat. Ähm, wie die Motte... Wie die Motte vom Licht, so werde ich von den unheimlichen Energien, die von diesem Buch aus gehen, angezogen. Ich mag gruselige Bücher und Elektrizität. Ich habe sogar Kerzen angezündet, um den Spukfaktor zu erhöhen. Ja. Alles klar. Freiliegende Drähte. Diese losen Drähte scheinen zum Dach zu führen. Ah, vielleicht... Aber wir kommen dann, wir müssen das Dach aufschließen. Bücher. Die periodischen Tabellen der geheimen magischen Elemente. Der Schaft. Ein kleines Loch. Ich passe nicht durch, aber vielleicht kann ich etwas runterwerfen, um zu sehen, wo es landet. Dopp-di-duuuu. Ich hoffe, das funktioniert. Oh. Polka-Pater-Bumpf. Mal schauen, wo das genandet ist. Hoffentlich ohne Schaden zu verursachen. Das kann jetzt nicht so. Also, ich könnte wetten, der kleine Junge war hier oben. So, passt ruhig. Ab in die Kinderabteilung. Und wenig überrascht sein. Was soll der Lärm? Ich kann mich nicht lesen hören. Also, Kleiner, was weißt du über die andere Seite von diesem Abzug? Ich, ähm, ich wollte das nicht machen. Was machen? Ich war einsam, also ging ich auf Erkundungstour. Da habe ich all diese tollen neuen Bücher gefunden. Aber das, was ich las, war gruselig und lief davon. Dann kamen die Geister. Ja, aber ich mag sie, weil sie jetzt neue Freunde haben. Weil ich jetzt neue Freunde habe. Sehen Sie, er ist ganz harmlos. Unruhestifter, sperrt ihn ein. In einem Raum voller illegaler Bücher? Sagen wir einfach, beides hebt sich gegeneinander auf. Nur wenn ihr die Geister loswerdet und ihn dazu bringt, sich gelegentlich auch mal woanders aufzuhalten. Er kann zu mir zu den Blutwölfen kommen. Oh, was? Blutwölfe? Die Bürgermeisterin zahlt nicht mehr weiter, äh, weiter, äh, die gute Tatsteuer. Okay, also mussten wir uns umbenennen. Hohohoho. Ist das okay für dich, Kleiner? Sicher. Ja. Das ist dann großartig. Aber zurück zur anstehenden Aufgabe. Wir müssen den Stromfluss ins Gebäude und in das Buch unterbrechen. Ihr müsst, ähm, ihr müsst zu dem Blitzableiter auf dem Dach gelangen. Hier, nehmt den Schlüssel. Heurika, wir haben den Schlüssel. Doli, wir gehen aufs Dach. Aber Träne draußen. Wir haben den Dachschlüssel. Froh genug, ein Blutwolf zu werden. Das bin ich auf jeden Fall, Mister. Ich kann es kaum abwarten, all diese Pfadfinder-Sachen zu... Blutwolf. All diese Blutwolf-Dinge. Äh. Ich habe bereits angefangen, über sie zu lesen. In Büschen rumschleichen. Telefonisch spricht abhören. Fremde bei Binärcodes lesen. Du wirst da voll drin passen. Hohohohoho. Also, wie gesagt, ich mag den Humor sehr von diesem Spiel. Das ist halt so dieser überdrehte Adventurehumor. Also, a la LucasArts. Toll. So, Fenster. So läuft's. Mann los. Ich schätze, ich habe mich bereits vor einem Raum in diesem Fall hier drückt. Ich wüsste, ich würde diese Karte zu früh ausspielen. Was hast du, Kumpel? Was hast du? Okay. Verkabelung. Noch mehr Inschriften aus dem geheimen Raum. Und sie führen zum Dach. Ja. Mal rin. Muss ich wirklich den ganzen Weg da hoch? Höhenangst? Nein. Ja. Ja. Was ist das? Okay. Antenne. Die Energie scheint von hier zu kommen. Die Energie scheint von hier zu kommen, aber sie ist zu mächtig, um hier anzugehen. Was ist eine Heidenlichtshow? Also, was soll ich machen? So schnell wie möglich runtergehen. Sieht aus, als ob der Stromkreis das Buch unten mit der Antenne verbindet. Ich denke, ich sollte diesen Stromkreis unterbrechen und dann die Antenne in den Hütterblätter anschließen, damit der Strom irgendwo hingehen kann. Ja. Das sollte es so tun. Also, wir müssen wahrscheinlich hier landen. So. Warte mal. Jetzt lass mich mal überlegen. Was können wir tun? 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 Stopp Nützen! Stopp Nützen! So. Das sieht gut aus. Autsch. Meine Hand. Und der Ringer hat aufgehört. Schau mal Detective. Der Strom klingt ab. Stell dir vor. Okay. Wir sollten jetzt in der Lage sein, das Buch zu schließen. Na dann. Runter mit uns. Das war mal diese Scheißdinger. Ah. Ah. So. Na dann. Mach mal zu das Ding. Flug. Und es funktioniert. Ciao Terry. Bye bye. Kofferraum ist erfüllt, aber ich verstehe immer noch nicht ganz, warum wir all diese Bücher mitnehmen mussten. Mussten. Duli. Die sind verboten. Schwere Schmugglerware. Dann haben wir eine Vereinbarung, Doris. Du bestrafst mich nicht wegen der Bücher und ich verklage das Kind nicht für das Eindringen in den Schacht. Ich gehe wieder zurück an die Arbeit. Kein Spuk mehr. Sie sollten auch die Verkabelung reparieren lassen. Na schön. Komm Duli, wollen wir zurück aufs Revier. Wir sehen uns im Camp Mr. Duli. Bis später Devin. Fall geschlossen. Ich bin sofort gekommen, als du angerufen hast. Was für ein Fall ist das? Fall? Nein, ich brauche nur einen Fahrer. Der Bahnhof ist geschlossen. Geschlossen? Ja, irgendein Geisterzug blockiert den Bahnsteig. Ja, lass uns fahren. Ein Geisterzug. Ja. Geisterzug. Wie auch immer, wir müssen jetzt los, sonst kommen wir zu spät zur Arbeit. Duli, es ist ein Geisterzug. Wir sind die Darkside Division. Denkst du nicht? Das versuche ich zu vermeiden. Das ist Detektivarbeit. Lass uns mal nachsehen. Na gut, aber wenn wir den Gratis-Donut auf dem Revier verpassen, kaufst du mir welche. Ach Duli, Duli, Duli. Na dann runter mit uns. Ein Ticketautomat. Bullen sind... Oh, schön. Mit A. Großartig. Scheint zu funktionieren, aber ich habe keine Münzen. Zeit, diese Dienstmarke einzusetzen und von meinem Polizeiprivilegien Gebrauch zu machen. Tja. Okay, also wir brauchen eine Münze. Benutzt du die U-Bahn oft? Nein. Bevor wir den Streifenwagen hatten, bin ich meistens mit dem Taxi gefahren. Ahem. Ahem. Was? Was? Hast du gerade etwas gesagt? Was? Ich... Ne, ne, ne. Okay, na dann. Sorry Detektiv, die Schranke ist kaputt. Wir müssen drunter durchkriechen. Können wir nicht zumindest drüber steigen? Nein. Die Versicherung für das Springen war zu hoch. Wir sind nur für das langsame Griechen abgesichert. Ein Kopf zu sein hat nichts mit dem zu tun, was das Fernsehen verspricht. Ah, okay. Dann sprechen wir nochmal mit dem Schaffner. Haben Sie eine Fahrkarte, Sir? Sorry. Wer sind Sie? Zugschaffner, Sir. Richtig. Sie sehen ein bisschen geisterhaft aus, Sir. Das tue ich. Das tue ich. Sie sind ein Geist? Überhaupt nicht, Sir. Geister sind blau. Zum einen. Und man kann sie nicht sehen. Nicht ohne passende Ausrüstung. Nein, wir sind von der Dark Side. Was machen Sie dann hier? Zug steigt fest, Sir. Mache meinen Job, damit die Passagiere in Sicherheit sind, bis das korrigiert ist. Korrigiert? Ja, Sir. Ich bin sicher, dass diese Jungs von der Bright Stone, äh Bright Side Division, ähm, sich das gerade ansehen. Bright Side Division? Bright Side Division. Richtig. Warum sind Sie hier? Wie ich sagte, Sir, der Zug steckt fest. Nicht sicher, was es verursacht hat. Wahrscheinlich ein Problem mit den Schienen, Sir. Müsste ich im Kontrollraum nachsehen, um sicher zu sein. Aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Hm, Fahrkarte? Dachte ich mir, ich fürchte, ich muss euch Feste bitten zu gehen. Haben Sie uns gerade Feste genannt? Sicher nicht, Sir. Sie müssen, äh, so etwas würde ich nicht sagen. Tja, na denn. Tschö mit Ö. Kommen Sie jederzeit wieder, Sir. So, wer ist er? Ein Straßenmusikant. Hör meine Lieder, Bullen sind mir zuwider. Seh ich einen, wird mir schlecht. Und ich muss sagen, das zu Recht. Wer ist der andere, seine Kumpanelle? Der scheint mir auch nicht ganz so heller. Kumpanelle ist kein Wort. Dichterische Freiheit. Staatskaspar. Großartig. Äh, ja, wie, äh... Oh, warte mal, hier jetzt noch weiter, in den Bahngleisen. Na, Reinigungswagen? Ein Pümpel. Aber ohne das Gummistück. Ein Stock also. Ha, okay, wir haben einen Griff. Schön. Müheimer. Hm, da scheint etwas drin zu sein. Schön, was denn? Ein Abholschein. Schau mal an. Der Schaltraum. Der Kontrollraum ist abgeschlossen. Na. Okay, alles klar. Also wir brauchen Schlüsse. Doli? Ach, komm schon, Detective. Du weißt genau so gut wie ich, wie die Dinge laufen. Ja, Reinigungswagen. Ich würde mich fragen, ob diese Kamera etwas nützlich erst angefangen hat, aber ich kann sehen, dass das Läuftnämpchen nur aufgemacht ist. Schön. Schön. Die Toilette. Okay, Spiegel. Hm, meine Augenbrauen müssen mal wieder gezupft werden. Oh, was bitte? Oh, bitte nicht. Okay. Ein gruseliger Typ. Naja. Ähm. Hi da draußen. Oh, tut mir leid, die Tür war nicht abgeschlossen. Ja, das Schloss ist kaputt und ich habe keine Füße, die ich dagegen stemmen könnte. Richtig. Äh, nun, äh, ich lass dich mal damit allein. Wow, warte mal, Daddy-O. Oh, ich bin in einer abgefahrenen Situation. Vielleicht kannst du mir aushelfen. Äh, oh, äh, um was geht es? Um, in der Bude ist kein Toilettenpapier mehr, Daddy-O. Und ich brauche das irgendwie. Ja, äh, sicher. Sicher, sicher. Wir können nachsehen. Okay, gut. Er, äh, braucht Klopapier. Ah, er ist an einer kleinen Notlager-Video. Gut. Aber ist das hier eine kleine Ratte? Tja. Tschüss, Ratatouille. Was zum... Was zum Himmel ist das? Was zum Himmel ist das so großartig, Herr Spruch? Hehehe. Nicht schlecht, aber ich glaube, wir sollten es, äh, dahin zurückschicken, wo es herkam. Flüsch. Das klappt nicht. Du könntest sagen, dass es, äh, unten taglich ist. Hehehe. Es da zu lassen, wo es jetzt ist. Ja. Äh, äh, äh? Hm? Ich muss etwas finden, womit ich es runterdrücken kann. Was musst du tun, Detective? Ich weiß nicht. Ich muss etwas finden, womit ich es runterdrücken kann. Ja. Hallo, Pupotentakel. Grüß dich. Hehehe. Das ist ja mal ein Öl-Graffiti. Ich gebe mir beim... Hehehe. Bei weit mehr Mühe, wenn ich in der U-Wand tecke. Hehehe. Was? Du hast mich gehört, Spitzel. Hehehe. Hehehe. Oh, schön. Oh, schön. Okay, alles klar. Schauen wir mal hier. Oh, hier haben wir, hier haben wir Klopapier. Gruselig, oder nicht? Keiner verdient es, ohne Toilettenpapier zu starten. Ja. Wahre Worte. Toilette. Klisch. Dieses Geräusch klingt wie meine Karriere. Seit ich der Tagzeit ja schon zugewiesen wurde. Ja. Du die. So, na dann. Hier, Kumpel. Hier, Mann. Sorry, dass du das hier so lange rumhängen musstest. Abgefahren, Dario. Hier, nimm diese Münze als Dankeschön. Und wir haben eine okkulte Münze. Yay. Ja, damit würde ich noch mal kurz probieren. Können wir hier noch weiter? Ne, können wir nicht. Ähm. Tatsächlich, um mal kurz beim Fahrkartenautomat mir jetzt mal eine Münze, äh Quatsch, ein Ticket zu ziehen. Es gibt nicht die geringste Chance, dass das funktionieren wird. Oh, doch. Drücke. Oh, richtig. Natürlich. Und wir haben eine Fahrkarte. Nice. Tschüss. So. Haben wir Schranke? Durch. Okay. Na dann. Äh. Agathe Ticket. Bitte sehr. Meine Fahrkarte. Na gut. Dann mal weiter, schätze ich. Partylöwe. Okay. Wen haben wir da noch hier? Hippiemädel und Oma. Haha. Okay. Ich mag deine Brille. Jo, ist meine Partybrille. Auf dem Weg zu einer Party? Immer, Liebling. Haha. Überall ist Party, wenn ich meine Brille aufhabe und ich habe immer meine Brille auf. Sogar hier. Jetzt. Wir machen Party im Zug. Ja. Hau mal rein, Kumpel. Hippiemädchen. Ach. Hallo, du da. Hey du. Was hast du vor? Ich war auf meinem Weg nach Frankenstein-Cisco. Haha. Frankenstein-Cisco. Großartig. Offensichtlicherweise. Aber dann saß mir plötzlich hier fest. Dieser Ort ist furchterregend. Wieso? Also erstmal gibt es hier kein einziges schreiendes Biest am Himmel. Niemand wird von Schattenmann verfolgt und nichts brennt. Nichts. Vielleicht bist du doch nicht so ganz mein Typ. Und der Oma. Oma Dooley. Du bist das? Sorry mein Schatz. Ich bin Oma Dooley. Hehehe. Du siehst aus wie mein kleiner Patrick. Obwohl... Ich heiße auch Patrick. Mochtest du als Kind auch? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja und ob? Ich sehe was, was du nicht siehst. Das Ende der Welt kommt. Die Welt frisst sich selbst auf. Blutige Flüsse überschwemmen die Straßen. Na das ist ja mal eine Sonnenscheinnummer. Ich kenne diese Version des Spiels nicht. Oh, das ist mit der Endzeit. Was, was? Das mit der Endzeit war Patricks Lieblingsspiel. Ach toll. Ganz toll. Ja. Na dann. Haut mal rein. Oh. Ah, ein Daxelportal. Es sieht aus, als hätten wir unseren Hauptverdächtigen für diesen ganzen seltsamen Beschehnissen gefunden. Sie haben das Recht zu schweigen. Wenn sie befragt werden, alles was sie sagen oder tun könnte... Dooley, was machst du da? Ihm seine Richter vorlesen. Und wie genau hast du vor, das zu verhaften? Mit meinen Handschellen. Offensichtlich. Topnoten für Enthusiasm. Ja dann, oh, gehen wir mal ins Portal. Sieht aus, als hätte der Violette Riss seinen Komplizen. Ich werde hier ein zweites Paar Handschellen brauchen. Ja. Agent Mick Scream. Okay. Sie kommen mir bekannt vor. Bemerkt das Feuer die Flamme? Bemerkt die Dunkelheit den Schatten? Bemerkt der Sturm den? Da. Wind. Regen. Verdammt, Mann. Ich hab den Faden verloren. Sie sind hier also der Agent, was? Wir sind alle Agenten. Der nie endenden Jagd. Diener der reichenden Todeslücke. Gott. Minister der Grausamkeit der Welt. Nun, ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Danke, es war eine Menge harter Arbeit und Nachtschichten im Büro. Irgendeine Idee, was hier los ist. Eindringer. Eindringer. Oh Gott, oh Gott. Eindringlinge. Freunde. Fleischige Ungeheuer. Dinge, die nicht hätten geschehen sollen. Die Spuren des Chaos verflechten sich. Also nicht wirklich eine Idee. Dann... Nein. So, so. Äh... Geheimratsecken. Wie kommen Sie damit klar? Na ja. Das Ende kommt für alle von uns. Entropie ist eine grausame Herrin. Ja, hoffen wir. Das kommt vom Aufwachsen in diesem seltsamen Loch. Na denn? Mit du? Ich gehe besser. Wir sollten alle an den Ort gehen, an dem wir am besten wären. Ja. Puh-puh. Oh Gott. Raxa. Endlich mal eine Autorität hier. Hey. Sorry Kumpel, aber du bist kein Deutsch schlauer als der Rest von uns. Hi Detective. Wie geht's? Raxa, was machst du denn hier? Bin gerade auf dem Weg vom College nach Hause. Dann wohnen wir hier ungeleitet. Wo auch immer wir gerade sind. Wir sind jetzt in dem Fall dran. Also mach's dir bequem. Wer meins? Schon gut, ist angekommen. Lass mich wissen, wenn ich helfen soll. Machen wir. Oh, so viele Leute. Kopfhörer. Hallo. Du Dadi. Ich frage mich, ob er weiß, was los ist. Wahrscheinlich nicht. Nein. Er weiß nichts. Herr Schaffner. Bleib zurück Monster. Wow. Ganz ruhig. Sorry, ich dachte sie wären er. Wer? Der intensive Mann. Was, der intensive Mann? Der droht jeden zu verhaften. Slash Essen. Der den Zug verlässt. Verhaften oder Essen? Ja, ich bin nicht sicher, wer das aussucht. Was ist hier los? Sie sind nicht... Sie sind wirklich nicht her? Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. Wir haben die letzte Station pünktlich verlassen. Dann waren da so komische blinkende Lichter und jetzt sind wir hier. Wo auch immer hier ist. Wo ist der Mann, von dem sie andauernd sprechen? Er sieht ein bisschen wie sie aus. Also gar nicht, wo ich sie sehe, also richtig sehe. Er stampft vor diesem Zug herum und schnüffelt nach Hinweisen und knut, wenn er uns sieht. Hat er bisher jemand verhaftet? Zum Glück nicht. Er scheint mehr bedrohlich als gefährlich zu sein. Tja, na denn. Mit Öte, du Flöte. Wenn sie noch etwas brauchen, ich bin hier. Tut mir leid, dass mit der Verwechslung vorhin... Ah, und der Nichtsnutz. Oh, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ah. Die Stimme geht ganz auf mein Kehlchen, gell? Das ist ja ehrlich, so ein Dude, oder was? Hey Alter, wir sind schon seit Uhrzeiten in dem Zug. Was geht's? Ich fürchte... Ich für meinen Teil sehe schwebende grüne Leute. Ich bin nicht... Hm, ich glaube, ich habe heute Morgen wohl ein bisschen zu viel gekifft. Und das Klischee erfüllt sich. Das solltest du mir vielleicht nicht sagen. Ich bin Polizeibeamter. Irre, Alter. Vergiss es. Ja. Okay, Feuerlöscher können wir die nehmen. Im Brandfall beten Sie, dass jemand den Feuerlöscher aufgekühlt hat. Schön. Haben Sie nicht. Ja, ich sollte besser hier bei diesen Leuten bleiben. Sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Ja. Ich bin müde von denen durch die Tunnel laufen, oder? Nee, du! Ach Gott. Lesen ist heute so richtig meins. Du bist müde von durch die Tunnel laufen, oder? Hör auf, deine Sherlock-Kräfte auf mich anzuwenden. Aha. Also wir sind tatsächlich in der Parallelwelt jetzt anscheinend. So, der Geisterkopf. Nun dann, nun dann, nun dann. Du siehst wie einer von diesen Lebenden aus, die hier überall rumhängen. Ein bisschen weiter vom Mikro weg. Officer Dooley? Name ist Guli. Chef der Brightside Division. Brightside? Division. Nachbarschaft. Nachbarschaft? Die andere Welt, die aus der du gekommen bist. Sohn. Ich vermute anhand deines Auftretens, dass du ein Detektiv bist. Obwohl, eher ein Glückloser. Hey. Ich nehme an, dass du diesbezüglich den Fall gewechselt hast. Um euer Welt-Version dieser... Was? Dieser Situation? Situation? Naja. Dieser Situation hier zu untersuchen. Bin ich. Kann sie helfen? Nein, Sohn. Kann ich nicht. Das ist nicht deine Zuständigkeit. Du solltest gehen und das uns Profis überlassen. und dich um unseren Zug in deiner Welt kümmern. Sollten sie sich das nicht ansehen? Zuständigkeit. Sohn. Scheint für einen gefährlichen Außenseiter wie dich ein abwegiges Konzept zu sein. Vielleicht sollte ich dich hinter Gitter bringen. Wo sagte ich's? So, der Straßenmusikant. Sing, mein Liedkumpel. Was? Du bist der Straßenmusikant, nicht ich. So funktioniert Straßenmusikant hier, du Tourist. Okay. Ähm. Okay. Jetzt können wir zu den Bahngleisen gehen und wir können nach oben gehen. Äh, schauen wir mal erstmal kurz hier. Das ist Sperrgebiet. Nur zugelassenes Personal. Bist du zugelassenes Personal? Nein. Ich glaube nicht. Weil Max Scream und ich die Einzigen sind. Also, solange du keiner von uns bist, empfehle ich zurückzutreten, Son. Tritt zurück. Oder sonst. Ja, okay. Dann können wir nochmal umgehen. Ah. Ja, tatsächlich. Wir haben also eine Art gespiegelte Welt hier. Fahrkartenautomat. Ist das... Weint diese Maschine? Haben wir hier? Schimmel? Ein fein, dunkler, fleckflauschigen Schimmels. Ich glaube... Sieht mich an. Oh. Ih. Pelziger Schimmel. Äh, ih. Digit. Okay. Und wir können nach draußen gehen. Ja. Komm und hol mich am Bahnhof ab, hat er gesagt. Routine, hat er gesagt. Arsch. Na, das ist ja toll. Bahnhofsschild. Züge fahren nicht mit Zeit. Sie fahren mit Treibstoff. Züge verspäten sich auch. Ja. Manche Dinger sind universell, vermute ich. Was zur Hölle war das? Das ist wohl das kreischende Biest. Na, das ist ja super. Dann haben wir noch. Brenne Tonne. Boris. Hilfe! Ich brenne! Was zur Hölle? Ich bin eine Brennende. Was? Was? Man könnte nicht noch... Ich brenne brennendes Fast. Ich bin dafür da zu brennen, du Trotteln. Dein Gewichtsaufdruck. Brillant. Ich bin, äh... Ich bin nicht einmal... Was für ein Scheiß, Alter. Was für ein Scheiß. Welche Schritten können hier in den Nachrichten stehen? Hahaha. Der Bürgermeister zeigt mir hin. Schön. Ach toll. Na, dann rein in den Shop. Ja! 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 Großartig. Großartig. Alles klar. So, Leute. Ihr haut mir jetzt mal bitte in die Kommentare, welchen der drei Charaktere und einen müsstet ihr mindestens kennen, kennt. Ja? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Das Piratenkostüm. Überraschen Sie Ihre Freunde. Überraschen Sie Ihre Feinde. Verwirren Sie echte Piraten mit dieser ineffizienten Piratenverkleidung. Kostenloses Rumhängen mit der Presse inklusive. Wunderbar. Biker. Biker-Kostüm. Seien sie ein knallharter Biker. Bike nicht enthalten. Okay. Schade. Sind Sie ohne Bike noch ein Biker? Seien Sie ein knallharter Fußgänger. Allerger-Lachen. Schließen Sie sich ein Gear-Gang an und gründen Sie eine. Falls es in ihrer Gegend keine gibt, die Fußgänger der Hölle, ich würde mich nicht mit ihnen anlegen. Ja, das ist die neue Serie, Sons auf Gehweg. Aber sie sind die Berge. Großartig. Oh, nein, Sir. Wurde so geliefert. Gute Worte, nicht wahr, Sir? So, und das Zaubererkostüm haben wir noch. Ein schnippischer, jugendlicher Zauberer. Und überall willkommen. Nun, nicht so sehr willkommen, weil er aufgetaucht und dann wird er da sein und er ist fast so mühsam. Was, was, was? Nun, nicht so sehr willkommen, weil er auftaucht und dann wird er da sein und es ist fast so mühsam, ihn loszuwerden, wie ihn einfach zu verlassen. Was? Was? Das ist sowieso meine übliche Partystimmung. Also, zwei Daumen hoch von mir. Alles klar? Punk, Punk, Punk. Verkleiden Sie sich als Punk oder als Straßenkämpfer aus der Zukunft. Oder Sie könnten das hier tragen und eine, weiß nicht, Karotte sein. Nun, ich bin überzeugt. Sie ist voll mit Nullen und Einsen. Wieso sollte das jemand tragen? Sagt der Herr, der einen braunen Müllsack trägt. Ach, kommen Sie. Das ist ein toller Mantel. Und dann heißt es, der Kunde habe immer recht. Was ist das hier noch? Perücke mit falschem Bart. Was ist das? Sieht ganz normal aus. Komm ich. Normal, Sir. Also, das ist die ultimative Säule, auf der der Sommer sich stützt, Sir. Ein Freund und Berater an der Not. Eine Schulter zum Anlehnen. Ein Mensch, der in einer Hütte ohne Klimaanlage lebt. Der legendäre Camp-Aufseher, Sir. Niemand würde einen Camp-Aufseher ankaufen. Oh, und ab, Sir. Das macht der Bart, Sir. Der zeigt den Kindern, wie man schroff und wild wird. Passend für das rauhe und alltäglich harte Leben eines Camp-Aufsehers. Nichts für Angsthasen, Verkäufer oder Warnduscher, Sir. Ja, okay. Na dann, hallo, ihr Ladeninhaber. Eine unsichtbare Person. Herzlich willkommen, Sir. Es ist uns, also mir und meiner Einers, und meiner Einers, ein Vergnügen, sie in unserem Kostüm-Shop begrüßen zu dürfen. Das ist also der Name. Kaputtes Schild. War nicht ganz eindeutig. Wenn's nicht kaputt ist, brauchst du dir nix reparieren. Hat mein alter Kumpel immer gesagt. Und wenn's kaputt ist, vielleicht trotzdem nicht. Hat er immer gesagt. Er war ein sehr pragmatischer Mann. Ja. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Sir? Möchten Sie Ihre direkten Vorsätzen bei der Arbeit einschüchtern? Wollen Sie eine sechsarmige Liebhaberin beeindrucken? Sind Sie es leid, wie ein billiger Penner auszusehen? Nein. Das ist unser Motto. Wie groß die Scham auch sein mag, Spider zieht was drüber. Okay. So, warte mal. Wir haben hier einen Abholschein. Können wir den benutzen? Ein Moment, Sir. Oh, Miss. Miss Biscotti. Ich bitte vielmals um Verzeihung, Miss. Ich hätte es wissen müssen. Nun, es ist für mich offensichtlich. Nun, es ist für mich offensichtlich. Ich werde nun die Sachen für Sie holen, Miss. Oh, äh. Ja, danke. Bitte schön. Für Sie. Miss. Eine Badekappe. Eine Badekappe. Schön. Danke. Schätze ich. Und wir haben eine Badekappe erhalten. Was sollen wir denn jetzt mit der Badekappe machen? Peter, schau mal. Griff. Nein. Ähm. Können wir eigentlich... Naja. Können wir die aufsetzen? Ich muss etwas finden, um die Ver... Ah. Um die Verkleidung zu vervollständigen. Bevor ich sie anziehe. Okay, okay, okay. Was? Bart. Hör mal. Schätze. Jetzt kann ich mich als Agent mit Screen verkleiden. Ach, nein. Nichts. Wann immer ich will. Äh. Shit, der Typ hat einen glatzerten Bart. Spartkappe. Ich fühle mich... Es fühlt sich falsch an, das hier zu tragen. Okay, also hier doch nicht. Ja, das hat man schon. So, wir gehen dann mal runter. Und vielleicht... Kann ich das hier anziehen? Zeit, das auszuprobieren. Ich will das nicht einmal selbst eine Verkleidung nennen. Zeit auszuprobieren, was immer das sein soll. Das ist großartig. So, können wir jetzt hier lang? Halt. So. Glaubst du, ich sehe nicht, dass das eine Verkleidung ist? Die hier ist besonders armselig. Weil sie aus etwas Schimmel besteht. Und dir eine gewisse fließende, transparente Qualität fehlt. Naja, es war ein Versuch wert. War es. Ich wünschte, der Agent, der mir geschickt wurde, wäre so ein Inno... Achso. Wäre so innovativ. Äh. Ich sage dir was, Sohn. Geh rein. Vielleicht kannst du das Ding immer noch lösen. Was ist mit dem Zuständigkeit? Zuständigkeit. Ich schreibe eine Lösung. Jetzt hau ab, bevor ich meine Meinung ändere. Genau. Danke. Okay. So. Okay. Schaltraum. Oh. Hier können wir rein. Ein Schlüsselbrett. Wer hat nicht gerne Schlüssel? Und wir haben einen Schlüssel. Hör mal. Eine Nachricht. Auf dem steht. Sie schiebt mich. Sie schiebt mich nicht. Aha. Nette, gesunde Beziehung. Der Computer. Alle Systeme funktionieren korrekt. Hier scheint alles richtig zu funktionieren. Wir fassen lieber nichts an. Nichts. Okay. Dass sich das nicht ändert. So. Shabishabushabab Poster. Sieht aus, als hätte er zu lange da drinnen gehangen. Ja. Skelettenkatze. Ja, wir kennen es nicht, weil diese Poster mit der hängenden Katze dran. So. Okay. Dann gehen wir hier mal raus. Müheimer. Erst voll. Mit Bildern von dir. Was? Von mir? Wie du ins Spiel spielst. Nette. Wo ein kleiner Pixel-Mann in einer Mülltonne schaut. Und Bilder von dir sieht. Was? 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 Okay. Rein in die Toilette. So. Spiegel. Siehst gut aus, Frankie. Ich denke eher, dass du dich gehen lassen hast. Klappe. Spiegelbild. Warte. Was? Also, wie gesagt, ich feiere diesen Humor so dermaßen in diesem Spiel. Der ist halt so geil. Schön. So. Detective McQueen. Dieser Ort sieht vertraut aus. Entweder ist das ein Hinweis oder hier hängt ein voller Zeichner rum. So, Leute. Oh, das Wasser dreht sich hier gleichzeitig mit und gegen den U-Zerker. Sehr schön. Schön. Na, wie seht ihr? Das ist ja eine Stilette. Es scheint etwas festgeklemmt zu sein. Das ist besser. Danke, äh. Ich meine Spiegel. Pümpelkopf. Wir haben den Pümpelkopf. Yeah. Das ultimative Accessoire war der Entkeimung von Toilette. Ein Pümpel. Hat die Toilette gerade gesprochen? Hast du gerade Spül gesagt? Nein. Doch. Hast du definitiv. Ich bin ein Detektiv. Ich übersehe keine Dinge. Wie sprechen die Toiletten? Oh, sie haben mich erwischt. Ich kann reden. Große Sache. Machen sie einfach ihr Geschäft und gehen sie weiter. Nein. Ich verstoße gegen keine Gesetze. Ja, Wachmeister. Ja, man muss sich überlegen. Würdet ihr auf einer Toilette eben gespricht? Na? Antwortet nicht sofort. Lasst euch Zeit bei der Antwort. Ich muss nicht, danke. Eine entsprechende Toilette. Und ich dachte, ich hätte einen Scheißschock. Nehmen Sie es mir nicht übel. Es bezahlt die Rechnung. Ja. Davon abgesehen, ich habe Träume, Mann. Ich werde ein Star. Ja. Träume. Eines Tages werde ich Komiker sein. Willst du einen Witz hören? Solange er nicht zu scheiße ist. Jeder ist ein Komiker. Vergiss das, Mann. So. Eingeschnappte Toilette. Naja. Was soll's. Jutz. Wir haben einen Schlüssel. Und einen Pümpel. Na dann würde ich mal sagen. Gehen wir doch mal auf die andere Seite. Was haben Sie da? Das ist, für mich riecht das nachher im Beweis. Aber das sollte er nicht nach drüben nehmen. Ah, okay. Was denn? Ach, der Schlüssel. Sieht aus, als müsste ich diesen Schlüssel zurückhängen. Bis ich einen anderen Weg finde. Und dann ihm vorbeizuschmuggeln. Okay. Okay. Alles klar. Also den Schlüssel können wir nicht mit rübernehmen. Ach gut. Schwupp. Dann muss man ihn jetzt erstmal wieder hinhängen. Meines Tages musst du mir gehören. Kleiner Schlüssel. Oh ja. Du musst mir gehören. Ähm. Ja. Was? Ich überlege gerade mit dem Pümpel. Ach, wir können das Tentakel versuchen damit runter zu. Stopfen. So, beiseite. Ach nee. Die Tulle. So. Mal gucken, ob das geht. Los, du kleiner Lutscher. Lutscher. Tentakel. Sehr gut. Ich sollte mithelfen, oder? Tja. Tschüss, kleines Tentakel. Und nun? Würde mich mal interessieren, wo der kleine Kerl jetzt ist. Ah. Warte mal. Vielleicht ist er ja auf der anderen Seite jetzt. Also ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber wenn wir jetzt mal von so einer gespiegelten Welt aussehen, könnte er vielleicht eventuell in die Wandertrug sein. Das ist ja mein kleiner Zappel, der Kumpel. Hier habe ich dich also hingeschickt. Ich fühle mich mit dem kleinen Kerl verbunden. Sollte ich ihm meinen Namen geben. Dave. Na klar, Dave. Schön. Ja. Ja. Ne? Die Anspielung hier ist wahrscheinlich auch sehr klar, in welche Richtung das geht. Ich nenne dich Dave, der Tentakel. Ach, schön. Schön, 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 schön. Kann ich ihn jetzt eigentlich hin und her schieben? Warte mal. Moment, Moment. Was ist denn, wenn ich mir jetzt den Schlüssel hole? Wer? Ich habe meinen Schlüssel. Ja. Jetzt mir. Kann ich ihm den Schlüssel geben und wieder rüberschieben? Halt das mal für mich. Machst du das, Kumpel? Ja, das geht. Das geht. Ich hätte es nicht gedacht. Und? Wenn ich dich pumpe, Dave. Erinnere dich daran, dass ich dich mit Liebe pumpe. Fromm Pümpel, Wissler. So. Und damit hat er den Beweis rübergeschickt. Das ist ja cool. Also, wie das funktioniert? Flippisch aus. Flippisch aus. So. Beiseite. Und? Hat er, hat er, hat er. Yes. Gib es mir. Danke, Dave. Hast du das Zentakel Dave genannt? Sei nicht einversüchtig, Dohli. Du bist immer noch mein Liebling. Und wir haben den Schlüssel. Und ich denke, er wird für diesen Raum sein. Das scheint funktioniert zu haben. Mal schauen, was hinter Tor Nummer 2 ist. Aha. Techniker Tam. Was? Seid ihr reingekommen? Tam hat die Tür von innen verschlossen. Das ist dein Werk. Nehme ich an. Die hätten den alten Tam, die fallen sollen. Wo er bei der Arbeit geschlafen hat. Ich habe ihm gesagt. Seine schwarzen Magie-Kurs. Was? Was? Ich habe ihm gesagt. Seine schwarzen Magie-Kurs begannen um Mitternacht und liefen durch. Was? Na, gehen fest, Dohli. Die Nägel sind mir wohl letztes Wochenende irgendwie verlegt. Muss ich wohl verlegt haben. Kann ich stattdessen diese Handschellen hier verwenden? So. Computer. Werfe Disk aus. Warnung. Virus entdeckt. Eine alte Diskette ist rausgesprungen. So muss der Virus installiert worden sein. Könnte noch nützlich sein. Und wir haben eine verfluchte Diskette. Eine dreieinhalb Zoll Diskette. Schön. Okay. Prost da. Raus, ihr Jungs. Ich habe schon gesehen, was passiert, wenn ihr zu lange rumhängt. Ja. Wovon sprichst du? Ich habe Sachen gesehen, Dohli. Müllämmer. Hör auf, um Müll zu wühlen. Eine unerwartet, aber seltsamerweise passende Notiz. Ach, schön. Sieht aus, als wäre das eine Sellerie für okkulte Vorgänge gewesen. Ei, ei, ei. Obwohl, die Zimtkerze erinnert mich an Weihnachten. Was wiederum schön ist. Der alte Temer hat nichts mehr zu tun. Gefängnis ist eine Strafe. Tja. Bleib hier, Dohli. Und sieh zu, dass der Typ nicht abhaut. Aber wie soll der alte Temer kommen? Hm, das ist, das ist der Punkt. Oh, das ist aber nicht fair. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. So, ich habe die Diskette. Soll ich jetzt in den Computer auf der anderen Seite stecken? Soll ich dies machen? Nein, danke. Ich möchte nicht wieder rausgehen. Aha. Soll ich vielleicht Ruxa geben? Ruxa, ergibt das für dich irgendeinen Sinn? Hm, lass mal sehen. Hm. Oh, das ist ein okkulter Virus. Klar, wer kennt's denn nicht? Ja, ich glaube, der ist an allen Schuld, was hier vorgeht. Ich kann dir wahrscheinlich zeigen, wie man auf meiner Maschine ein Antivirus erzeugt. Darauf habe ich gehofft. Danke. Oh. Also, was mache ich? Du musst die infizierte Disksektoren reinigen. Hört sich einfach an. Nicht ganz. Das ist ein Virus. Also wird jeder Sektor, den du säuberst, die umliegenden Sektoren infizieren. Du kannst auch den Virus von infizierten Sektoren zu sauberen Sektoren locken und dann die infizierten Areale reinigen. Warum sollte ich das tun? Um den Virus zu bekämpfen, musst du dafür sorgen, dass er sich irgendwo verstecken kann. Das bedeutet, du musst ihn austricksen. Das hört sich schwer an, als ich erwartet habe. Keine Sorge, ich habe ein Backup gemacht. Du brauchst nur auf Zurücksetzen zu gehen, wenn du ein Rollback brauchst. Dann kannst du von vorne beginnen. Danke. Okay. Lass uns das machen. So. Okay. Alles klar. Ähm. Also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich klicke eins an. Und die beiden seitlichen oder die angrenzenden Sektoren werden dann ebenfalls quasi hereinigt. Und umgedreht. Mal probieren oder doch mal? Hier, oder? Easy. Easy. Virus eliminiert. Okay, ich glaube, das ist es. Okay, losartig. Und du bist sicher, dass das funktioniert? Sicher ist ein großes Wort. Wenn man mit dem Okkulten zu tun hat. Aber ja, ich glaube schon. Nun, wenn es funktioniert, schuldet die Stadt her etwas. Wirklich? Weil ich eigentlich nur wegen diesem Haufen Parktickets in diesem Zug sitze. Und wir haben die Antivirus-Disc. Und. Ja, die müssen wir ja natürlich in den verseuchten Rechner in unserer Wein stecken. Schwupp. Und. Gib ihm. Lade den Antivirus jetzt hoch. Yeah! Wuh! Cool. Hervorger nach Arbeit, Detective. Du hast die Züge wieder zum Laufen gebracht. Doli, du verstehst, was hier gerade passiert ist. Richtig? Nein. Bringen wir diesen Kerl in die Zelle. Aha, aha. Wir wollten mich dahin bringen. Der Zug fährt nicht. Wir haben, wir haben gerade darüber gesprochen, dass das erledigt ist. Da hast du nicht zugehört. Außerdem haben wir dieses Auto. Das war kein guter Tag für Jam. Und Fall abgeschlossen. Fertig, Detective? So, ihr Lieben. Ich werde heute mal alle Stimmen mit meiner normalen Stimme reden. Irgendwie. Es ist heute... Ich habe heute extrem viel gesprochen. Ich kann nicht mehr. Dann seht's mir die Folge nach. Hä? Für McNuggets Ruhestand-Party. Der Catering-Service ist mit dem Kuchen eingetroffen. Schnapp dir dein Geschenk und dann los. Geschenk? Ich dachte mir schon, dass du es vergisst. Keine Sorge. Ich setze deinen Namen auf mein Geschenk. Es ist von uns. Ja, okay. Alles klar. Dann mein treuer Mantel. Kann mit allem kombinieren. Vom Shirt über Krawatte. Bisschen zur Sportbekleidung. Sehr schön. Dick Brickman. Hier ist Twin Lakes FM. Mit mir, Dick Brickman. Der euch Dick Brickman präsentiert. Das Wetter präsentiert. Sehr schön. Mit mir, Dick Brickman. Es regnet. Schalten Sie mich, Dick Brickman, später ein, wenn ich Ihnen Dick Brickmans Tricky Kicks präsentiere. Mit mir, Dick Brickman. Sehr schön. Fall Akten. Das wird jetzt meine Ordner über seltsame Vorkommnisse in Twin Lakes. Ja, Computer. Dieser Computer begleitet mich schon seit meinem Amtsantritt. Gut. Das Budget lässt ein Upgrade nicht zu. Tja, das... Na dann. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Wasserspender. Ein Glas kaltes, klares... Nein, das hier ist warm und seltsam gefärbt. Dankeschön. Kaffeemaschine. Nichts geht über den ersten... Über die erste Tasse Kaffee. Wenn ich mir ein Stück Kuchen dazu hätte. Google, Google, Google... Oh, warte mal. Was haben wir? Einen Kaffee haben wir bekommen. Oh, ist hier mit dem Ventilator? Warum funktioniert der nicht? Vielleicht ist der Motor kaputt. Das muss ich mir später nochmal ansehen. Und wir haben den Motor. Ja, nee, klar. Okay, cool. Komm hier mal rein. Oh, was haben wir hier? Okay, ich muss mal hier ein bisschen weiter wegrutschen. Tatsächlich ist diese Pixelgrafik ganz schön geil und sehr sympathisch und sehr wirklich, wirklich herzerwärmend. Aber auch sehr grob pixelig und ich muss auf meinem Bildschirm hier ein bisschen zurückrutschen. Egal. Ich mach weiter. Trophäen. Schönste Haare der ganzen Einheit. Okay. Das kann man ihm lassen. Was ist das? Das hier sieht selbst gebastelt aus. Der Beste im Nicht-McQueen-Sein. Oh, so fies. Helmpokal. McKin hat den dafür bekommen, der beste Taucher in der Einheit zu sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand anders an diesem Wettbewerb teilnehmen dürfte. Und wir haben den Helmpokal. Okay. Nice. Schicker Stuhl. Unterstützt den Rücken. Cool. Sein Gerät hat einen Ausschalter. Beeindruckend. Schön. Sieh, schackt die Pflanze. Schrank. Das ist voll signierter Bilder von McKin. Alles klar. So, McKin und der Chef. Der Schief. Ich schätze, das sind die Fotos, die man bekommt, wenn man mit der Bürgermeisterin verheiratet ist. Ah. Okay, alles klar. Das ist ja meine Bürgermeisterin. Töpfer-Scheibe. Hier gibt es Platz für eine Töpfer-Scheibe. Okay. Er töpfert also sehr gern. Gut. Und Rui? Dieser Ort ist fantastisch. Eines Tages könntest du auch so wichtig sein, wie das hier. Du musst dir nur den ersten Fall schnappen. Ja. Cis. Und löse die ganze Zeit Überfälle. Einen gigantischen Marshmallow-Mann verhaften ist kein, sondern das Ergebnis eines zu hohen Kaffeekonsums. Schön. Wir gehen mal wieder raus. Und weiter geht's. Oh, weiter. Hier. Vollbeschackung. Der scheint kein Druck mehr drauf zu sein. Ja, mich sollte das reparieren, bevor es wieder gebraucht wird. Und wir haben einen Feuerlöscher. Ein kaputter Feuerlöscher. Was haben wir hier? Der Schreibtisch von Officer Murakimi. Nee, äh, äh, Murakami, entschuldigt bitte. Dieser Typ hat immer einen Grund herumzulaufen und mit Leuten zu quatschen, anstatt seine Arbeit zu erledigen. Okay. Kopfhörer Kabel. Wer kennt sie nicht? Kaputte Drähte. Murakami wird das nicht stören, wenn sie weg sind. Alter, wir kriegen ja echt eine Menge jetzt hier gerade. Computerbildschirm. Scheint, Murakami hat einen neuen Highscore erreicht. Was auch immer er da spielt. Verdammt. Wie soll ich je besser werden als er? Wenn du mir immer wieder Arbeit gibst. Sag mir das bitte. Ja? So, das ist Wurzinski. Nicht reden. Arbeite. Freundlich wie immer, Wurzinski. Geh weg. Das war schön. Schön. Kann ich... Oh, Feuer. Okay. Du solltest Überraschung sagen, Detective. Nicht Feuer. Du, die Geschenke brennen. Das ist tatsächlich beeindruckend. Ah, Chief Scully. Chief, das ist ein Feuer. Los geht's. Ich habe euch, Detective, schon gesagt. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ehrlich, immer. Ich habe einen Verbrecherring aufgedeckt. Hier. Und ich habe meine Waffe verloren. Da. Immer das Gleiche mit euch. Nun, nicht heute. Ich entspanne und trinke etwas. Aber... In Stille, Detective. In Stille. Oh, jetzt haben wir hier eine Dose mit Schlagsahne. Hey, ich wollte eine extra Portion Sahne auf mein Stück. Oh, wir kriegen Schlagsahne. Was ist denn los hier? So, wir haben aber das... Das wird jetzt nicht funktionieren. Ein Verbrecher ohne Druck. Ja, ich sollte ihn erst wieder unter Druck setzen. Tja. Wir sprechen mal. Detective McNugget. Zwei Tage bis zur Rente. Ach, wie schön. Wie schön. Auch wieder eine schöne Anspielung. Und ich bin in einem Raum mit einem Feuer, das außer Kontrolle ist. Genau, wie die alte Zigeunerin sagte. Sehr schön. So, können wir dann hier irgendwie... Können wir mal was hier von den Pullen nehmen? Jungen, der macht damit ein Feuer aus. Chief, lass ein Feuer. Los geht's. Ich habe euch Detectus... Na ja, schon gesagt. Hab wir schon, hab wir schon, hab wir schon. Aber in Stille. So, können wir die Schlagsahne nehmen. Ein Sprühdruckbehälter mit Schlagsahne. Ich bin weg vom Fenster, wenn Chief Scully mich dabei erwischt. Können wir den hierin machen. Ich kann es 100% sagen. Ich hätte nicht erwartet, heute etwas derartiges zu tun. Wer hätte sagen... Oh, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Okay, wir haben Feuerlöscher voll mit Schlagsahne. Na dann. Jawusch. Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass das funktioniert. Aber okay. Somit wäre das hier erledigt. Warte, was ist das? Was ist das? Geschenk auf? Diese Ohne. Du meinst unser Geschenk? Du, woher hast du das? Aus dem seltsamen chinesischen Lahn, in dem wir letzte Woche waren. Durchsucht. Wir haben ihn durchsucht. Nach Gremlins. Das klingt nach rassistischer Profilerstellung. Oder Profilerstellung wahrscheinlich. Duli. Duli, er hatte eindeutig Gremlins. Die du dann gekauft und mit zum Revier gebracht hast. Na ja, dann fall abschlossen. Duli, der Deckel war abgebrannt. Die Gremlins sind weg. Und das Revier fällt auseinander. Wie ich bereits sagte, fall abschlossen. Duli, wir müssen sie finden, bevor jemand zu Schaden kommt. Hier, nimm das. Aber Kuchen! Ja. Ach, Duli. Okay, wir müssen Gremlins finden. Na, da bin ich aber gespannt. So kann man bis das hier Kuchen. Ich werde das Ding verschlingen. Finger weg. Wir schneiden ihn nicht an. Warum nicht? Aber schief. Äh, okay. Gut. Ähm, wir machen mal weiter. Ah. Oh, hier, guck mal. Ja, Detective McKin. Und er sagte, hey, das sind die Süßigkeiten von meinem Kind. Gib sie zurück. Oh, warte. Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Gibt es keinen Wookiee oder so, den du verhaften könntest? Das ist nicht... Was? Egal, McLean. Lebe lang und in Frieden. Dead. Ja, der ist ja... Also, er ist der Ehe-Mann der Bürgermeisterin. Dallas. Es muss so toll sein. Äh, ja. Es muss so toll für sie sein, einen echten Detective McKin zu haben. Von dem sie lernen können. Ach, ey. So, die Toilette. Das WC für Personal. So grauenhaft, die Leute suchen es nur in den allergrößten Notfällen auf. Okay, alles klar. Da kommen wir anscheinend nicht rein. Also, Wartenkammer. Finger weg, McLean. Okay, er lässt uns nicht rein. Irgendwas hat die Tür zur Asservatenkammer zerstört. Wahrscheinlich du und dein idiotischer Kumpane. Ich repariere das mit meinen männlichen Fähigkeiten und Moskeln. Sehr schön. Wenn du wirklich helfen willst, hol mir noch einen Kaffee. Kein Zucker, Dallas. Ist süß genug für mich. Oh, du bist so böse. Ich hasse diesen Mann. Er ist so anziehend. Ach, Tuli. Ach, Tuli. Sein Kaffee, Alter. Sie sich geschüttet. Schwarzes Gold. Herzschrittmacher. Jakobs Dönung. Adrenalin. Brause. Kaffee. Wunderbar. Schön. Da drin ist ein Magnet, der mir helfen könnte. Was? Die Münzchen Regels öffnen. Was? Wie kriegt ihr den denn raus? Da drin ist ein Magnet, der mir helfen könnte, den winzigen Riegel zu öffnen. Also, der würde Motor drin sehen, wahrscheinlich. Nicht im Kaffee. Empfang. Gehen wir zum Empfang weiter. Oh, hey. Officer Kell. Officer Kell. Er sollte ein Spürhund werden. Aber jemand hat entschieden, ihn auf Süßigkeiten abzurichten. Oh, wie süß. Aber denkt doch nur an all die Verbrechen, die mit Süßigkeiten in Verbindung stehen. Bei allen Dingen könnte er behilflich sein. Stimmt. Wir hatten einen alarmierend hohen Rat an Süßigkeiten-Schmuggel in Twin Lakes. Gut gemacht, Officer. Los. Los. Nun, wo ich sowas nicht mehr brauche, finde ich einen funktionierenden Feuerlöscher. Wunderbar. Vermandskasten. Hier ist nichts weiter drin, außer Abführmittel. Irgendjemand hat es hier hingelegt, um uns mitzuteilen, dass wir alle voll, ja, Twin Lakes Polizei-Revier. Mit wem darf ich sie verbinden? Und wir haben das Abführmittel. So. Was willst du, Detective? Siehst du nicht, dass ich einen Empfangsschalter zu schalten habe? Ah, weg, feier den Humor in diesem Spiel. Ja, ist so geil. Finger weg. Da ist mein Mittagessen drin. Was? 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 Papierstapel hier? Ah, warum ist es zwischen den Akten versteckt? Damit es niemand rangeht. Ah, okay. Ja, das ist eine bestechende Logik. Du bist ein weiser Mann, Banks. Tja, dann, äh... Juli, hast du noch was zu sagen? Banks war mein Mentor, als ich der Bulletei beigetreten bin. Deswegen sind sie mich in den Dienst versetzt. Oh, 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 ihr Kremlin! Kremlin! Lecker, lecker, Träte! Er versucht, sich in die Datenbank reinzuhacken, die ganzen menschlichen Informationen zu klauen. Wir sollten ihn brutzeln, Detective. Aha, interessante Idee. So, Sally, hey Sally! Kann gerade nicht sprechen, Detective. Das System ist offline und ich kann nicht herausfinden, woran das liegt. Da! Hier! Guck doch einfach nach rechts! Ein Whiteboard. Das ist das erste Stück richtige Polizeiarbeit, das ich heute an diesem Ort sehe. Tasse. Das ist eine Tasse. Eine ganz normale Allerwelts-Tasse. Kann ich hier nehmen? Ich weiß nicht, warum ich das Verlangen verspüre, jeden Gegenstand in diesem Raum kommentieren zu müssen. Ja, warum? Schublade. Ist eine Schublade. Diese Schublade sind voll mit allerlei Gerümpel. Wie zum Beispiel Haarnadeln. Wo wir gerade dabei sind. Kann ich mir eine ausladen, Sally? Aber nur eine. Ich will sie unbedingt wieder zurückhaben. Ach, okay. Warte, warte. Ich will sie übrigens nicht wieder zurückhaben. Was auch immer du mit ihr anstellst. Oh, schlau. Und wir haben eine Haarnadel. Okay. Server kann man... Ein TLP-Server. Aha. Na, bis. Haar. Okay. Autsch. Geh nicht so nah ran, Detective. Das ist ein bissiger... Ein ganz bissiger... Er hat gerade... Ich wurde gerade... Ja, danke, Dooley. Daumen hoch. Ja, Daumen hoch. Daumen hoch. Freitagabend, 19 Uhr. Aber das Verbrechen schläft nie. Und wir, nun, wir arbeiten in Schichten. Und wir haben einen gesetzlichen Feiertag frei. Wir müssen die Resttage noch nehmen, Detective. Ja. Ist ja spannend. So, ich will ihn mal weiter zu den... Oh, ein Löschloch. Der Schlauch, den sie durch die Zellentürgriffe ziehen, um abends abzuschließen. Oh, okay, cool. Cool. Chief Scully hat wirklich eine Art Ordnung hier reingebracht. Nicht wahr? Und... Ein Schlauch ist unser. Können wir hier reinschauen? Ah, Tam. Es ist Tam. Der alte Tam schnibbelt gerne. Schnibbel, schnibbel, schnibbel. Tam, du darfst im Gefängnis kein Messer haben. Tam kann und Tam hat. Was? Herrlich. Ich fürchte, ich muss das konfessieren. Tam hat keine Wärme für dich im Herzen. Großartig. Und ein Messer. Tam schreibt überall seinen Namen, damit er weiß, was ihm ist und was nicht. Was ihm ist. Damit er weiß, was ihm ist und was nicht. Ach, das ist ja fast schon poetisch gesprochen. So, okay. Schauen wir, wer hinter Tür 2 ist. Ah. Roy. Ausfall Nummer 1. Detective. Ich werde meinen detektivischen Fähigkeiten anwenden und sagen, sie sind dran wegen Anstiftung. Hm. Beindruckend. Dein Verdacht, nicht seine Anstiftung. Richtig. Richtig. Trotzdem. Geben Sie sie her, Roy. Was hergeben? Ihre Streichhölzer und Zigaretten. Ich wünschte, ich hätte sie niemals getroffen, Detective. So. We're going to match this, Detective. Entschuldige, dass ich ihre Streichhölzer genommen habe. Ich bin mir da nicht so sicher. Hey. Vielleicht sollten Sie auch ein Detective sein. Nein. Und Tür Nummer 1 hat... Ah, die Ratte. Die Ratte. Dieser Typ hier genießt als Informant Polizeischutz. Ach. Wie schön. So, und Poster. Wir haben das aufgehängt, um ein Loch zu verdecken, das ein Gefangener gegraben hat, um auszubrechen. Dummerweise für ihn hat er sich einen Weg in den Rest des Reviers gegraben. Ja, genau. So, Toilette, warte mal. Lass dich nicht, was? Lass dich nicht durch deine Gefangenschaft herunterziehen. Seufz. Kann man mit dir sprechen? Nee. So, können wir denn Haarnadel... Haarnadel... Können wir mit der Haarnadel das Ding aufmachen? Ich glaube, ich kann die Schale aufheben, ja. Und wir haben die Magneten. Ah, super. So, der Motor ist weg. Wir haben die Magneten. Was können wir noch tun? Na, Moment mal. Gepanschter Kaffee. Ach. Kennen wir da jemanden, der unbedingt ein Kaffee haben wollte? Hey, McKing. Der ist für dich. Gönn ihn dir. Ha. Lass den Kaffee laufen, McLean. Ich könnte das Zeug den ganzen Tag... Oh, oh nein. Aus dem Weg. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, und alles? Ich hoffe, es geht ihm gut da drin. Die Leute von Twin Lakes brauchen einen Helden, zu dem sie aufsehen können. Ah, Kotz. Auf den Einsatz meiner männlichen Fertigkeiten und Muskeln, beziehungsweise ich muss einen Weg finden, dieser magnetische Schloss zu knacken. Dazu haben wir diesen Magnet, oder? Können wir den damit machen? Dieser Magnet sollte die Polarität umkehren und mich hereinlassen. Und hallo, Gremlin. Kau-Kau-Klauengesicht. Aha. Es ist zu gefährlich, noch näher ranzugehen. Ich muss einen Weg finden, ihn auszuschalten. Da haben wir den hier. Totkopf. Ein Plastikschädel. Überraschenderweise viel gefährlicher als ein echter Totenschädel. Zauberhut. Alles, was noch von der mysteriösen Truhe auf Beinen, die alles aufgegessen hat, fall übrig ist. Okay. Magischer Wälzer. Ich hoffe, diese illegale magische Schinkel wird es überleben, wenn die Tür kaputt geht. Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau. Andere Literatur. Bücher über Rollenspiele. Nicht wirklich verboten, aber trotzdem gefährlich. Sie zu lesen. Ja. Aber nicht zu gefährlich für unser wöchentliches Spiel. Richtig. Bulli. Psst. Sehr schön. Was haben wir hier? Grasgranaten. Betäubungsgranaten. Das könnte nützlich sein, wenn ich in der Lage wäre... Warte, warte, warte. Wenn ich in der Lage sein möchte, die Party früher zu verlassen. What? Ah, Grasgranate. Wenn ich jetzt die Grasgranate... Warte mal. Ohne einen Luftschlauch ist das nur ein Pokal auf meinem Kopf. Ja, na denn. Warte mal. Schlauch. Das hier anzuschließen. Und schon wird da raus. Ein Taucherhelm. Und den setzen wir auf. Du, nimm diesen Schlauch mit nach draußen und lass die frische Luft reinkommen. Was ist das für Scheuer draußen? So, Gasgranate, Freundchen. Ich biss. Nimm das, du kleines Monster. Oh-oh. Yay. Und? Kann ich den jetzt nehmen? Solange er noch bewusstlos ist, stopfe ich ihn mal lieber in meinen scheinbar magischen Taschen. Also, schön. So, ihr braucht Handgranate. Hey, das hat Spaß gemacht. Kann ich noch ein paar andere nehmen? Eine Granate sollte reichen. Schade. Okay, dann nehmen wir mal raus. Ich nehme den Helm besser ab, bevor ich hier rausgehe. Es gibt keinen Grund, damit durch das Revier zu laufen und Aufsehen zu erregen. Oder von jemandem im Bezug ausgelacht zu werden. So, wo geht's denn hier unten? Garage. Ah, guck mal. Äh, McQueens Auto? McKeens Auto. Oh, ist fies, ey. Unsere Regierung hat ein Klotz mit Rädern rausgegeben. Mal ernsthaft. Warum bekommt ihr all diese schönen Dinge? Einen gepanzerten Sportwagen. Dieser Trottel. So, Verteilerkasten. Hm, der Verteilerkasten ist fest zugeschraubt. Hm, Lüftungsschacht. Da kommt ein heftiger Zug aus diesen Schichten. Diese Schrauben müssen wahrscheinlich nur angezogen werden. Können wir den aufbauen? Und hast du ehemals versucht, keine Ahnung, so etwas wie das hier einzig und allein mit einem Schraubenzieher zu öffnen? Ich bin schon immer eher eine Art Querdenker gewesen. Oh. Und hallo, was haben wir da? Nun muss ich etwas finden, um es neu zu verkabeln. Ha, Kopfhörerkabel. Okay, mal sehen. Ich muss die Drähte von einem Knoten zum anderen gleichfarbigen Knoten ziehen. Ohne, dass sie sich überkreuzen. Okay, jetzt einfach. Ah, okay. Einfach rüberziehen. Oh. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Tada! Ha! Nice! Wir haben den Grimmeln gegrillt. Ja, das System ist wieder online. Zeit, ein wenig harte Polizeiarbeit zu leisten. Ja, super, cool. Gehen wir mal zurück. Äh. Nein. Auf der Seite. So. Hier. Und können wir ihn nehmen? Er ist ohnmächtig geworden. Lass uns ihn von hier fortschaffen. Und wir haben den zweiten Kreml. Wie viel gibt's denn? Drei, vier, fünf. So erzählen. Nicht. Äh. Äh. Jetzt nehmen wir den Skistand. Oh. Okay. Wieder bei mir. Wie ist der an die Waffe gekommen? Warum ist alles so unsicher in diesem Revier? Ja, schön. Pew, pew. Hi, hi, hi. Ja. Okay. Weiß keiner. Ich hab Streichhölzer und sie kann noch mit zwei bewusstlosen Kremlins schmeißen. Das ist Käse. Ich bringe klar. Sie sind futsch. Wenn ich sie wieder zum Narven bringen will, muss ich die Anlage im Keller in Ordnung bringen. Okay. Die Garage. Oh, warte mal. Hier ist noch weiter. Hallo, Handwerker. Du siehst nicht sehr beschäftigt aus. Werkzeug ist kaputt. Also sagt die Gewerkschaft, ich soll nicht da arbeiten. Nicht meine Baustelle. Ehre gern die Gewerkschaft. Ja, was? Äh. Du kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich? Äh. Nicht, dass ich wüsste. Nö. Gary Plinkmann. Hm. Äh. Sub, sub, sub. Okay. Werkzeugkasten. Oh, schön. Was dagegen, wenn ich es mir ausleihe? Warum nicht? Ich sehe mich sowieso so schnell nicht arbeiten. Und Universal-Schlüssel. Sehr nice. Was haben wir hier? Kalter, harter Lehmklumpen. Ich habe dafür gerade keine Verwendung. Au, warte mal. Da oben war noch eine Töpferscheibe. Aber er will sie nicht mitnehmen, oder was? Buch? Oh, äh. Das ist wirklich nichts. Nur ein Buch aus der Bibliothek. Hahaha. Ja. Ah, die Bibliothekarin. Wie geil. Säugnisgebühr. Der neue Roman ist draußen. Richtig dampfiges Zeug. Hahaha. Duli, ist das? Bist das du auf dem Titelblatt? Mit einer blotten Perücke? Ich, ähm. Diese Viecher werden sich nicht zufällig gegenseitig fangen. Oder, Detective? Duli? Das passiert, wenn ich mich nicht rausregen kann. Aus... Überziehungsgebühren. Es gibt Monster zu fangen, Detective. Hahaha. Oh, ich feiere es wirklich. Oh, warte. Hahaha. Lass uns das Wasser wieder zum Laufen bringen, falls noch ein weiteres Feuer ausbricht. Ui. Okay. Die Wasserrohre verteilen sich über das gesamte Revier. Zum Verhörzimmer bis zum Skistand. Ah, okay. Aber die Anlage scheint gerade kaputt zu sein. Wahrscheinlich die Schuld. Der kann nennen es. Die Sprengler sollten jetzt wieder funktionieren. Ihr macht mich noch arbeitslos. Tja. Dann. Aber erst einmal. Will ich doch hier das mal probieren. Die Gremlins haben alles andere hier zerstört. Ich bin sicher, dass es sowieso bald herunterfällt. Wenn ich das jetzt nicht entferne. Keiner von uns glaubt das. Aber ich bin so begeistert davon. Fight the system. Du Li. Wir sind Teil des Systems. Du vielleicht. Ich bringe diesen Platz von innen heraus zu Fall. Ich. 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 Wusste das irgendwie. Oh. Oh. Okay. 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 Ich hatte nicht erwartet, dass das passiert. Ja. Fühlst du dich deswegen schlecht? Nein. Die kommt in meinen Trophäenschrank. Ich meine, die lasse ich reparieren. Ja. Zweite. Detective. Wie bekommst du all diese Dinge in deine Tasche rein? Oh. Ich habe hier. Und wir haben natürlich die Motorhaube eingepackt. Na klar. Na klar doch. Wie schön. So. Dann mal auf zum Schießstand. Äh. Okay. Kann ich jetzt. Das sollte irgendetwas bedrücken. Ja. Das war's. Das Biest ist, äh. Das. Ich weiß nicht, warum ich mir mehr davon erwartet habe. Ja. Irgendwie. Warte mal. Können wir uns. Schutzschild. Mann. Ich möchte nicht, dass mein Kollege nicht dabei sieht. Okay. Einschussloch. Ich muss es einfach auf diese Weise abknicken. Nice. Yeah. Grill the Gremlin. Yeah. Grill the Gremlin. Grill the Gremlin. Das war eine schockierende Art, ihn außer Gefecht zu setzen. Sie wollen ihre neue Urne schließen und zurück zur Party gehen. Party. Da geht's rein. Schläfliges Monster. Okay. Alles klar. Einfach noch hinstopfen. Zurück in die Gefangenschaft. Mein monströser Freund. Und willkommen zu Hause, Kleiner. Oh Mann. Nicht jetzt. Uli, Alter. Ups. Ups. Das ist alles. Was machen wir jetzt? Sie ist zum Klo runterspülen. Sie ist zum Klo runterspülen. Ah, aber wir haben doch unten Leben gefunden. Wir haben doch Leben gefunden. Die holen wir uns. Vielleicht können wir den jetzt nehmen. So, nimm Stanislav. Das ist ein gutes Material, um Ohnen herzustellen. Sehr schön. Alles klar. Und eine Töpferscheibe war bei Mekking im Büro. Nein. War bei Mekking im Büro. Und zwar hier. Haut hin. Der ist zu trocken, um ihn zu benutzen. Aha. Zu trocken. Hm, naja. Dann hier. Gib ihm. Wasserspender. Oh, das weicht es auf. Garn. Okay. Na dann. Machen wir das. Woher weißt du, wie man eine Neurone herstellt? Ich habe den Film Ghost Nachricht von Sam sehr oft gesehen. Zu Vorstellungswecken. So, und wir haben eine Ohne. Und. Das macht keinen Sinn. Wenn die Ohne nicht durch Magie geschützt ist, wird sie brechen. Genau wie alle anderen Dinge auf der Dienststelle. Äh. 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 Ja, und nun? Und nun? Wie hier, wie machen wir sie denn magisch? Nehmen wir hier eine Aserbatenkammer. Magische Heilser. Mal den jetzt nehmen. Vielleicht kann man hier eine Anleitung finden, wie man magische Ohnen versiegelt. Ja, geil. Bitte. Und. Ach guck mal, jetzt können wir es nehmen. Und. Mal sehen. Abwehrrituale. Sprüche, um den Abwasch nicht zu machen zu müssen. Und. Aha. Ein Schaubild, wie man magische Ohnen versiegeln kann. Praktisch. Zeit für ein bisschen Ohnengestaltung. Und wir haben die magische Ohne. Na bitte, es läuft doch wie ein Länderspiel hier. Das war der erste. Und der zweite. Nun sind es zwei. Und. Machen wir den Hattrick. Das ist dann alles. Gott sei Dank. Lass uns irgendwo hingehen, wo es sicher ist. Ach guck mal. Oh, schon gleich hin die Stelle. Wie schön. Okay. Schloss in Ordnung gebracht. Nachts und Kremlins verstaut. Was haben wir da ausgelernt, Uli? Nicht so viel Zucker zu essen. Ich. Stürze gerade ab. Ich erinnere mich nicht mal mehr wirklich, was passiert ist. Aber ich bin sicher, es war nichts Wichtiges. Jetzt lass uns doch mit der Party. Hey, wo ist der ganze Kuchen hin? Wir haben alles gegessen. Warum ist das hier so ein Durcheinander? Was habt ihr zwei getan? Also da war und äh, wie jemand hat eine Gasgranate gezündet. Hässlich. Große, spitze Zähne. Und der Wagen war zerträumert, als wir ankamen. Meking war das? Noch eins für die Rubrik Darkside-Mätzchen? Das ist wahrscheinlich das Beste. Okay, nun. Ihr zwei fangt besser an aufzuräumen. Das Budget gibt nicht beides her. Eure Kapriolen und Reinigungspersonal. Oh Mann, Hausarbeit und kein Kuchen. Dieser Tag lief nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Fall abgeschlossen. Nun bin ich hier. Camp, was weiß ich. Was, was mach ich hier? Oh, immer, immer diese Kinder angerufen haben. Ich versteh nicht, warum du die sich nicht darum kümmert. Zeltplatz. Zeltplatz. Das passiert, wenn man die Leute über den Namen entscheiden lässt. Ja. Die anderen Auswahlmöglichkeiten wären Mördercamp, Opferfälle und der Ort, an dem du sterben wirst. Ist ja nicht schwer zu erklären, wenn man das gewonnen hat. Ja. So, auf einem schlecht gemachten Schild steht Pfadfindertreffen als erster hier. Das ist komisch, aber ich bin sicher, die anderen kommen bald. Dann setze ich einfach und denke nicht mehr darüber nach. Alles klar. Das ist eigentlich genau die Art Schild, die ich hier erhortet habe. So, na dann betreten wir. Das Lager. Es ist Jahre her, dass ich hier war. Erinnerung. So. 16. Ich schätze, dass kommt ein Nachtclub verfliegen am nächsten. Ja. Das Gekritze bedeutet, parken Sie Ihr Auto hier. Dann werfen Sie die Schlüssel weg. Bei dem Spaß, den Sie bei einem Pfadfindertreffen haben werden, brauchen Sie sich nicht mehr. Ehrlich. Okay. Oh, das Ei hat sich gelöst. Ich glaube, ich habe jetzt ein Schild. Und wir haben eine Holzplanke. Okay. Standschild. Ein Informationsstand. Jamie. Eigentlich steht da I. Steht das I für Inform... Was? Idiotensammelpunkt. Ich frage mich oft. Jamie, glaubst du, die Leute sehen das I und verstehen, dass es Gründe gibt, warum sie an diesen schrecklichen Ort nicht willkommen sein könnten? Ich glaube, das ist ziemlich klar. Was? Okay. Wir sprechen mal mit Jamie. Hi. Willkommen am Monstersee. Gehen Sie, solange Sie noch können. Was? Warum? Warum? Wegen dem Seemonster natürlich. Das ist unsere Hauptaktion. Vermeiden Sie es um jeden Preis. Okay. Äh. Jeden Tag stelle ich mir dieselbe Frage. Jamie, was ist... Stelle ich mir dieselbe Frage. Jamie, du hättest deinen Traum folgen können. Sage ich, du könntest ein Koch sein. Ah, jetzt verstehe ich mich auch... Jetzt macht auch Jamie Sinn. Alles klar. Aber dann erinnere ich mich selbst daran, dass ich keine Aromen riechen kann und denke, ich habe die rechte Entscheidung getroffen. Ich, ähm... Was machen Sie hier? Oh, jaja. Äh, ich bin hier nur mit allen Gedanken. Ich arbeite im Tourismusverband. Und das ist das Tourismusbüro. Wir, äh, es und ich erzählen den Leuten wundervolle Dinge, die man in Twin Lakes sehen und tun kann. Und was man vermeiden sollte, wie diesen See oder den Rest der Stadt. Hm, erzählen Sie mir mehr über das Camp. Das Camp hat seinen Namen, weil es der Schauplatz eines schrecklichen Massas, äh, Massaker war. Es ist auch der Ort, wo diese verärgerten, verärgerten Geister zur Ruhe gebettet wurden. Ja, ähm, okay. Unabhängig davon, es ist auch der Ort, wo jedes Jahr schreckliche Tragödien geschehen. Schön. Und es ist der Ort, an dem Kinder in die Ferien gehen und lustige Blutwolfe-Aktivitäten machen. Aha. Es erfüllt mein Herz mit Freude, so Schießspielen zu sehen und mit Furcht, weil alles hier so schrecklich ist. Okay, erzählen Sie mir mehr über das Monster. Oh, riesengroße Fangzähne hat es. Oder Franken. Vielleicht auch so ein großes Saugding. Aha. Und die Flügel. Oh, wenn Sie die gesehen hätten. Es sind wahrscheinlich Flügel. Aber wahrscheinlich auch Flossen. Schwer zu sagen aus der Entfernung. Es ist über eine bestimmte Höhe hoch und wiegt eine Menge. Darauf können Sie sich verlassen. Haben Sie es jemals gesehen? Mit einen Augen? Ähm, Entschuldigung. Das war eine Frage... Achso, das war als Frage gemeint. Mit eigenen Augen? Nein, nein. Ähm, da habe ich nicht. Hat das überhaupt schon jemand gesehen? Und überlebt? Um davon zu berichten? Nein. Wie viele Leute hat es gerüchteweise erwischt? Gerüchteweise? Wie viele. Bewiesenermaßen. Keine. In Ordnung. Ein Teufel ist es. Aber eine wundersame Attraktion für die Region. Ah, jeden Tag bin ich zerrissen zwischen Jamie. Die Leute brauchen das Biest. Das bringt gutes Geschäft. Und Jamie, das Monster ist tötet. Wahrscheinlich. Ja, da sage ich tschüss. Auf Wiedersehen. Laufen Sie und schauen Sie nicht zurück. Im Ernst. Wie haben Sie den Job bekommen? Ich habe an einen mächtigen Tourismusfamilie geheiratet. Ach, schön, schön. Können wir noch ein paar Flyer mitnehmen? Auf dem Flyer steht, komm und besuche einen von Schwindigs Zwillingssehen. Schön. Ja. Sie sind nicht wirklich Zwillinge, wissen Sie. Einer von Ihnen ist adoptiert. Ist das alles das Gleiche? Twin Lakes, sei mit der größten Einzahl Gebürtiger aus Twin Lakes. Schön. Ah, uns ging ziemlich schnell die Touristenantration aus. Ja. Hier steht, sprechen Sie mit einem Einheimischen von Twin Lakes. Jamie. Haben Sie gesagt? Niemand wird den ganzen Weg kommen, um mit dir zu reden. Aber da sind Sie. Ja. Äh, ich bin aus anderen Gründen hier. Oh. Okay. Gut. Na, den letzten Flyer. Komm und schau dir einen Twin Lakes Kanal Alligator an. Ich gebe es zu. Ich gebe es zu. Äh, das habe ich mir ausgedacht. Okay. Okay. Gut. Dann, auf zum Lagerfeuer. Blutwolf Devin. Da bist du. Ne. Du bist da. Devin. Du hast angerufen. Blutwolf Bully wird... Ach ne, Dully. Oh, er zeigt zu viel Blinze. Das sah. D sah aus wie ein B. Blutwolf Dully wird vermisst. What? Schluchz. Vermisst. Erzählt mir, was passiert ist. Viel weinen. Fragwürdig authentisches Wehklagen. Wissen wir nicht. Es war letzte Nacht hier. Er war letzte Nacht hier. Dann heute Morgen weg. In seiner Koje wurde nicht einmal geschlafen. Er muss von aliens entführt worden sein. Von einem Bären zerfleischt, wette ich. Lassen wir uns nicht von Vermutungen hinreißen. Wann habt ihr ihn zuletzt gesehen? Wir haben nachts heiße Schokolade getrunken. Und dann ging er ins Büro, um, weiß nicht, Bürokram zu machen. Ich würde sagen, da fangen wir mal an. Wir? Ich mache keine vollständigen Fälle alleine. Nur den bequemen Teil. Los, suchen wir uns einen Dully. Jetzt suchen wir uns einen Dully. Ballons. Ich bin kein Ballonlogist. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die nicht schleimig sein sollten. Was? Wieso schleimig? Balle? Ich bin kein... Ja. Ja, 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 ja. So, Feuer. Nettes Lagerfeuer. Habt ihr dasselbe auch gemacht? Emily hat das alles selbst gemacht. Ich habe das nicht angezündet. Ich habe nur den Flammen befreit. So habe ich mein Feuerflüstererabzeichen bekommen. Feuerflüstererabzeichen? Blutwölfe haben eine Menge nicht wirklich Pfadfinderabzeichen. Mag besser nicht. Okay. So, noch eine Frage. Trotzdem mal Emily. Hast du irgendwelche Marshmallows, Mister? Nein, aber solltet ihr nicht immer vorbereitet sein? Wir sind Pfadfinder. Uns wird beigebracht, nie vorbereitet zu sein. Äh. Alles klar. Heißt, dass wir nie für etwas vorbereitet, für etwas bereit sind, aber hilft ungemein. Budget eben. Oh Gott. Danke fürs Kommen. Diese beiden stehen kurz vor ihren Kernschmelze. Ihn zu suchen, sollte sie beruhigen. Kein Problem. Devon. Manchmal glaube ich, das Feuer flüstert mir zu, damit ich Sachen anzünde. Aber dann fällt mir ein, dass es nur Emily ist. Hitze! Okay. So, was haben wir denn? Zelte. Wir müssen Doli finden. This place is too tense, is out him to light him the moon. Aha. Baut spielen wie ein Tänz oder was? Auf Englisch hört sich Tänz, aha, wie Tänz. Fast gleich an. Und man kann einen sinnvollen Witz daraus machen. Aber nicht auf Deutsch. Das hört sich auf Deutsch überhaupt nicht gleich an. Ja. Zu erklären, warum ein Witz in der Übersetzung nicht funktioniert, anstatt eine Lösung zu finden, hört sich nach purer Faulheit an. Oh ja, absolut. Aber wir haben hin und her überlegt und es war spät. Irgendwann musste man die nie da abzettieren und ins Bett gehen. Was ist das schön? So, dann auf zur Hütte. Äh, Fliegen brauchen wirklich ein neues Hobby. Ja. Rechtes Fenster. Ein Schlafsaal. Erinnert mich ans Ferienlager hier draußen als kennt. Okay. Linkes Fenster. War ich hier gerade linkes Fenster oder rechtes Fenster? Egal. Hier ist nichts drin. Das Fenster bedeckt die Wand. Okay. Sie haben vergessen, den Raum zu bauen. Aber das Fenster war schon gestellt. Also. Ja. Okay. So. Oh. Telefon. Hallo. Hallo. Hier ist Jack Turner. Devons Vater. Ich wollte nur hören, ob mit dem Jungen alles in Ordnung ist. Nicht zu naiv bei der ganzen Natur. Hoffe ich. Nicht zu naiv bei der ganzen Natur, hoffe ich. Mama, es geht ihm ja gut. Sorry für den Anruf, Jack. Äh, ist ein Angsthase. Bist du auf der anderen Leitung, Barbara? Ich rufe nur kurz an. Barbara. Nur um nach dem Kleinen zu sehen. Ja, Barbara? Ihm geht's gut, Jack. Du musst nicht ständig anrufen. Lass ihn einfach eine gute Zeit haben. Ja gut. Nicht so etwas wie unvorsichtige Eltern, oder? Aha. Tja, Devon. Papa kann manchmal feucht werden, wegen extremer Luftfeuchtigkeit. Weil es im Dschungel, äh, weil es im Dschungel ist, oder weil man sich vor Angst anpinkelt. Oh. Großartige, großartige, großartige Dialoge. So. Hör auf, den Flyer anzünden zu wollen, Emily. Emily ist die kleine Pyromanin hier, blödes, feuchtes Papier. Ah, einer davon ist feucht. Und darauf steht, sehr echtes Pfadfinder-Treffen an diesem Wochenende. Dulis Rudel sollte kommen. Sie sind das beste Rudel und werden das Pfadfinder-Treffen gewinnen. Das ist echt. Okay. Es riecht fischig. Es ist der Flyer. Er stinkt nach Fisch. Okay. Einer davon ist feucht. Und darauf steht, sehr echtes... Okay. Das ist dann nochmal. So, dann haben wir das Büro und wir haben die Schlafhäume. Nein, erstmal die Schlafhäume. Poster. Die Blutwölfe von Amerika existieren nicht. Stelle keine Fragen. Kümmern dich um dein eigenes Leben. Na klar. Nicht die einladenden Poster. Man muss die Welt vermögen. Wir haben keine Zeit für löschen. Verkleidung. Eine Kiste voller Verkleidungsstücke. Lass uns ein bisschen was mitmachen. Und wir haben eine Verkleidung. Okay. So, hier. Kissen. Sieht aus, als wäre hier seit meinem letzten Besuch nicht sauber gemacht worden. Oh. Verbrechen aufdecken für Jungs. Schönes Ding. Hier ist eine Packe Marshmallows mit der Aufschrift Onkel Gloopies glitschige Freunde. Charmant. Hey, mein Geheimversteck. Gips, Gips, Gips. Nope. So. Hören wir noch was? Kurien. Ah, die Ober war meine. Okay. Dudi war unterhalb von mir. Ja, ich habe Dudis alte Kurien. So, habt ihr noch was zu sagen? Einer dieser Kurien ist voller Geld. Oh, ja. Wirklich? Mhm. Darum bewahre ich meinen Monopoly-Gewinn auf. Oh. Okay. Amelia. Ist das der Schlafzahl für Jungs oder Mädchen? Es gibt keine Geschlechter bei den Blutwölfen. Es begann als Kostensenkungsprogramm, war aber ungewöhnlich progressiv. Schön. Ah, die Kürrinnen gehören alle mir. Aber ich lasse meine Rudel dann schlafen. Oh, ist nett. Ist nett im Blick. Ein einsamer Wolf ist ein schwacher Wolf. Tja, gesprochen wie einer Große. Und ab ins Büro. Oh, was haben wir denn hier? Schön nicht. So, ja. Akt X lässt grüßen hier. Schön. I want to leaves. I want to be leaves. Sehr schön. Ich sage Dooley immer, er soll keine billigen Imitator von rechtlich geschützten Inhalten kaufen. Ja. Das ist wohl wahr. Eine Gitarre! Auf dem Aufkleber steht, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Ich schätze, die gehört Dooley. Wunderbar. Lampe. Die haben wir Dooley geschenkt, nachdem Emily die Raumbeleuchtung kaputt gemacht hat. Sie hat mich provoziert. Schön. So, was ist das? Das ist seltsam. Das ist so etwas, was in einem Ferienagel gibt. Das ist Betty. Aha. Jetzt wie Seti nur besser. Oh, schön. Hallo Amelia, Devin, Emily, Detective. Warum spricht es und woher kennt es meinen Namen? Und Detective, mein Name. Wir haben doch gesagt, er ist besser als Seti. Aha. Wie kann ich euch heute helfen? Oh, was kannst du mir über Dooleys Verschwinden erzählen? Nichts. Wenn Mr. Dooley ihm seine Geheimnisse anvertrauen wollte, hätte er ihm das Kennwort gegeben. Tja. Bestechende Logik. Was bist du? Wie kann es sein, dass du sprichst? Ich bin Betty. Ich monitore selber, sammle und werte Signale aus auf der Suche nach außerirdischem Licht. Leben. Ja, wie Seti. Ich verstehe schon. Ach, Seti ist ein Depp. Ich spreche 13 Sprachen, bin Schachgroßmeister und habe den Sinn des Lebens herausgefunden. Der Sinn des Lebens? Ja, aber Dooley hat das gelöscht, um Platz für sein Fernsehserien zu schaffen. Ah, schön. Ja, da wüsste ich auch nicht mehr drauf zu sagen. Ja, tschüss. Wir sehen uns. Ah, die Wahrscheinlichkeit beträgt 78%. Nur 68%? 78? Das sind Dinge in der Nacht, Detective. Das ist beruhigend. Die Aussage ist mit einer Wahrscheinlichkeit folgend 93% eine Lüge. Ja. So, wir haben noch einen Computer. Der ist an und Dooley ist angelockt. Ich bin nicht stolz darauf, aber vielleicht finde ich ein paar Hinweise. Ein Kindheitsfoto. Das waren gute Zeiten. Keine Angst, Kumpel. Ich finde dich. So, Papierkorb. Da ist eine Teil, die Passwort heißt. Mal sehen. Okay, also sein Passwort ist... Natürlich, Passwort. Kommt gleich nach 1234. Ehrlich, ich weiß nicht, warum ich darauf nicht gekommen bin. Okay, mein Computer. Da ist nicht viel drauf. E-Mails. Das sieht interessant aus. Grüße, Blutwolf-Gefährten. Ich, Rudel schätze ich, sind dieses Wochenende zu 100% legitime Pfadfinder-Treffen im Lager eingeladen. Ihr müsst kommen. Ihr müsst. Okay. Nigel, Blutwolf-Gefährte. Kein Grund, es nachzuschlagen. Aha. Der Browser. Sieht aus, als hätte er in einem Dullumination.com... Dulluminati. Wie Dulluminati. Ach, schön. Vorum, rumgehangen. Ach, schön. Das ist ein offener Tweet. Lille, liebe Dulluminaten. Die Regierung versucht, mich über meine Gehirnwelt zu finden. Ja, damit sie mich in der Filmindustrie zwingen können. Ja, wie kann ich mich schützen? Das ist ein Typ, der seine Postings nach oben schiebt und Dulli anpingt. Alle seine Beiträge sind signiert. Nigel. Mensch, ganz real. Aha. Ich fange an, ein Muster zu erkennen. Aber wer ist Nigel? Tja, wer ist Nigel? Tja, wer ist... Und die einen Dateien sind leer. So, okay. Dann... 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 Schauen wir nochmal, ob das Passwort wirklich Passwort ist. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Passwort eingeben. Uff. Na gut. Was für ein Signal hat Dulli gefunden? Ein 2,4 Gigahertz Ultrafrequenzfunksignal. Das ist... WLAN? Im Grunde das Internet. Aber... Hör auf dich mit mir zu Cyberverberüdernd, Maschine. Du solltest einfach nur Internet sagen. Warum hat es ihn geführt? Auf die andere Seite des Sees, Zockwelle des Signals. Die da wäre? Ich fürchte, das weiß ich nicht. Ich bin nicht gegangen. Ich habe keine Beine. Ich brauche die Info. Wenn du sie mir nicht gibst, muss ich sie beschlagnahmen. Ich fürchte, ich kann sie das nicht tun lassen. Dave? Ja! Voll! Alter, ja! So, ihr Lieben. Jetzt macht es mal plopp. Und ihr könnt euch nach dem Video, in dem Video, was oben gerade aufgeploppt ist, mal gerne angucken, warum dieser Satz jetzt mal richtig geil war. Ähm, Detective. Devin? Zur Seite, Mr. Zeit, mein hochniesiger AI-Abzeichen zu benutzen. Was? Warte, warum hast du das überhaupt so ab... Was? Warum hast du das überhaupt so ein Abzeichen? Aha, Blutwolfgeheimnis. Sorry. Und du kannst kein Muss-Wissen-im-Falle-von-Wissen-Müssen-Abzeichen. Mach einfach, was du so machst. Okay. Du durchsuchst die Karte nach Orten, an denen das Signal aufgetaucht ist. Und markiere sie. Und wenn wir genug davon gefunden haben, sollten wir die Route haben, die Blut-Alpha-Duby genommen hat. Okay. Wie weit muss man denn mit sich hin? Oh, nicht. Schauen wir mal. Ah. Okay. Und scorn wir jetzt hier mal hoch. Oh, ist er auf die Insel hier? Nee. Ist er hier auf die Insel? Oh, nicht. Oh, ist er jetzt hier irgendwo mittendrin? Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Okay. Jetzt auf die Insel. Nö. Jetzt kommen wir mal runter weiter. Nö, stimmt. Na, sag mal. Auch nix. Wollen wir jetzt zurück, oder was? Oh, oh, hier gibt es mal. Zwei Tasten auf einmal. Das, das geht. Ah, schau mal an. Okay. Da ist er. Und. Ist er wahrscheinlich auf die Insel, oder? Yeah. Oh, sieht wie eine Karte vom See aus. Zu was? Wohin? Zu Duli? Nicht sicher. Drucken wir es aus und schauen, wo es hinfällt. Wo es uns hinfällt. Ah, schöne, charmante Geräusche. Ah, so. Na gut. Dann. Hm. Telefon. Hallo. Hallo, ich nochmal. Wollte nur sicher gehen, dass Sie wissen, dass Devin gegen Technologie allergisch ist. Kann ich auch reden. Wurde mal von einem Toaster gebissen. Ja, klar. Er hat sein EMP-Gerät zu Hause vergessen. Ich kann keine Sekunde schlafen, wenn ich weiß, dass er da draußen in der Technik überfluteten Wildnis ist. Ohne zu wissen, dass das EMP-Gerät an ist und funktioniert. Also eigentlich, ähm, können Sie mir vielleicht Marke und Säen nummen. Hallo? Hallo? Barbara? Ich glaube, die Leitung ist tot. So, mein netter Papa. So. Oh, Kantine. Ach du Scheiße. Aquarium. Als ich das letzte Mal hier war, war das Feuer Plastikfische. Das ist ein Fortschritt für euch. Ein Schlauch. Ein Stück Schlauch, um das Aquarium zu reinigen. Ich denke, ich könnte ein kleines Stück davon nehmen. Blub. Und wir haben einen Schlauch erhalten. So. Was gibt's hier noch? Dosen. Eine Dose getrockneter Eier. Iiiiihihi. Was? Zu erwarten ist jedes Mal finde Huhn, wenn ich mache Omelette. Okay. So. Hundefreier Hotdog. Im Ernst. Unsere Produkte enthält 0% Hund. Garantiert. Nicht, dass man eine solchige Art hier erwarten würde. Halbgebackene Bohnen von Nichtdurchdacht-LTD. Na klar. Schön. Metalltasse in einer Dose. Kolonel, Mustards, Poison, Kostart. Eine Schachtel, Red Away. Oh yeah. Strahlungsbeseitigungspulver. Nice. Ah, schöne Anspielung auf Fallout. Großartig. Ah, hier gibt es alles. Schön. Schön. Ah, aber gerade. Okay. So, Töpfe. Töpfe, die sehen da genau aus. Braucht nix, Töpfe und Mahlzeit in Mikrowelle aufwärmen. Ja. Kann ich davon einen haben? Egal, ich nicht brauche. Okay, wir haben einen Topf. Und schepa, schepa, schepa. So, dann, Köchchen Agnes. Was? Haben Sie du die irgendwo gesehen? Ich habe gestern gesehen. Eigentlich bin ich... Habe ihn vor einen Topf weggejagt. Halte ruiniert. Aroma drangemacht. Nicht viele Leute hier. Und, was bin ich? Leute Polizei? Manchmal sind hier, manchmal nicht. Aber Sie sind hier. Oh, tut mir leid. Nicht booste. Sie sind Leute Polizei? Ich nicht denke. Oh, arbeiten Sie hier draußen? Arbeite mit Kindern. Passt zu meinem sonnigen Gemut. Ja, tschüss. Egal. Egal. Ich komme schön. Oh, schön. Die Kartine ist der beste Ort, um Messer zu finden. Jawoll. Emily, du bist mir immer sympathisch. Wofür brauchst du Messer? Willst du damit sagen, dass du in deinem Alter nicht weißt, wie nützlich Messer sind? Das ist tatsächlich eine echt kluge Antwort für ein Kind. Ja, äh, warte, du denkst, wie alt bin ich? 100? Äh, okay. Ich kann Torte in 34 Zutaten ausschließen. Schön, Devin. Das ist, das ist schön. Menü. Eintopf fragt nicht nach den Zutaten. Schön. Mia, was ist das Essen hier draußen? Wie ist das Essen hier draußen? Überraschend gut. Egnis ist vielleicht ein bisschen grießcremig, aber sie weiß alles zur Perfektion zu Mikrowellen. Ja, was bin man denn mehr? Schüsseln? Ja, die benutze ich, um Devin die Haare zu schneiden. Ah, deshalb trage ich diese Kappe. Schön. Okay, alles klar. Na dann, würde ich sagen, Seeufer. Oh, wo seid ihr? Ähm, Barry und Larry. Okay. Seid ihr auch hier, um es zu sehen? Um was genau zu sehen? Wir warten schon Ewigkeiten darauf, dass es auftaucht. Und das Warten wird langsam langweilig. Aber ohne ein Monster gesehen zu haben, fahren wir nicht heim. Na, viel Glück damit. Äh, warum seid ihr so erpichter auf ein Monster zu sehen? Wir müssen 100% des Twin Lakes Krypto... Was? Wir sind 100% des Twin Lakes Kryptozoologie-Clubs. Aha. Okay. Ihr beiden. Super. Wir sind immer auf der Jagd nach Seemonstern, Kanalalligatoren, Kraken und im Winter Jedis. Die Leute wissen das nicht, aber es passieren viele seltsame Dinge in Twin Lakes. Glaubt mir, das weiß ich. Ha. Entschuldige, aber die Cops haben keinen blassen Schimmer von dem, was hier wirklich vor sich geht. Ja. Geh zurück und hol Katzen aus Bäumen und überlasse uns die echte Detektivarbeit. Ha. Ha. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Nope. Nichts. Na dann. Tschübedö. Bis bald. Bis dich das Monster holt. Benzinkarnister. Ein alter Benzinkarnister. Ihr ist leer, weil ich ihn ausgeleert habe. Warum zur Hölle? Lass mich raten, um Feuer zu machen? Nein, ich habe es auf Devins Bett geschüttet. Damit jeder denkt, er hätte eingepingen ge. Ja, das ist klar. Was? Ich musste sicherstellen, dass die anderen Rudel ihn nicht von uns abwärmen wollen. Ja, klar. Flüttasche. Wir haben genug Nahrung, Tag lang Auf das Biest zu warten Alles schön frisch in Alufolie Okay Und ein Boot, ein altes Boot Und ein Benzin mit einem Loch Ich muss das reparieren, wenn ich damit Die Karte über den See folgen will Ich habe eine Eingebung Auf zum Lagerfeuer Jetzt Die Tasche war zu klebrig Also lage ich sie erst einmal hier drin Topf mit Marshmallows Und es wird wirklich überraschend sein Aber Topf mit Feuer benutzen Lass uns diese Marshmallows schmelzen Schmelz sie zu Boden Und wir haben jetzt eine Marshmallow-Pampe So und jetzt wäre mal Die Holzplanke Nun diese Planke ist jetzt klebrig Gehen wir Und wir haben ein klebriges Brett Aber das war noch nicht alles Denn der einzige Punkt, wo wir mit sie wahrscheinlich herbekommen Ist hier an unserem Auto Zurücktreten Zeit an mir nicht Feuersaft heraus zu beschwören Schlürf, schnürf Gute Arbeit, schätze ich Jetzt her damit Was? Gib mir den Benzinkanister Ich hätte wissen müssen, was du auf ihrer Seite bist Schön Ah, wunderbar Wunderbar, wunderbar, wunderbar So, was ist denn hier mit der Verkleidung? Nichts passt Das sind alles Kindergrößen Kindergrößen, könnt ihr die anziehen? Die Verkleidung haben Kindergrößen Aber ich weiß nicht, wie ich sie dazu kriege Sich als Ja, okay So, dann reparieren wir mal das Boot Das Loch ist gepflegt Jetzt noch Benzin finden Klitsch, Platsch, Plotsch Das war's, aufgetankt Ich schätze Jetzt wo es funktioniert Fahre ich am besten raus Und schaue mir den See an Wir gehen besser mit Raus Mister Zu gefährlich Kinder Ich sage euch, was ihr Was? Ich sage euch was Ihr bleibt hier Und passt auf Ob du die zurückkommst Falls ich ihn verpasse Aber Gefahr ist mein zweiter Vorname Nein Ist er nicht Sie schreiben Gefahr auf Alle deine Dokumente Oh, ja Wir müssen los, Mister Wir müssen Ah, hier Widerspricht mein Rechtsempfinden Allerdings Tut das die meisten Dinge Was? Allerdings tun das die meisten Dinge Die ich mache Also rein Ah, guck mal Hier Detective McQueen Hey, ich kenne Sie Dick Brickman hier Ich berichte von dem Ort An dem ich bin Für Sie Für immer Sie Sind Sie Was? Wo immer Sie Sind Für Twin Lakes News Mit mir Dick Brickman Ah, was machen Sie hier Ich, Dick Brickman Bin hier Um über die neuesten Neuigkeiten Zu berichten Und die neuesten Neuigkeiten Ist Die neuesten Neuigkeiten ist Dass in diesem See Ein Monster lebt Das ist nicht wirklich Eine Einmeldung Oder? Die Leute reden seit Jahrzehnten Über das Monster Über diese Monster Geschichte Einmeldung Polizei gesteht Von dem Monster Seit Und ich zitiere Ewigkeiten gewusst zu haben Sie sind Äh Wie sind Sie hergekommen? Ich sehe kein Boot Sie können die Presse Nicht ausschließen Und ich Dick Brickman Bin die Presse Okay Also wie lautet Einmeldung Das ist ein Polaroid Das ist ein Polaroid Eine Polaroid Kamera Geil Eine nicht besetzte Polaroid Kamera Ist egal Dick Brickman Sein Stelle Kommen wir zur Ah die Glühwürmchen Glühwürmchen Brennende Fliegen Ich habe viele ungeliebte Geschenke In diesen Wäldern vergraben Amelie Amelie Wie kannst du Kannst du uns durch diese Wälder navigieren? Das ist ein Fahrtfinder Ding Stattdessen Lernen wir uns Von dem allsehenden GPS-Satelliten Zu verstecken Okay Ne Der du nicht Du Nicht mein Freund Schild Nichts drin Nein Sir Okay Dann sollten wir weiter Ausschau halten Schätze ich Du bist wirklich Dulies Lehrling Schön Schlecht getarmter Höhlenangang Hinter dieser offensichtlich falschen Abdeckung Scheint sich eine Höhle zu befinden Lass uns gehen Ähm Ihr da Ihr Leute solltet hier draußen aufpassen Okay Ich mach jeden fertig Der näher kommt Ah Duli Nigel Das Monster Ist der Schnüpfner da draußen? Er kommt ja mal näher Ich muss Schau Hey Detective Duli Was ist hier los? Hä? Oh Das ist Nigel Hi Ähm Er ist ein Vertrauenswürdiger Kerl Er hat mich hergeholt Um Bei einem Problem zu helfen Oh ja Bist du fertig? Können wir gehen? Nein also Nein Ich brauche nur Dulies Hilfe Äh Dulminati.com Ist Und er Sind Die Truth Das Schökel Sehr berühmt Die Truth Das Schökel Schön Oh Ich hab's weiter jählingspumst Nochmal So Ein Monster Ein entsprechendes Monster Ein sprechendes Monster Und ich möchte darüber nicht sprechen Großartig Ah Wir sind alle Gottesgeschöpfe Schöpfe Äh Schätze ich Stimmt das? Wir haben unter Wasser Nicht so viel mit Religion am Hut Äh Ich habe nur die Bücher gelesen Und Die vom Zeltlager Gebraucht habe Ich bin nicht sicher Was machst du In Twin Lakes Hier gibt es Gute Zahnbehandlung Aber du hast keine Zähne Aber wenn Dann wäre das Der Ort Wo ich hingehen würde Entführung also Ich finde das ist eine Unfaire Art zu beschreiben Wie man jemanden Unter falschen Vorwarn Zu einem Ort lockt Ihn in ein Versteck Voller Höhle Einsperrt Und sich schweigert ihn freizulassen Warum glaubst du Dass die Regierung Dich verfolgt Hollywood Ich wäre billiger als CGI Und Monsterfilme Sind momentan schwer in Mode Ja klar Aber ich bin nicht In einem Leben Achso Ich bin nicht an einem Leben Im Rampenlicht interessiert Ich arbeite lieber Mit Make-up Und Hilfe Dass die echten Sterne scheinen Ach wie schön Schön gesagt Bis später So was haben wir dann Ein Toupé Gefällt es dir? Das ist meine menschliche Verkleidung Ja die wird top sein Äh so bin ich ins Camp gelang Und habe du lieber redet Mit mir mitzukommen Ich versichere Das ist ein anderer Bluteilfer Sehr glaubhaft Schön Eines Tages würde ich gern In der Abteilung Über Film und Make-up arbeiten Ich glaube Ich habe ein Händchen Erfüllung Kann ich das jetzt nehmen? Nein Ich halte es Mal und Zeichentische Es ist voller Fahrtfennertreffen Flyer Und verschiedene Verhaltlichstufen Das fehlen meiner Hände Erklärt Das fehlen seiner Hände Erklärt die kinderische Natur Der Toaster Aber nichts davon erklärt Wie er einen Maltisch Und ein Computer herbekommen hat Und wir haben Tinte Was haben wir noch Mal einen Zeichentisch Haben wir Klebeband Klebeband Ein Grundbestandteil Im Inventar Jedes Abteilungs Und wunderbar Können wir denn Ein paar gut platzierte Striche Und Getürktes Visier Ah ok Ok Duli Bist du ok Duli Ja Ist ganz nett hier Aber da ich nicht Weg kam Kannst du Nigel Von dem Schlüffler beschützen Was Werden den Typen draus Achso Werden den Typen draus Los Und dann bringen Den Gedankenhut Damit sie uns Nicht wiederfinden Duli Der Typ ist Ein Journalist Vom Fernsehen Perfekte Tarnung Oh Mann Diese Regierungstypen Sind pfiffig Am besten überzeugen wir Sie Dass Nigel woanders ist Um ihn loszuwerden Ja ok Das ist der gleiche Vor Die gleiche Vorseite Wie auf Dulis Computer Geöffnet Und die Tasten Sind feucht Sehr feucht Das ist ekelhaft Hör mal Er ist voll mit Fischverpackung Was Verurteile mich nicht Schön Ok 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 Gang Die gute Nachricht ist Dass Duli da drin Unsicher ist Die schlechte Nachricht ist Dass er noch nicht Rauskommen Kann Warum nicht Er Das ist Das ist ein Blutalpha-Test Das gehört zum Stell keine Fragen Abzeichen Ja Darauf habe ich Seit Ewigkeiten Gewartet Lass uns das machen Ok Kann ich euch denn jetzt Könnt ihr das anziehen Mal sehen Welcher Art Outfit Wir aus all dem Machen können Aha Ok Absolut überzeugend Bigfoot Ok Wir können da nicht laufen Können wir es ausziehen Schnell zu schauen Ah Wir brauchen eine Kamera dafür Meine Güte Oh yeah Einmeldung Das Monster wurde woanders gesehen Ich bin es Dick Brickman Melde mich ab Damit ich mich an Einander mal anmelden kann Von einer anderen Bucht Und wunderbar Er hat seine Kamera Zugelassen Ich schätze Ich sollte sie ins Fundbüro bringen Sicher nicht So Dann zieht Dann nochmal die Verkleidung an Ich könnte diese Leute dazu bringen Sich Monster zu verkleiden Aber ich muss einen Ort finden Wo uns keiner sieht Andernfalls würde die Verkleidung aufliegen Alles klar Dann wieder hier Ok Alles klar Denn so Ok Gang Zurück ins Bigfoot Outfit Und Wir machen ein Foto Sag mal Was immer Bigfoot Sagen Wenn man Bilder von ihnen macht Warte Sobald das Bigfeet Sein Was Sollten das Bigfeet sein Bigfeet Was Ok Und wir haben ein Beweisfoto Wunderbar So Können wir da nicht laufen Na ok Ich hätte sie schon Und Ich würde jetzt mal ans Keine So Ok Wir haben das Foto Und wir haben Klebeband Ähm Ich würde tatsächlich Gerne nochmal Hier Kurz reingehen Und Diesen Anruf beantworten Hallo Ich wollte nur sagen Dass sie ihn bitte Gefährlichen Biestern Fernhalten Also von Machen sie das Er ist unser einziges Kind Und wir haben ihn sehr lieb Tätofonierst du wieder Mit diesem verdammten Lager Die Wälder werden gefährlich Barbara Voll mit Bären und Schlangen Und verrückten Kannibalen In die Wäldern Hier gibt es so etwas nicht Jack Du weißt doch Dass diese verfluchte Hütte Sie alle abschreckt Ha Ha Hä In der Bibliothek war er viel sicherer Man findet keinen Tod in der Bibliothek Sage ich immer So Ok Welche Hütte Tatsächlich Habe ich eine Ahnung Ich werde aber mal hindüsen Es gibt ein Richtig Mega Also es gibt Das ganze Spiel ist voll mit coolen Easter Eggs Aber auf das Tatsächlich Freue ich mich Richtig Dol Ha Dunkler Wald Eine Hütte Und Wir schauen mal rein Ich Weiß was jetzt hier schon drin ist Aber Leute Also ich persönlich feiere das total Weil ich Fan davon bin Ich hoffe Euch gefällt's Das war vorher nicht da Ich frage mich Was drin ist Twin Peaks Freunde Twin Fucking Peaks Großartig Ähm So Und zwar Falls die Leute Also Falls ihr Twin Peaks nicht kennt Ähm Das ist Eine Serie aus den Späten 80ern Ähm Die wirklich sehr revolutionär war Von David Lynch gefilmt Ähm Extremer Serialist Und so war die Serie auch Also es gab halt Diese Hütte im Wald Ähm Die Wer nur reingegangen ist Also die Lodge Es gab Zweite von Ähm Da war dieser gigantische Große Raum Mit diesem Vorhang Ähm Ein Riese saß da Und ein Zwerg Der Vorwärts Rückwärts Sprach Klingt jetzt komisch Also Er hat quasi Worte Rückwärts gelesen Und die wurden Vorwärts abgespielt Dadurch klanget Hallo Wir müssen gucken Was wir tun So ungefähr Also echt creepy Und ich spreche ihn jetzt mal an Ach großartig Okay Ich probiere es mal Vielleicht schafft es Benny Das in der Postproduktion Rückwärts abzuspielen Also Also Äh Äh Warte mal Nitek 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 Eber Hier Okay Äh Das ist krass Ja Habi Gute Na Ich bin Ja Klar Was Schrei Mumi Was Das ist du Max Hier Werde Finel In Mordi Kommen Ja Also man kann es jetzt natürlich auch rückwärts lesen Irgendwie Aber vielleicht Äh Vielleicht Zaubert Benny da was Tolles zu sagen Ähm Was Hier Sag nicht Was Ich mag Gumi Das ist du Max Ihr Werde In In Mordi Coming Scheiß Ne Wart mal Also Ja Steht ich zum Schluss Aber Ki Das ist doch toll Das ist doch toll Nein Nichts Es hat keinen Sinn Mit denen zu sprechen Nicht zu hören Also wie schwer Muss es damals für diese Schauspieler gewesen sein Äh Also Ich Nichts Nichts Okay Ja Also das ist doch Das ist ein T Ne Oder Ja Das ist ein Stück nicht Okay Ich Se Äh Ne Nee Nichts Nein Scheiß Okay Und der Riese sagt Die Eulen Sind nicht was sie scheinen Ein großartiges Zitat Aus Twin Peaks Ach wie toll Es sei denn Sie wirken wie nachtaktiver Aufhügel Großartig In diesem Fall Sind sie genau das Was sie scheinen Ach Wie schön Wie schön Toll Ich bin hier raus Sehe ich euch lutscher zum 25. Jubiläum Ja Alter Wie geil David Lynch hat gesagt Es gab zwei Staffeln Und er hat gesagt Nach 25 Jahren Wird er wiederkommen Also Der Protagonist Innerhalb dieser Serie Und David Lynch hat wirklich 25 Jahre später Die dritte Und finale Staffel Dieser Serie Twin Peaks gemacht Und man muss sich vorstellen Alle Die noch Von den Schauspielern leben Irgendwie Die sieht man Also Man Man macht sich keine Vorstellung Irgendwie Man guckt die ersten Mal in Staffeln Für dich vergeht Ich sage mal Eine Woche Für alle Schauspieler Sind plötzlich Ich bin von einer Woche 25 Jahre älter Das ist Total Total krass Aber toll Das ist toll Dass die Entwickler Das so gemacht haben Und wie Leute Ich feiere euch Extrem dafür Vielen Dank Das war schön Das war schön So Okay Dann würde ich sagen Ich steige jetzt Ins Boot Und Mach weiter Ihr bekommt ein Beweisfoto Von mir Freunde Ich habe ein Foto gefunden Das euch interessieren dürfte Aber war ich Endlich Wir wussten Dass es ihn gibt Warte nur Bis wir Wir Truppe zeigen Welche Truppe Ihr seid Ihr seid alle Ihr seid da alle So Jetzt sind alle weg Wozu braucht der Klinge Achso Ah Sie scheinen Ihre Kühlbox Essen und Alle Folie Da gelassen zu haben Jetzt kann ich Ihnen Absperren Bauen Davon nehme ich Was Hallo Folie Okay Okay Was ist das jetzt Okay Lasst uns das machen Ah okay 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 Na gut Was denn Geht nicht Warum geht nicht nicht Doch Geht doch So Schabbidiwub Schabbidiwub Ähm So Ist denn noch Du kommst da hin Du nicht Du kommst da hin Denn du hier hin Schön Aha Alles klar Das sollte reichen Jetzt muss ich Das hier ankleben Das so falten Und Voila Ein Aluhut Ich bringe ihn Besser zurück In die Höhle Und gebe ihn Nigel Blub Alles klar So Nigel Na Du musst Den Kopf wohl Da behalten Ist der Schnüffler Weg Ja Er ist weg Okay Gib ihm den Hut Na also Das ist eine wahre Schönheit Und jetzt Jetzt wo der Schnüffler Abgelenkt Und Nigel Nicht aufspürbar ist Ist es eine Zeit Für ihn Ein neues Leben Zu beginnen Frei von dem Wachsamen Auge Der Obrigkeit Können wir in Kontakt Bleiben Natürlich Schickt mir einfach Nachrichten Von schwer überprüfbaren Orten Wie Telefonzellen Cafés Oder dem Mariattengraben Alles klar Danke nochmal Du Armer Kerl Ich hoffe Er kann Dieser Gehungsschnüffler Abhängen Juli Wir sind die Gehungsschnüffler Sprich für dich selbst Ich sage dem Mann Nichts Schön Schön Es ist gut Dich wieder zu haben Juli Wir haben kein Sprit mehr Das Benzin Sieht aus als ob du bei uns bleibst Marsch Bellows Für alle Wir sind die grausamsten Wölfe der Stadt Er drückt sie Mit Schnüffeln die Riechkulbe Blatt Wunderbar Hier Hier Ah Feierabgeschlossen Nice Blutwolf Sind alle da? Gut Es gibt Aufstände über die ganze Stadt verteilt Also müssen alle ran Damit seid ihr zwei gemeint Mit Lame Zeit mal richtige Polizeiarbeit zu machen Bist du sicher dass dein launischer Magen das aushält? Aufhören ihr zwei Officer Murakami wurde im Dienst verwundet Aber hat die ärztliche Erlaubnis uns zu berichten was da draußen passiert Danke Chief Jungs ich hab so etwas vorher noch nie gesehen Eine Horde Wutbürger Watscht herum Attackiert sich gegenseitig Und macht die ganze Stadt dem Erdboden gleich Es erscheint alles so hirnlos Wir wussten nicht dass dieses Verhalten verursacht Wir wissen nicht was dieses Verhalten verursacht Aber wir müssen da raus und es aufhalten Seid vorsichtig da draußen Und viel Glück Einheit wegtreten Ja Okay Ich liebe einen guten Aufstand Nichts macht mich glücklicher als ein bisschen mit dem Schläger zu üben Neuer Detective Mein erster Arbeitstag Und wir kämpfen einen Aufstand Wir bekämpfen einen Aufstand Wie aufregend Ach du Arme Zehn Mäuse Dass der Anfänger den Tag nicht überlebt Hey Ich nehme die Werte an Macking Du wirst das gut machen Detective Wie heißt du eigentlich? Was? Fisch? 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 Was? Verstehe ich mich Okay Dick Brickman hier Live aus dem Rathaus Wo ich Dick Brickman langsam von einem hungeren Aussehenden Politiker eingesprochen werde Herr Politiker Alle Berichte lassen darauf schließen Dass die Stadt in einem Panikzustand ist Bekomme ich eine Stellungnahme? Selber alte Parteilinie Wann werden diese Politiker damit aufhören? Sehr schön Sind alle da? Gut Es gibt auch Ja 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 Okay Warum? Sie fängt ja von vorne an So Tschüss Sorry McQueen Ich weiß das Keine übliche Fälle Äh Warte Warte Ne Wir wollen es mal ordentlich vorlesen Sorry McQueen Ich weiß Das ist Keiner ihrer üblichen Fälle Aber ich brauche dafür Jeden Auf der Straße Kein Problem Chief Ich helfe gern So Wakami Wie geht es deinem Namen? Ich lebe noch Danke Der Täter hat verursacht Versucht mich zu Verursacht Was ist los hier heute? Hör mal Der Täter hat versucht mich zu beißen Aber ich konnte entkommen Verrückt oder? Na dann Schnapp mir besser Doody Und dann los Oh Okay Alles klar Wir haben mehrere Punkte Museum Chinatown Und die Villa Wir fangen mal mit der Villa an Wir haben Berichte von einem Einbruch Im alten Anwesen des Dons Schauen wir mal nach Detective Die Stadt ist im Chaos Wir sollten uns besser auf wichtige Dinge konzentrieren Als auf diese baufällige Gebäude Wir wissen nicht Wer sie sind Und warum sie eingebrochen sind Dieses Anwesen gehört Eine Mafia Don Nach allem was wir wissen Gibt es hier einen Verborgenen Waffenlager Oh shit Wenn man bedenkt Wie verrückt heute alles in der Stadt ist Was immer sie wollen Wir stellen besser sicher Dass sie es nicht bekommen Ja Sandburg War das eine gute Verwendung Von Polizeiresourcen und Zeit? Nein Hatte Spaß gemacht Ja Gargoyles Oh Diese Dinge erinnern mich an Manche Leute Die wir bei unseren Fällen getroffen haben Ja wo war Torschild Da steht Draußenbleiben Zum Glück Gilt das Gesetz Für uns nicht Pdudi Das Gesetz Gilt für uns Nur nicht In diesem speziellen Fall Sehr schön So also Was für Zeug Hat der Don so gemacht? Du sagst es Das hat er Organisierte Kriminalität Geldfäsche Markenfälschung Und mehr Das ist alles Als ob das Herstellen Von Tennisschlägern Geldwäsche Und Menschen zu zwingen Stiefel zu tragen Nicht schlimm genug wäre Was? Ähm Palm haben wir hier noch? Mond Hast du schon mal gemerkt Dass in Twin Lakes Immer Vollmond ist? Es ist einfacher Das Assets wieder zu verwenden Schätze ich Hahaha Die Assets Schön Schön Palm Nein Nein Nicht der Mond Nicht der Mond Palm Ihm muss es ziemlich gut gegangen sein Mit seinem Strandhaus Und all den Palmen drumherum Vielleicht zahlt sich Verbrechen Am Ende doch irgendwie aus Pff Okay So geh zum Villa So Was haben wir denn hier Schönes? Seltsame Gerätschaften Das muss dem gehören Der da drin ist Wer auch immer Das Zeug sieht gefährlich aus Ich schalte es lieber vorerst ab Aus Okay Und wir haben Batterien Okay Wir haben Okay Okay Wir haben die Batterien Das tut nichts mehr Seit ich die Batterie entfernt habe Okay Oh ne Moment Sir Sie dürfen hier nicht sein Dieses Gebäude ist einsturzgefährdet Gehörme Das stimmt nicht Ist da jemand? Ja Geht es denen gut? Mir würde es viel besser gehen Wenn mich dieses Ding hier nicht gefangen halten würde Warten Sie Wir machen Etwas Kann ich nochmal ganz rausgehen Äh Ja Eigentlich Achso okay Den Zettel kann ich mir nicht angucken Durch die vernarrten Fenster kann ich drin nicht viel sehen Okay Na gut Mal schauen So Okay Wirds Couch Eine überraschend bescheidene Couch für das Haus eines Gangsterhauses So Okay Seil Können wir das Seil irgendwie durchschneiden? Das scheint das Seil zu sein Das den Leuchter hält Scheint zu klemmen Waschentisch Na Was ja möglicherweise günstig gelegener Tisch Okay Oh Waschbecken Die Flüssigkeit ist so dunkel und stinkig Ich würde nicht einmal gegen eine Belohnung meine Hand reinstecken Kein Messer Keine Scheren Oder andere scharfe Objekte Was für eine bequeme Unannehmigkeit Tja Ofen Was ich bin sicher Es macht Ihnen nichts aus Wenn ich Ihre Stahlwolle mitnehme Stahlwolle? Habe ich das zweite Frühstück ausfallen lassen Natürlich das zweite Frühstück Ist das dringend Ist das dringend Juli? Äh ne Das ist dringend Juli So Äh schön Aber wenn all das hier vorbei ist Kaufst du mir Fangkuchen Nein So Theoretisch Stahlwolle und Batterie dürfte eigentlich Blutwolf 3 Kombiniere eine Batterie mit Stahlwolle Um einen Zünder zu erzeugen Die kleine Emily hat mir das beigebracht Genau Stahlwolle Brennt nämlich fantastisch Das ist Blubub So Ähm Okay Ich würde mal sagen Offenbar Schau ich sagen Verschiedene Vorräte Äh Oh Einschließlich Kerzen Ich denke ich nehme eine Fantastisch Na dann Wenn ich das anzünde Während das noch in meiner Tasche ist Verbrenne ich mir den Mantel Mein kostbarer Kostbarer Mantel Alles klar Denn ist der Plan folgender Wir stellen hier die Kerze hin Ich sagte Wir stellen Wir stellen hier die Lassen wir die einfach hier Und Zünden damit Die Kerze hin Das sollte taugen Um das sei entsprechend Langsam und dramatisch Durchzubrennen Bye bye Patsch Es ist äh Sicher Um jetzt rauszukommen Detective Ist jetzt ein guter Zeitpunkt Zu erwähnen Dass ich eine Feueralergie habe Oh Gott Hey Roxa Jungs Ich bin euch echt was schuldig Was hast du hier gemacht Eigentlich aus Keinem bestimmten Grund Aus gar keinem bestimmten Grund Sollten wir rausgehen Bevor du uns das sagst So es brennt Lichterloh Wunderbar Danke dass ihr mich gerade gerettet habt Wie geht es dir? Ja Dank euch Jungs Was ist mit dem Aufstieg? Ich bin jetzt In Spuktor In Spuktor Schön Da ich immer wieder Eine seltsame Begebenheit Verstrickt werde Erwarb ich dafür Ein Franchise Lizenz Aber schön Schön für sie Und es gab hier letzte Nacht Einen rötig begrenzten Sturm Also wusste ich Das bedeutet Also wusste ich Das bedeutet Irgendetwas war Nach dem Ereignis In der Bücherei passiert Guter Fund Ah ist das deine Ausrüstung? Ja genau Es ist ein Spukometer Gefällt es dir? Es müsste Spuk Spuktivität 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 Von der Kreatur gefangen gehalten Später Ja aber zuerst nicht Da waren Leute hier Die den Ort durchkämmt haben Ihre Akzente waren schwer zu verstehen Aber sie haben den Don gesucht Aber er ist schon eine Weile tot Ja sie haben sich verzogen Als sie das bemerkten Ich wartete eine Weile Um sicher zu gehen Dass sie nicht zurückkommen Aber plötzlich platzte Dieses Ding aus dem Boden Und ich war schon wieder eingeschlossen Ah Was waren deine Aufzeichnungen? Das ist eigenartig Die Batterie fehlt Unschuldiges Pfeif Zum Glück ist da ein Ausdruck drin Ich brauche noch einen Moment Um den auszuwerten Wow eine Menge Spukwerte Wer oder was auch immer Nach dem Don gesucht hat Er war nicht menschlicher Natur Ich glaube nicht Dass wir da draußen noch mehr finden Lass uns zum nächsten Tatort fahren Raxa Du solltest auch gehen Wegen des Feuers Feuer? Hier ist kein Feuer Nein wir sollten alle gehen Aus anderen Gründen Die nichts mit Feuer zu tun haben Bye Sehr schön Ja nice Dann ab nach Keine Ahnung Keine Ahnung Hier bekommt man McNuggets Ruhestandsurnen Was? McNuggets Ruhestandurnen Ach Gott Was für eine spaßige Party Wir haben die ganze Zeit Nur Monster gejagt Erinnerungen jagen meinst du So Müll Hier ist ein Tennisschläger Ohne Bespannung Den nehmen wir natürlich mit Tiefen rein Aha So 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 hier ist nichts Außer Mietnummerwälter Und schmutzige Magazine Schmutzige Magazine Ah ok Alles klar Jetzt hast du dies So Gehen wir mal rein Sind das Pfoten Ne das kann nicht sein Hilfe Ich bin gefangen Werde sie los Ah Gehen wir hier ein Mogwai So untote Untoter Plunder Was zur Hölle Die Affenpfoten Wolle allen zum Leben erweckt Fühle mich jetzt Nicht so glücklich Ich hoffe Ich hoffe dass Stadtweite Aufstände Haben nicht alle Mit Untoten zu tun Weniger Fuschen Mehr Fuschen Alleine sie So was haben wir Ein Heilkristall Kristall Die für eine Art Heilung Gebraucht werden Schätze ich Oh das ist sehr scharf Das könnte nützlich sein Und wir haben Ein Heilkristall Winkelkatze Ah winkelkatze Angesichts meiner derzeit In Zwangslage glaube ich Mehr Dass keine dieser Glücksspringer Funktioniert Kann ich die nehmen Nein Kann ich nicht Ein Totenkopf Ist dieser Schädel echt Das ist der Schädel Des vorigen Lahnbesitzers Im Testament wurde festgelegt Dass er immer ausgestellt Werden muss Das ist scheiße Ein Traumfänger Ein Traumfänger Benutzt man Um Albtraum zu fangen Könnte in diesem Albtraum Nützlich sein Traumfänger gefunden Oh warte mal Oh warte mal Ich kann die scharfen Kanten Benutzen Um den Traumfänger Aufzuschneiden Schnür Und Schnür Mit kaputten Schläger Der ist ein bisschen Zu wackelig Für eine Partysquash Findest du nicht Netz Schön So was zur Hölle Okay Die Affenpumpenbohnen Okay Kann ich denn nicht Mit dem Netz Jetzt einfach Ein improvisiertes Schmetterlingsnetz Kann man jetzt Einmal vorsichtig wischen Und okay Ich habe sie alle gefangen Oh cool Na das war doch Verschiedene Bücher Über positives Leben Feng Shui Und das Nutzen Der Geheim Höllenbestie Um deine Feinde Zu kontrollieren Läuft Warte was Seltsame Kiste Was ist das Schien ist ein Schöner Rätelkasten Ich habe noch nicht Herausgefunden Wie man ihn öffnet Ich habe keine Ahnung Was darin ist Offener Koffer So Der Großer Koffer Ein großer Koffer Mit einem stabilen Schloss Erst innen leer Ja und Was ist hier los Ich komme nicht eher raus Bis diese Dinger weg sind Wieder einpacken Ja Kann ich Und mach zu Hinein damit Und reingeschlossen Zum Glück sind sie gekommen Offiziell Ich weiß nicht Wie ich sonst hätte fliehen Was Wie ich sonst hätte fliehen Ihr Typen Können sie keine andere Kopf schicken Die ganze Einheit Ist beschäftigt Das ist Schikane Sie haben uns gerufen Hallo Nochmal Wong Wong Wer ist Wong Mein Name ist Detective McQueen Scheint als hätten wir Den falschen Kerl erwischt Was Was ist hier passiert Mein glückspringender Hasenfuß Die Affenworte Und die Leiche hinten Fing Plötzlich an Sich zu bewegen Leiche hinten Das habe ich nie gesagt Sie haben keinerlei Beweise Du Hast du ihn Hm Was ist los Ich war abgelenkt Du hast uns so viele Fragen gestellt Das alles Begann kurze Zeit Nachdem mein Laden Letzte Nacht ausgeraubt wurde Oh Wir haben die Gremlins gefunden Wong Nicht in meinem Laden Habt ihr nicht Sie haben sie an Duli verkauft Ich kann ihnen nichts verkauft haben Was nicht existiert Zwinken Sie haben gerade Zwinker zu mir gesagt Nein hab ich nicht Zwinken Ja tut mir leid Ja tut mir leid Wenn ich es so ein bisschen klischeehaft betone Ja Aber es ist ein klischeehaftes Spiel Und von daher Das ist es Erzählen sie mir mehr Ach Dachseiders an Ich glaube nicht Dass wir hier noch etwas Wichtiges finden Lass uns zum nächsten Tatort fahren Ach echt Ja der fahrt schon wieder Na bitte Denn auf zum Museum Oha Warum ist die Tür eingetreten Aber wie eingetreten Sieht wie ein Einbruch aus Plünderer Vielleicht aber Eigentlich tendieren sie dazu Sich über Fernseher zu entscheiden Sich für Fernseher zu entscheiden Nicht für Wandteppiche Lass es uns überprüfen So Porstell Sieht aus als wäre das Eine ägyptische Angehauchte Darstellung Tja Boah Diese Ägypter waren riesig Oh Gott Diese Bilder sind nicht Maßstabsgetreu Oh Ich wusste das So Okay Können wir jetzt Streifenwagen Ich denke Unser Wagen ist Alkültig um Trittys Ausstellung zu sein Ja Ja Gernzeit Ah hier Tristan Schön Ein beeindruckendes Exemplar Das scheint etwas Festgeklemmt zu sein Aber es ist zu weit weg Um es zu erreichen Aha Okay Chillt Nachdem sie sich Umfangreiches Historisches Material Angesehen haben Glauben die Forscher Von Twin Lakes Dass dieses Tier Anfang der 90er Jahre In einem Äh was Kostarikanischen Themenpark entkommen ist Aha Ja Jurassic Park Wie schön Wie schön Vermutlich Die Toosu Sache Ist ertrinken Weil die dünnen Arme Nicht taugen würden Um an Land zu schwimmen Ja Wow Das Team hier spielt Eine Spielt in seiner Klasse Aber ganz Ruhe Ganz Ruhe Ja Okay Kann man sonst noch Irgendetwas Nein Anthropologie So Großes Skelett So sehen Plastikskelette aus Wissenschaftler glauben Dass es ist Worauf der menschliche Körper Moduliert wurde Faszinierend So Kuriositätenkabinett Es ist abgeschlossen Ich frage mich Wie ich das öffnen kann Kleines Skelett Ein Affe Wahrscheinlich Was für ein nettes Institut des Lernens Das ist Tja Abgeschlossen Abgeschlossen Oh Hier sind auch Untote Was versucht das alles Was verursacht das alles Was versucht das alles Also Ja So Sieht aus Als ob Ein Schmuckstück fehlt Auf dem Schild steht Der Stein des Osiris Osiris Der ägyptische Totengott Ich kann mir nicht helfen Aber ich glaube Das hängt mit dem zusammen Was in der Stadt vor sich geht Sarkophag Da muss die Mumie Hergekommen sein Ja Ein Zepter Ein Zepter Zepter Oh Na Oh Ist schlecht Zepter Wo Warte Über wen sprechen wir Ah Wir haben das Zepter Schön Oh Oh Ein Stüm Ich weiß nicht Wie oder warum Aber das Ding Muss aus dem Sarkophag Gekommen sein Ich suche besser Nach einem Weg Es wieder reinzulocken Kann ich denn das Zepter Dafür benutzen Warum sollte Das Ufer Wahrscheinlich Ich glaube Es ist an allem Interessiert Dass man essen kann Alte Steintafel Hey Da steht ja Mein Lieblingswitz drauf Ähm Ja Ah Aber vielleicht Können wir Mit dem wichtigen Zepter Des Osiris Ich frage mich Ob ich das benutzen kann Um etwas herzuholen Dass er gegessen hat Ja Scheint so Vogelknochen Das muss Toni Rex Letztes Abendmahl Gewesen sein Toni Das Team muss Für irgendetwas stehen Vogelknochen Können wir damit Das irgendwie Das könnte Als provisorischer Dietrich dienen Ein sehr fraglicher Dietrich Äh fragiler Dietrich Oh okay Alles klar Vielleicht bekomme ich das auf Wenn ich die passenden Knochen Zu den Bolzen Im Schloss finde Na gut Das sollte Vielleicht jetzt Nicht so schwer sein Hoffe ich Hm Diese Knochen Scheinen nicht zu passen Was? Dieser Knochen scheint Nicht zu passen Ich gehe noch runter Vielleicht geht Da ein anderer Knochen Okay Sie ist warm Zack 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 Und Nein Zack Hm Dieser Knochen Scheint nicht zu passen Warum nicht? Nein Ist er nicht It's not Der kann es aber jetzt auch nicht sein Muss ja der sein Zack Das scheint es gewesen zu sein Mal schauen was drin ist Verschiedene Gläser Nein Eine Sammlung von Ohren Boah Ohr 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 Ich bevorzuge Ihr eingelegte Zwiebel Ja So was haben wir noch Ein vollgestopftes mit alten Rechnungen Ja Okay Es enthält die Zeichnung von ein bisschen Marmelade Etwas böses Juju Das scheint mit Wespen gefüllt zu sein Lebende Verärgerte Wespen Toll Benutzte Kontakt Ohr Ohr Hurt aber besser Alter Vor Ort gefunden Ach wie schön Und Tschüssikowski So Dann probiert man einfach Das mit dem Sarkophag Sorry Eingelegte Gerne Aber ich muss mich um tote Angelegenheiten kümmern Sehr schön Pfeif sie rein Kumpel Hier ist irgendwo ein Fall abgeschlossen Gag drin Aber dafür ist jetzt keine Zeit Dooley Ich habe es gerade herausgefunden Die Darksiders suchen nicht im Haus von Don Äh was Die Darksiders suchten nicht im Haus von Don Sie suchten den Don Ja Aber du hast doch gesagt Er sei tot Weshalb sie die Stadt von Osiris Und die rituellen Komponenten mitgenommen haben Den Stein von Osiris Äh sorry Leute Aber heute ist mal wieder Lesen Nicht Ganz weit vorne auf meiner Was ich kann Liste Sie versuchen ihn wieder zu beleben Wow Detective Was für ein erstaunlicher Zufall Dass jeder Platz Und den nur uns der Chief bis jetzt beordert hat So eng mit dem laufenden Ermittlungen Und Zusammenhang steht Ja Da ist was dran Während wir auch nur Zu einem einzigen anderen Tatort geschickt wurden Hättest du vielleicht niemals alle Teile zusammenfügen können Es ist keine Zeit Um diese zweifellos geringe Wahrscheinlichkeit zu ermitteln Dass sich die Dinge zufällig so entwickelt haben Wir müssen auf den Friedhof gehen Und schnell Wir können ihn nicht zurückkehren lassen So und Ein vierter Tatort ist Freigestaltet Der Friedhof So Teleskop Ich frage mich ob wir hier aus einem Überblick Über die Stadt bekommen Ich frage mich ob wir von hier aus Einen Übelblick über die Situation bekommen Ach ist das schlimm Oh Wie ich befürchtet habe Der Ort ist mit Zombies überfüllt Das müssen die Darksiders sein Von denen wir gehört haben Oh Geister Sie feuern auf jemanden in der Kirche Aber ich kann nicht erkennen auf wen Schau mal Duli Hier drüben Hier gibt es bösen Hokus Hokus pokus aus der Luft Wir müssen sie darin hin An den Don zurück zu bringen Ja Schöne 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 Sterne Siehst du die Konstellation Detective Das nennt man Sterne Okay Duli Lass uns gehen So Mal kurz mal einen Schluck nehmen Kein Zweifel Sie sind richtige Zombies Sieht aus als Geben wir So Nicht Rein Glockenton Hey Bros Ich brauche Hilfe Ich werde gerade sowohl Mit meinem psychischen Selbst Als auch mit meinem Dogmatischen Ansichten Das Universum Gegenüber konfrontiert Jemand ist in der Kirche gefangen Wenn wir nicht reingehen Um ihm zu helfen Wird er Zombie-Futter So Streifenbahn Streifenbahn Vielleicht war das Licht Vielleicht war das Licht Anlassen nicht die beste Art Sich anzuschleichen Ja da ist was dran Ah Dieser Schlagstock könnte nützlich sein Um Die Willkommensparty im Zaun zu halten Juhu Nein Der beste Freund Alles Polizeibeamten Hey So Und Zombies Bleibt zurück Ihr Monster Endlich mal eine positive Anmeldungsmöglichkeit Für polizeiliche Ewald Oh Nun Seine Hand ist abgebrochen Aber es scheint ihm egal zu sein Wir brauchen wohl Einen anderen Weg hinein Und wir haben einen Zombiearm Okay Geh nach rechts Geh nach irgendetwas Aha Äh Hallo Eine Ölkanne Eine Ölkanne Ich könnte sie benutzen Um die Räder zu ölen Aber ich komm nicht an Juhu Schön Habt ihr noch was Tasche Eine Tasche voll mit magischen schwarzen Achten Was Was sagen sie Fahren sie später noch einmal Oh Ich will es aber nicht Okay So Schließ die Mülltonne So Na dann Ölen wir mal die Tonnen Räder Okay Die Räder sind geölt Schieben wir sie in Position Duli Okay Keine Arschacht Okay Duli Wir werden über die Mauer gehen Und du kommst durch die Kalidisation Oh Hoffentlich kannst du so Einer von uns Hoffentlich kann so einer von uns Äh Die Leute retten und verhindern Dass der Don zurückgebracht wird Habe ich schon erwähnt Dass ich keinen Tun Nicht die Zeit dafür Kumpel Die Stadt braucht uns Ich weiß Hey Detective Ja Sei vorsichtig Du auch Kumpel Du auch Oh Ich bin du Lieb Nice Oh 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 Sieht aus In unsere Häuser Diese Monster Ja Genau So Kanalgitter Dieser Weg ist durch ein riesiges Gitter blockiert Was für ein Geheimnis versteckst du Gitter? Wenn all die Sönnes führe ich eine Untersuchung gegen dich durch Ich werde dich Ich werde dich Gate-Gate nennen Boah Oh Ein Kanalalligator Wie schön Hey kleiner Kerl Was machst du denn hier unten? Ah Ich schau mir Geschichten Ich schau meine Geschichte Lass mich Zack Zack Ein Alligator In der Kanalisation Der Fernseht Tja Die Geschichte ergibt Sinn für mich Viel Spaß noch Mister Achte aber auf die Kannibalen Was? Die Kannibalen? Ein Fernseh Eine Fernsehserie über Vorstadthelden Was für ein Schwachsinn Das ist ein Schwachsinn Absolut Kann man mit ihnen mal sprechen? Ne Er schaut Eine Serie über sich Dann weiter Oh nein Oh nein Oh nein Oh böser Clown Oh wie fies Dann können wir alle fliegen Hey du Li Willst du nicht Hallo sagen? Eine Sekunde mal Böschchen Was macht ein Clown hier unten? Ist das doch hier kein Zirkus? Das ist doch hier kein Zirkus Ah Ich verteile Balance An missratene Kinder Tust du das? Und gibt Zuckerwatte Und Fahrgeschäfte Und allerlei Überraschungen hier unten Überraschung? Habe ich bereits erwähnt Dass es die Balance In allen Farben gibt? Hm Ich hatte das alles Nicht für problematisch Es spricht für dich Dass du dich um die Umherrungen und Kinder kümmerst Ohoho Damit sie keine Angst bekommen Alter Danke Ganz meinerseits Ja Das Boot Das Boot ist nicht das einzige Hier was schwebt Schallkasten Diese Box Unterhält die Power Der gesamten Stadt Elektrisch Und politisch gesehen Oh Ein Verteilerkasten Die ganze Stadt Das ist toll So ja Dann lassen wir Pennywise Hier mal stehen Wie soll jetzt Ah Arbeiter Hallo Officer Eines Gegen die Festnahme Ich schätze Wir sollten auf den Officer hören Und den Rest vom Tag Freinehmen Tyrese Die Festnahme Halt Naja Na okay. Kann man da noch? Noch an der Wand. Ich frage mich, was sie hier Geheimes vorhatten. Ein Loch zu einem Planetengraben, der in unseren Planeten versteckt ist. Alter. Oder wollten sie einen Schlupfwinkel für die Echsenmenschen bauen, die uns heimlich steuern? Vielleicht hatten sie geplant, etwas für die Mauerwürfmänner zu opfern. Was immer so war, es wurde vereitelt. So, kann ich da mit dem Kango-Hammer hier? Ich verstehe nicht, was diese zwei hier für Unheil geplant hatten. Und ich glaube ihm kein Wort. Aber ich weiß nicht, ob es ungefährlich ist, das auf diese Weise kaputt zu schlagen. Na klar. Naja, wenn du nicht willst. Kanageter. Dieses Gitter hindert mich weiter zu gehen. Wenn es nur einen Weg hindurch gäbe. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, kamatsche sie mit einem Hammer. Dann hauche dem gelben Körper wieder Leben ein, so dass sie lernen, nicht nochmal Schindbluter mit dir zu treiben. What? Währenddessen. Gut, ich muss mal einen Schluck nehmen. So, okay, wir sind schon auf dem Freakhof. Grave McGay, an einem Schnappelüberlauf ertrunken. Von einer Schreibtischblockade zerschmettert. Hat sie selbst um die Ecke gemalt. Na, kann man machen. Niemand hat gehört, was ihm passiert ist. Lebendig von Bugs gefressen. Wahrscheinlich der Entwickler. So, der Schuppen. Oh, Smithy. Wir wollen euch brauchen. Angriff. Äh, Hals. Mensch, das tut mir leid. Ich dachte, du wärst die, äh, was? Du wärst die Hunden, die mein Gehirn fressen wollen, um an Militärgeheimnisse zu kommen. Aber jetzt sehe ich, dass du ein Yankee-Junge bist. Sieht man an deiner Haltung. Nicht unnachgiebig genug. Schultern wie ihr schmolzende Eiscreme. An einem sonnigen Sonntagmorgen. Hä? Okay. So, oh, Gasmaske. Die sieht obskur genug aus, um nützlich zu sein. Finger weg, alter Junge. Diese Hunden da draußen stinken wie die Pest. Die Maske ist meine einzige Verteidigung. Okay, Stiefel. Hey, Stiefel, meiner Größe. Gefallen sie dir? Sind deine? Gehört in einem Sergeant von mir. Im letzten Krieg. Ähm, danke. Moment mal. Das sind keine normalen Stiefel. Das sind Metallanschlüsse drin. Hä? Er hatte beiden Prothesen. Dafür brauchte er Spezialschuhe. Mit Klicksystem. Deswegen habe ich keine Verwendung für sie. Äh, äh, wie großzügig. Und wir haben Stiefel. Ein Helm? Ah, das sei ein netter Helm. Äh, äh, es gehört sich nicht, Kommentare über das Stück eines anderen Mannes zu machen. Alter Knabe. Nein, ich fürchte, die kannst du nicht haben. Alter Knabe. Ich brauche sie, um Zombie Fritz eins über die Röbe zu ziehen, wenn er versucht, in meinen Bonker einzudringen. Okay. So nett und warm. Ein weiterer Grund, warum ich nicht hier wieder raus will. Habe ich mir aus Flugzeugteilen zusammengebaut, nachdem ich während des großen Krieges hier abgeschossen wurde. Habe ich großer Krieg gesagt? Äh, das war bestenfalls mittelmäßig. Okay. Kann ich dir helfen, alter Knabe? Äh, äh, zu schnell. Okay. Wer bist du? Brigadier, Reginald Smith. Meine Freunde sagen Smithy. Aber natürlich habe ich keine Freunde. In der Armee hat man dafür keine Zeit. Klar? Sicher? Du bist nicht mehr in der Armee? Mein Wert erfolgt. Wenn du dich verpflichtest, dann verpflichtest du dich fürs ganze Leben. Seit wann bist du schon hier? Teufel. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Als junger Mann hier abgestürzt und einen Job als Friedhofsgräber angenommen, weil ich keine Stadzbürger war. Passiert alles. In der ganzen Weile, scheint mir. Geht es dir gut? Du siehst... Oh, nee. Geht es dir gut? Du siehst aus, als hättest du zu viel durchgemacht. Das ist doch nur ein Kratzer. Du hättest die Hunden sehen sollen, als wir mit denen fertig waren. Die Hunden? Alter, was ist das für ein Krieg gewesen, bitte? Du bist doch ein Soldat. Kannst du mir bei der Vorbereitung des Kampfes behilflich sein? Zum Kampf, meine ich. Bei den Kriegsanstellungen helfen, klingt toll. Ich habe immer noch meine Militärausrüstung da. Lass mal sehen. Das ist mein Campinggeschob. Aber das ist nicht mal das Neueste. Eine Feldflasche, aber die hat ein Einschussloch. Ein Zeltboden? Hm. Ist ohne Zeltdach nicht so sinnvoll. Das sieht nicht gut aus, alter Knabe. Ich verrate dir was. Nimm meine Gasmaske. Die steht da drüben auf dem Regal. Danke. Ich mache alles, um Fritz den Weg zu versperren. Na dann. Tschö. Tschö, tschö. Und bis dahin. Sei bloß vorsichtig damit. Ist innen wahrscheinlich noch mit Senfgas verschmiert. Was? Was innen? Oh, wo war die? Als ich die Gremlins gejagt habe. So, okay. Gut. Na, dann haben wir also eine Maske und ein paar Schuhe. Wasserturm. Ja, was ist ein Wasserturm? Die Rüstenstangen. Ich hoffe, diese Struktur ist stabil. Wenn ein Stück davon nützlich wäre. Aha. Oh, okay. Weiter. Er scheint voller Regenwasser zu sein. Was klopfen hier? Kann ich hiermit irgendwas machen? Das Gewürze passt. Perfekt. Wunderbar. Wir haben Stelzen. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Komme ich da mit... Kann ich die mit mir selbst benutzen? Das ist nicht der beste Ort, um Stelzen zu tragen. Ah, ich muss noch absteigen. Ich muss noch absteigen. Okay, also unten oder wie? Okay, probieren wir das aus. Probieren wir die aus. Okay. Läuft sich. Guck mal, Slim. Wir haben einen streunenden Zombie. Ey, yo, Streuner. Ballern ein paar Runden, ums... Wir feiern... Was? Ballern... Ja, wie auch immer. Okay. So, da kann man nicht lang. Ah. Die können mich hier oben nicht kriegen. Ah, wie cool. Oh, Helmer. Kaputtes Fenster. Die Darksider-Schläger haben das Fenster herausgeschossen. Und mir einen bequemen Weg hinein verschafft. Oh, schön. Ah. Agent McScream. Was machen sie denn hier? Was machen wir irgendwo? Hilfreich wie immer. Ich muss den im Glockenturm retten. Ich muss den im Glockenturm retten. Wer auch immer das ist. Und dann einen Plan machen, wie ich in die Gruft komme. Und das Ritual aufhalte. Okay. Ich umkreise die Verwundeten und brülle die Tiere an, um sie sich am Ars... Was? Die sich am Ars erfreuen würden. Okay. Ähm. Das hilft immer noch nicht. Ich nehme an, sie meinen, ich bin hier, weil andere Darksiders hier sind. Annahme ist die Mutter der Drachen. Okay. Na gut. Alter. Alter. Das ist großalter. Chief Ghoulie. Ugh. Was ist hier los? Was machen sie in der Brightside? Ugh. Will in den Rhein. Geht es ihnen gut? Bin angeschossen, Sohn. Mitten in den Bauch. Also haben die beiden Pfeifen auf sie und McScream geschossen? So war's, Sohn. Ich brenne von innen nach außen aus. Darkside-Kugeln sind nicht wie eure mit den ganzen verfluchten Komponenten, die da drin sind. Wie kann ich ihnen helfen? Ja, wie kann ich helfen? Können wir die Kugeln entfernen? Kann nicht normal entfernt werden, Sohn. Ich brauche Weihwasser, um das Böse auszuwaschen. Okay. Ich seh mich mal um. Macht das, Sohn. Tschüss. Ugh. Durfte er jetzt in der... Äh. ...Kürchen nicht so schwer sind, Weihwasser irgendwie herzukriegen. Das Räuchergefäß ist voll mit alten, eingetrockneten, schimmig riechenden Weihrauch. Hm, schade. Kerze. Die Kerzen sind größer als mein Kopf. Äh. Hey. Irgendeine Aussicht. Auf ein Wunder. Nein. In Ordnung. Dieser Kristall. Glockenturm. Wir machen auch um. Weiche zurück, Dämon-Bro. Großartig. Jetzt bin ich durchnässt. Krass. Dachte, du wärst ein Hohlschädel. Totales Wipeout bei mir, Bro. Richtig. Hast du ein Handtuch, das ich mir ausleihen könnte? So. Sporttasche. Eine Sammlung von Extremsportart... Äh, Extremsportausrüstung. Wie Drachenflieger und Gesichtsfarbe. Woher haben sie das alles? Dude. Ich mag es extrem bis zum Maximum. Und ohne Farbe in deinem Gesicht kannst du nicht bis zum Äußersten gehen. Aber die Taucherflasche, die Tauflasche ist futsch. Ich habe das Mundstück verloren. Das schmeiß ich raus. Hm. Darf ich mir die nehmen? Kein Problem, Dude. Viel Spaß damit. Taufflasche. Können wir die mit der Gasmaske kombinieren? Die Maske sollte als Ersatz für eine Atemmaske ausreichen. Zumindest für ein paar Minuten. Schön. Tausrüstung. So. Sorry für die Platte, Dude. Was war das denn? Hohlköpfe mögen kein Weihwasser. Mein Freund, Amigo. Macht Matschburger aus ihnen. Gut zu wissen. Okay, er hat Weihwasser. Kann ich etwas Weihwasser haben? Klar, Dude. Ich gebe dir gern was vom Saft des Herrn ab. Ich geh jetzt. Sagen sie das nicht so. Ich habe gerade noch mal total wenig übrig. Warte, ich habe gerade noch total wenig übrig. Ich habe meinen letzten Klatscher an dich verschwendet. Aber klar, du kannst auch noch meinen letzten Tropfen haben. Nur, Dude, das ist echt nicht genug, um damit einen Hohlschädel zu zermatschen. Okay. Ich komme, um sie zu retten. Geht es ihnen gut? Unter diesen Umständen bin ich froh, hier oben rumzuhängen, anstatt in einer Woge voller Untote. Wir müssen hier raus. Wenn du es schaffst, die Welle der Untoten zu brechen, kann ich hier weg, Dude. Hm. Wie mache ich das? So wie der Surfer, der See lauscht. Ach Gott. Also, äh, wir sind satt. Leute, es tut mir heute echt leid. Lesen ist ja sonst schon immer schlecht. Heute ist es richtig schlecht. Äh, so wie der Surfer, der See lauscht, solltest du vielleicht den Toten lauschen. Das, eigentlich könnte das klappen, Kupide. Der Herr spricht durch mich, Brosef. Brosef. Ah. Äh, was ist mit der ganzen Sportersrüstung? Eigentlich hatte ich ja einen Extremsporturlaub geplant, aber ich bin hier geblieben, um ein paar Babys zu taufen. Bro, den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Na dann. Dein Jungen. Sarunara, Dude. Kann ich das jetzt mitnehmen? Ne. So, okay, nehmen wir mal runter. Wir haben Weihwasser, können wir erstmal Chief Ghoulie helfen. Benutzen Sie das, um Ihre Wunde zu reinigen. Viel besser. Danke, Sohn. Danke dafür, Sohn. Geht's jetzt besser? Viel besser. Bereit, die Kräfte des Bösen ein weiteres Mal zu bekämpfen. Ich wusste, dass ich mit Ihnen recht hatte. Guter Mann. Schönen Tag, Sohn. Schönen Tag. Sohn und die Geschwindigkeit der Götter. Was? Schönen Tag, Sohn und die Geschwindigkeit der Götter. Hä? So. Okay. Ich habe jetzt eine Taucherausrüstung. Oh, warte mal. Die Sakristei. Die Sakristei. Hallo. Stimplade. Da sind die Kerninhalte aller großen Religionen und einer Notiz. Nur für den Fall. Brieföffner. Stifte. Ein Brieföffner. Eine Lesebrille. Die Gläser rausgefallen sind. Ich werde den Brieföffner nehmen. Oh, schön. Wir haben einen Brieföffner. Einen Klötzchenhutkalender. Oh, das ist doch scheiße. Stuhl. Ich wünschte, ich hätte einen netten Stuhl wie den im Büro. Ich könnte den nicht für den Fall konfessieren, oder? Nein. Können wir nicht. Könnte ich trotzdem? Nein. Reisholf. Das ist ein Hochleistungsschredder. Er könnte wahrscheinlich sogar Kleider zerreißen. Okay. So. Die Bank rein. Sprechen wir nochmal hier mit ihm. Ich habe mit Guli gesprochen. Quälen ihn immer noch die Schmerzen. Er erholt sich jetzt. Nur, wenn man davon ausgeht, dass man sich durch Erholen besser fühlt. Ich sollte die Gegend untersuchen und entscheiden, was dann zu tun ist. Das müssen wir alle. Rauszugehen ist nicht sicher. Tja. Können wir das jetzt mal kopfkriegen? Das irgendwie? Hm, noch nicht. Aber was soll man da tun? Mein provisorischer Eingang. Ich kann draußen immer noch die Zombies hören. Gehörne, gehörne, gehörne. 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 Hört sich an, als ob sie streiten. Wenn ich sie nur verstehen könnte. Tja. Äh, das hatten wir auch schon. Oh, etwas später. Okay. Hm, das war jetzt anders. Oh, das war einfacher, als ich dachte. Für den Ignoranten ist alles einfach. Hey. Okay. Finden wir heraus, was die Zombies sagen. Okay, ich muss also erst wirklich das Fenster klappen. Ich muss verstehen, was die Monster wollen, bevor ich wieder rausgehe. Können wir mit ihm auch sprechen? Hey. Gehörne, gehörne, gehörne. Ihr seid Gehörne, meine lieben Gehörne. Okay, versuchen wir es noch einmal. Gehörne, gehörne, gehörne. Gehörne, gehörne. Sie scheinen verärgert, um durcheinander zu sein. Wenn ich mich als einer von ihnen verkleinen könnte, glaube ich, dass ich mich mit ihnen verbrüdern könnte, um sie dann von der Kirche wegzulocken. Ich muss einen Weg finden, etwas weniger lebendig auszusehen und zu riechen. Na, da habe ich doch schon mal eine Idee. Da habe ich doch schon mal eine Idee. Wir haben doch... Können Sie Ihre Gesichtsmalfarbe benutzen, um mich untot aussehen zu lassen? Kann ich machen, Bro. Ein hundert und zehn Prozent. Prozente gehen nur bis ein hund... Eins. Zehn, Bro. Eins. Zehn. Na gut. Okay. Wir sehen etwas übel aus. So, und hier war Weihrauch. Der war auch stinkend. Das Räuchergefäß ist voll mit alten, eingedrückten Schimmig riechenden Weihrauch. Wenn ich einen Weg finden würde, etwas davon loszukratzen, könnte ich meinen lebenswürdigen, lebendigen Geruch überdecken. Ja, probieren wir mal. Kann ich... Kann ich... Geht das nicht? Hat er will? Dank dem rieche ich jetzt verwiesen genug. Okay. Und... Sorry, Mantel, aber ich... muss ein bisschen unterhalb... Muss ein bisschen unterhalb aussehen. Oh, so... Abgefackt, ey. So, okay. Probieren wir's. Okay. Ich sollte in der Lage sein, als einer von ihnen durchzugehen. Gehirne. Gehirne? Gehirne? Gehirne, Gehirne? Gehirne? Gehirne, Gehirne. Okay. Sie haben zugestimmt, sich unter meiner Führung zu vereinigen. Zeit, sie zu den Leuten zu bringen, die sie hergebracht haben. Ist das eine Scheiße? Folgt mir. Mama mia, das ist eine Zombie-Horde. Renn, Slim. Ey, yo, lauf! Okay, cool. Oh, Autoschlüsse. Diese Trotte, wir müssen ihn verloren haben, als sie weggearbeitet sind. So, jetzt wird die Gruft. Sofort damit aufhören. Zu spät, Bright Tider. Ich lebe. Er ist kein Zombie. Er ist menschlich, ihr Trottel. Gehirne? Oh nein. Zerstöre ihn! Gehirne. Oh, jetzt aber hier. So endet es also. Nicht mit einem Knall. Aber mit einem jammernden McQueen. Okay. So sollte das gehen. Du.. Er ist unter den Trümmern mit all den Zombies gefangen. Ich muss ihn retten. Der Priester sagte, das Weihwasser lässt sie zu Staub verfallen. Aber wo finde ich genug davon? Na, ich habe so eine Ahnung. Magische Farbe, die nehmen wir mit. Das muss die Ritualfarbe sein, die Wang gestohlen wurde. Ja, sie haben damit die Markierung gemalt, um Kopsones Seele in den Körper des Dons zu beschwören. Wir haben Farbe. Leiter. Ich verstehe nicht, warum etwas Schwebendes eine Leiter braucht, um Wände zu bemalen. Aber ich bin froh darum, das könnte ein gängbarer Weg sein. Achso, kann ich die hier rüberlegen? Überloch. Damit sollte ich Zugang bekommen. Yay. Toody, it's good. Echtz? Das ist halb benommen. Warum versuchen sie nicht zu fressen? Oh nein. Oh, ist das scheiße. Oh, schöne Ding, schöne Ding. Okay. So. Das Auto in den Wasserturm zu fahren, wurde mir nicht genug Wasser geben, aber es ist nicht heilig. Ich muss außerdem, würde Doody ertrinken. Ich muss mich erst um die Probleme kümmern. Okay, alles klar. Denn, kann ich das Doody geben? Naja, leg das an, Kumpel. Okay. So, und anscheinend muss ich den Priester nochmal sagen, er soll das ganze Wasser im Wasserturm segnen. Ups, voila. So. Sie müssen den Wasserturm für mich segnen. Bro. Ist das dein Ernst, Bro? Ich habe alle Untoten im Kanal und muss sie jetzt wegspüren. Schnell. Ich habe buchstäblich schon seit einer Ewigkeit darauf gewartet, dass man mich bittet, so viel göttlichen Saft zu verströmen. Ist das wirklich? Sie haben eine deutliche Art, über ihren Glauben zu sprechen. Was soll ich sagen, Bro? Der Herr ist mein Surfkumpel. Wir hängen eng und oft zusammen ab und ich möchte, dass die ganze Welt mit uns zusammen auf der Welle gleitet. Auf den Wellen gleitet. Aber für uns, den Herrn und mich, ist Sicherheit kompletto relevanto. Hab diesen Rettungsring immer dabei, für den Fall, dass dich die Flut erwischt. Eine Flut, die Sünder reinzuwaschen. Super biblisch, Bro. Super biblisch. Wir haben einen Rettungsring. Okay. Dude, Bro. Ich mache jetzt mein Ding, Bro. Möge der große G an deiner Seite sein. Alter. Okay. So. Nun gut. Wie ist er? Hat er jetzt oder was? Da ist er. Bro. Ich habe alles im Griff, Bro. Geh und mach dein Ding. Ich bin bereit, Bro. Du Speck. Na dann. Okay, Todi. Ist bereit und ich bin bereit. Bist du da oben auch bereit, Vater? Cowabunga. Ich werte das als Ja. Viel Glück, Kumpel. Ich verziehe mich in den Urlaub. Das Pedal ist festgeklemmt und das Auto ist vorbereitet. Ich hoffe, ich habe richtig gezielt. Bauderbumm. Ah, Gott sei Dank. Dann kippt er die richtige Richtung. Sehr schön. Betritt die Luft. Hey, Todi. Alles in Ordnung, Kumpel? Hust, hust. Ich fühle mich noch ein wenig feucht hinter den Ohren. Aber sonst bin ich in Ordnung. Schön, das zu hören. Oh nein, der Don. Ihr habt mir meine Diener genommen. Ich muss neue erschaffen und fange mit deinem Freund an. Hust, hust. Halt durch, Dohli. Verdammt. Wenn ich nur einen Weg finden könnte, den Don zurück in die Darkseid zu schicken. Na, aber Moment mal. Jawollo. Wir machen uns an unser eigenes Portal. Ich muss die rituellen Markierungen auf den Ring kopieren, um sie in ein behelfsmäßiges Portal zu verweineln. Sehr schön. Alles klar. Na dann. Du kommst da hin. Du kommst da hin. Ne, du bist hier hin. Schiebidi, schiebidi, schiebidi. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier bist du. Du kommst da hin. Schiebidi. Du hier. Du hier. Und wir haben ein kleines Stargate gebastelt. Mein improvisiertes Portal ist einsatzbereit. Und jetzt... Du kommst hier ohne. Ich muss sorgfältig zielen. Nooo! Hab' ihn. Viel Spaß im Exil, verrückter. Zurück in der... Viel Spaß im Exil. Zurück in der Darkside. Bist du okay, Dooley? Pust. Ich liebe Detektiv. Gut, ich hatte einen Moment lang Angst um dich, Kumpel. Lass dich aus dem Kanal holen. Nun dann, nun dann, nun dann, nun dann. Wir haben den Rest seiner Komplizen verhaftet und weggesperrt. Der hier hat kooperiert, um seine Strafe zu reduzieren. Der Nebeneffekt des Arturals, durch den die Toten in der Stadt geweckt wurden, ist umgekehrt. Alle Toten sollten wieder tot sein. Gut, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das hinkriege. Das war verrückt. Gefährliche Magie, Jungs. Junge. Ich war jung und unschuldig. Leicht irregeführt. Es passiert vor einer halben Stunde. Ich bin in der Zeit viel Erwachsener geworden. Zeit für Bewährung, würde ich sagen. Wie auch immer. Dafür schulden wir euch was, Bright-Siders. Gerne. Ich würde sagen, jederzeit. Aber sorgen wir dafür, dass das nun wieder passiert. Absolut. Gut, lass uns das jetzt mal wieder hinbiegen, oder? Etwas später. Dick Brickman hier, mit Detective McKin, der gerade eine Medaille für das Beenden der Aufstände in der Stadt erhalten hat. Können Sie mir sagen, können Sie mir, Dick Brickman, und Ihnen, den Zuschauern von Dick Brickman, sagen, was passiert ist, Detective? Das waren Aufstände überall in der Stadt. Und jetzt nicht mehr. Bringen Sie Licht ins Dunkel, Detective. Ihre Gattin ist die Bürgermeisterin. Ist das ein Interessenkonflikt? Nee. Das habt ihr es, Freunde. Keine Konflikte und eine schicke Medaille. Glückwunsch an den Detective. Nach all dem kann ich nicht glauben, dass er eine Medaille bekommen hat. Und nicht du, Detective. Sie sagen, dass der Wasserturm ein paar Tage vorher geplatzt ist und von den toten Körpern verseucht wurde, bevor das Wasser in den Speicher gelangte, sodass alle in einer Zeit weil ihr Wahnsinn verfielen. Wenigstens wissen wir beide, was passiert ist. Und du bist ein Held, Detective. Danke, Kumpel. Das bedeutet mir viel. Falle abgeschlossen. Ja, ihr Lieben. Und das war The Darkside Detective. Also ich muss jetzt sagen, ich habe es ja absolut mega gefeiert irgendwie. Also so viele Easter Eggs, die da drin versteckt waren. Mega. Einfach mega. Mich würde mal interessieren, wie viele habt ihr gefunden? Wie viele Easter Eggs? Wie viele Anspielungen, Filme, Spiele, Bücher etc. Haut es mir mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Let's Play so gefallen hat, würde ich mich persönlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und es gibt noch drei Bonusfälle. Die kommen mir jetzt im Anschluss noch. Und ansonsten kann ich nur sagen, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt, ihr Lieben. Bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018